Ich habe es vergessen. Ist das irgendwie lauter oder kommt es mir nur so vor? Das kann jetzt dauern. Oh, ich muss jetzt eine Stunde lesen, ne? Scheiße. Ja, dann. Ich habe ja... Das Kind blinzelte, der Regen lief ihm langsam über die kurzen Haare und begann seinen langen Abstieg zum Boden. Komm schon! Komm schon! Das Kind spürte eine leichte Brise und sah zu, wie die Wetterfahne langsam zum Leben erwachte. Nachdem sie sich einen Moment lang in verschiedene Richtungen gedreht hatte, zeigte ihr Schnabel letztendlich entschlossen nach Osten. Nach Osten? Wirklich? Ehe sich die Wetterfahne erneut bewegen konnte, kam ein spitzer Stein durch die Luft geflogen und traf das Kind am Kopf. Die Wucht des Aufschlags warf das Kind zu Boden, während ein Hagel von Stein um es herum niederging. Oh nein, sie haben mich gefunden! Ein herzerreißendes Lächeln überkam das Gesicht des Kindes, während weiterhin Steine flogen. Durch den Regen konnte man den Klang zahlreicher Schritte lauter werden hören, ehe eine Stimme erklang. Juhu, keine! Die Stimme gehörte Dimo, er war der schlimmste Tyran von Adlerhorst. Als Keine versuchte aufzustehen, kam ein letzter Stein durch den Matsch geflogen und schlug gegen ihren Fuß. Blut triffte aus einer Wunde über ihren Auge und vernebelte ihre Sicht. Aber sie konnte die Umrisse von Dimo und seiner üblichen Bande von Idioten erkennen. Der Junge schien angesichts des Blutes für einen Moment aus der Fassung gebracht worden zu sein, spielte da aber schnell wieder den Draufgänger. Was ist los, Freak? Magst du den Regen? Magst du es, ganz nass zu werden? Oder hast du dich endlich entschieden, von zu Hause wegzulaufen? Obwohl sie wusste, dass es vergeblich sein würde, wandte sich Keine ab, um zu gehen. Bevor sie mehr als ein paar Schritte zurücklehnen konnte, wurde sie von den anderen Kindern umstellt, deren Augen von Grausamkeit erfüllt waren. Keine wusste, dass dies nicht die einzigen Augen waren, die auf ihr ruten. Die Eltern der Quälgeister schauten aus der Sicherheit ihrer Häuser zu. Sie war an diesen Umstand gewöhnt, da sie das schon viele Male zuvor erlebt hat. Während manche Dorfbewohner die Taten ihrer Kinder einfach ignorierten, ermutigten andere sie ganz offen. In einer Gesellschaft, die von Aberglauben und Furcht geprägt war, war Keine etwas, das man hassen und wenn möglich zerstören sollte. Ganz traurig, ey. Die arme Keine, ey. Ich habe schon drei Controller repariert, das ist aber echt easy und zwei fest verbaute Handy-Akkus. Macht sowas dann auf der Arbeit, wenn ich immer nichts zu tun habe? Ah, okay. Nicht schlecht. Das ist gut, wenn man so eine Fähigkeiten hat. Alles Gute-Nacht-Geschichte. Ja, gut ist die Geschichte aber nicht. Da wird über Keine erzählt, wie sie, ähm, gemobbt und sehr, ja, mit Gewalt halt, ne? Weiß jemand, ob Bibi und Tina auch den Martin holt, wie viel lohnt? Wow, Selina. Natürlich. Kauf dir. Ich habe nicht gesagt, dass du gehen darfst, Freak. Limos Worte fraßen sich durch sie hindurch wie ein Wurm durch einen Apfel. Er kann mir nicht wehtun. Er log sie sich selber vor. Sei stark. Sei mutig. Er kann mir nicht wehtun. Er kann mir nicht wehtun. Er kann mir nicht... Ach, guck mal, der kleine Freak weint. Was ist los? Bist du traurig, dass alle dich hassen und wollen, dass du tot bist? Blöder Wichser. Sorry. Ich kriege jetzt schon eine Krise bei dem Text. Keine betete, dass der Regen sie aus einer Welt fortspülte, in der es keinen Platz für sie zu geben schien. Geht rund 45... Ja, das wird schön, ne? Aber wenn es Götter gegeben hätte, dann zogen sie es offenbar vor, sie zu ignorieren. Als Demo sich näherte, lockerten sich die Wolken auf und der Regen ließ nach. Sogar das Wetter hasst mich. Ich bin nutzlos. Ich wünschte, Demo hätte meinen Kopf abgeschlagen. Keine konnte Demos schielenden Blick nicht ertragen. Sie senkten ihren Blick und starrten auf den schlammigen Boden unter ihr. Der Tyran trat vor, bis er nur noch wenige Zentimeter von ihr entfernt war. Sie konnte den Geruch von altem Fleisch in seinem Atem wahrnehmen. Eww. Der Junge ergriff Keines Gesicht mit seinen dicken Fingern und zerrte es nach oben. Sie versuchte sich abzuwenden, aber er zwang sie dazu, ihn anzusehen und drückte seinen Daumen gegen ihr Augenlid, um es aufzuhalten. Zeig's mir! Nein! Hast du gerade Nein gesagt? Demo grinste diabolisch. Du sagst nicht Nein zu mir. Niemand sagt Nein zu mir! Ohne seine Aufmerksamkeit von Keine abzuwenden, rief er seiner Bande zu. Kommt schon, Jungs! Lasst uns dem Freak-Mädchen geben, was es verdient. Ich krieg echt Hass. Kaum hatte Demo zu Ende gesprochen, begann Tritte und Schläge auf Keine niederzuprasseln. Ich glaube, ich würde das überspringen. Das ist aber wichtig. Das ist nämlich Keines Geschichte. Wir müssen noch wissen, warum sie so ist und... Ne? Demo machte eine Pause, noch immer grinsend, während Keine sich krümmte und versuchte, den Schmerzen Einhalt zu gebieten. Ich verstehe dich nicht, Freak. Warum benimmst du dich wie ein Mädchen, hä? Jeder weiß doch, was du wirklich bist. Keine ignorierte die Frage und entschied sich stattdessen, die Wetterfahne anzustarren. Sie zeigte noch immer nach Osten, als wäre sie äußerst zuversichtlich, was die Zukunft anging, die sie für sie gewählt hatte. Nach Hause gehen? Ja, sehr witzig für jemanden, dessen Eltern tot sind und der kein Zuhause mehr hat. Freak! Skandierten die Kinder. Freak, Freak, Freak! Au. Ich sag ja immer, wenn man anders ist, wird man dann irgendwie gemobbt oder ist dann der Außenseiter oder... Ich fühl das. Hm? Ich war auch immer anders. Hab mich nicht angepasst und... Dann wird man halt, ne? Keine schloss die Augen und lauschte dem Regen, während sie darauf wartete, dass die Schmerzen wieder losgingen. Als die Hände der Dorfkinder sie ergriffen, flüchtete sie sich im Geist in den Klang des Regens und ließ diesen allein zu ihrer Welt werden. Der Regen fiel, aber der Schmerz kam nicht. Erst als das Gelächter ihrer Peiniger in verschrecktes Schreie umschlug, wagte sie es, ein blutverkrustetes Auge zu öffnen. Keine war schockiert, Diemo am Boden zu sehen, während dieser sich den Kopf hielt und vor Schmerzen schrie. Sie konnte sehen, wie das Blut durch seine fetten, perversen Finger quoll. Oh mein Gott, er weint! Er weint tatsächlich! Ihres Anführers beraubt, schauten sich die anderen Kinder gegenseitig an, als würden sie darauf warten, dass jemand hervortrete, um die Führung zu übernehmen. Als sich kein Retter hervortat, begann sie einen beunruhigten Rückzug von Keiner. Aber das junge Mädchen war ihre geringste Sorge. Stattdessen galt ihre Aufmerksamkeit einer alten Frau, die nur ein paar Meter entfernt stand. Nachdem diese einen Moment lang nach Luft gerungen hatte, sprach sie schließlich mit zorniger Stimme. Und schlage ich vor, ihr verzieht euch, bevor ich noch einen werfe. Und wenn einer von euch kleinen Bastarden jemals wieder meine Keine anfasst, dann werde ich weit Schlimmeres tun, als einen Stein zu werfen. Darauf könnt ihr euch verlassen! Die alte Frau hockte sich hin und berührte sanft die Hand, mit der Demo seine Wunde bedeckte. Mit der Musik doch voll! Geil! Ich wollte schon mal das Internet-Free genannt. Ah. Das ist einfach nur ein dämliches... Oh. Willst du aufklären, wieso Keine so rumläuft, oder soll ich das kurz aufklären? Klär du das auf, ich lese kurz weiter. Sonst komme ich hier gar nicht voran. Mach du, Miami. Klär auf, warum Keine so aussieht. Bevor er auch nur daran denken konnte, zu protestieren, drückte sie ihre Handfläche in die Wunde und drehte sie hin und her. Au! Schrie er und sprang auf. Hör auf, was tust du da? Lauf zu jammern! Er ist noch... Es ist noch niemand an einen Kratzer gestorben. Du hast mich mit einem Stein getroffen, du dummes Miststück! Mit einem großen! Das Ding hätte mich umbringen können! Die alte Frau zuckte mit den Schultern. Der Tod ist das beste Heilmittel gegen Dummheit. Bei diesen Worten verzog sich Dimos Gesicht vor Wut. Ohne seine Augen von Keine zu nehmen, trat er einen Schritt zurück und spuckte auf den Boden. Verschwindet! Verlasst dieses Dorf! Niemand will euch hier haben! Keiner von euch! Als die alte Frau einen weiteren Stein ergriff, gaben Dimo und seine Gefährten Fersengeld. Während sie flohen, legte die alte Frau die Hände auf ihre Hüfte und lachte kurz auf. Ha! Sieh dir da! Sieh dir an, wie der fette Junge läuft! Er ist wohl doch nicht so stark verletzt, dass er nicht von einem Kampf fliehen könnte! Das Lächeln der Frau veräbbte, als sie ihre Aufmerksamkeit auf Keine richtete. Sie kniete nieder, zog ihr Halstuch aus und legte es dem jungen Mädchen um die Schultern. Dann zog sie ein Stück Stoff aus ihrem Kleid hervor und begann ihr das Blut von der Stirn zu wischen. Ach Keine, sagte sie. Warum hast du dich nicht gewehrt? Du bist stärker als diese Bande! Die Worte ihrer Großmutter schmerzten Keine und sie wandte sich ab. Sei nicht so nett zu mir, sagte sie. Ich verdiene es nicht! Nichts! Nichts ist mehr von Bedeutung! Ihre Tränen, die sie so lange zurückgehalten hatte, begannen schließlich auf den matschigen Boden zu fallen. Boah, mit der Musik jetzt! Boah, es ist unis. Keine ist ein sogenannter Hermaphrodit. Sprich, sie hat nicht nur Brüste, sondern auch einen Penis. Deshalb will sie unbedingt ihre Weiblichkeit hervortun. Sie will unbedingt als Frau wahrgenommen werden. Das ist der Grund. Ihre Tränen, die sie so lange zurück... Achso, was habe ich noch genannt. Alle hassen mich. Sie denken, ich verursache schlimme Dinge. Sie denken, ich sei ein Freak. Ich wünschte, ich wäre tot. Als keines Tränen zum Schluchzen wurden, spürte sie die Hände ihrer Großmutter auf ihren Schultern. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer winzigen Größe besaß die Frau eine erstaunliche Kraft und keine war nicht in der Lage, sich wieder wegzudrehen. Ich fange jetzt schon an zu stottern. Sprich nicht so keine. Es ist ein breiter und tiefer Fluss, der zwischen der Welt und der Nächsten fließt. Und er gewährt niemanden, der ihn zu überqueren sucht. Gnade. Du hast die Pflicht, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Hast du verstanden? Die alte Frau griff fest dazu und versuchte, das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen. Du kennst den Schmerz, jemanden zu verlieren, der dir nahesteht keine. Du kennst ihn, weil du ihn überlebt hast. Bei diesen Worten wurde keine von ihrer Liebe zu dieser alten Frau erfasst. Als kleines Kind wusste sie nicht einmal von der Existenz ihrer Großmutter. Aber als ihre Eltern starben, betrachtete die Frau sich schnell als ihre eigene Familie. Großmutter, wie Keine sie nannte, war durchtrieben, vulgär und griff schnell zur Gewalt. Das bin ich als Omi. Ihre ersten gemeinsamen Jahre waren nicht einfach gewesen. Aber mit jedem Jahr, das verging, kamen sich Keine und ihre Großmutter näher. Aber erst jetzt, im Schlamm sitzend und mit Blut und Tränen im Gesicht, begriff Keine das wahre Ausmaß ihrer Zuneigung. Hier war eine Frau, die harte Zeiten erlebt hat, die dem Tod ins Auge geblickt hatte, die sich durch all diese Dinge gekämpft und es irgendwie auf die andere Seite geschafft hatte. Wenn irgendjemand keines Schmerz und Einsamkeit verstehen könnte, dann war sie es. Mach ich dich krank, Großmutter? Natürlich nicht, rede kein Unsinn! Keine legte sich das mottenzerfressene Halstuch ihrer Großmutter um den Körper und zitterte. Mein Körper, er ist nicht normal. Wäre ich normal, wäre Mama und Papa nicht. Still, unterbrach die Großmutter. Schluss mit dem Unsinn! Du bist meine Enkelin und ich liebe dich. Und wer damit ein Problem damit hat, soll zur Hölle fahren. Die alte Dame steckte ein kleines weißes Objekt in keines Haar. Die Fertigkeit, mit der die Blumen gebogen wurde, waren ohne Stängel durchzubrechen oder Blüten zu verlieren, war erstaunlich. Bei diesem Anblick wollte Keine gleich wieder in Tränen ausbrechen. Meine Güte, das sind Mondtränen! Großmutter, hast du das für mich gemacht? Mondtränen waren legendäre, überaus seltene Blumen und doch hatte ihre Großmutter ein Dutzend oder mehr davon gesammelt. Keine berührte den Kranz, als könnte sie nicht glauben, dass er echt sei. Wo hast du sie gefunden? Ach, beim Einkaufen! Sie wandte sich beim Reden ab, was Keine vermuten ließ, dass die Suche schwieriger war, als sie zugab. Die Mühen, die sie auf sich genommen hatte, um dieses Schmuckstück herzustellen, ganz zu schweigen vom Ausspüren der darin verwendeten Blumen, ließ keines Herz schmerzen. Sie griff nach oben und drückte den Kranz zurecht, während sie fasziniert davon war, wie dieser sich zwischen ihren Fingern anfühlte. Ist nicht ganz richtig geworden, sagte ihre Großmutter, als sie darauf schielte. Diese alten Hände tun sich schwer mit filigraner Arbeit, aber an einem hübschen Mädchen wie dir sieht er toll aus. Keine errötete und wandte sich ab. Du findest, ich bin hübsch? Oh, natürlich bist du das. Wie kannst du nur so etwas Dummes fragen? Dankeschön Großmutter. Ach man, keine. Kann man die knuddeln? Hallo, Godmoon. Ja, meine PS hier funktioniert. Wieso sollte die nicht funktionieren? Hast du neu angefangen? Das ist der zweite Run jetzt. Jetzt erfährt man einiges über Keine. Das ist von Yoko Taro bestätigt worden. Und mein Tag war bis jetzt... Ja, es war in Ordnung. Und deiner, Godmoon? Wo war ich jetzt? Natürlich bist du das. Wie kannst du nur so etwas Dummes fragen? Okay. Ihre Großmutter lächelte. Das hatten wir. Wir kommen schon zurecht, du und ich, sagte sie. Solange wir uns beide haben, ist alles gut. Keine ergriff die Hand ihrer Großmutter und die beiden kämpften sich wieder auf die Füße. Während sie den langen Heimwink antraten, hielt Keine ihre Hand mit aller Kraft fest, als wolle sie Rauch davon abhalten, vom Winde verweht zu werden. Der Regen hatte aufgehört. Keine stand neben der Wetterfahne, die sich nun gemächlich im Wind drehte, ohne sich über die Richtung zu kümmern, in die sie beim Anhalten blickte. Ich muss nicht mehr flüchten. Ich habe jetzt ein Zuhause. Großmutter liebt mich, und das reicht. Selbst wenn wir uns gegen den Rest der Welt wehren müssen. Keine ließ ihren Blick an der Wetterfahne vorbei, in den bewölkten Himmelschweifen. Das letzte Nachtleuchten eines Regenbogens verschwand allmählich. Als sie sich umdrehte, um nach Hause zu gehen, zerfiel das Licht in Millionen Teilchen und verschwand, wie vom Winde verweht. Keines Träume. Alltag. Ich habe aber noch die PS4. Solange die noch funktioniert, meine ist schon... Damit kann ich vielleicht noch Filme gucken, aber spielen... Er pustet und hustet da nur noch. Er durchlässt, in höchstens noch 40 Minuten. Ach, man erfährt aber interessante Sachen. Ist sehr wichtig. In der Ferne vernahm Keine den stetigen Klang einer Axt, die auf Holz trifft. Das Geräusch hatte etwas Zielstrebiges an sich, als wäre ein Holzfällermeister bei der Arbeit. Das erzeugte Feuerholz war jedoch weit davon entfernt, als Kunst durchgehen zu können. Scheite sämtliche Formen und Größen waren wild auf einem kahlen Hof verstreut. Jeder, der versuchen würde, diesen aufzustapeln, würde wohl vor lauter Frustration sterben. Verdammte Scheiß-Axt! Keines Großmutter drosch weiter mit der Axt auf das Holz ein und füllte die Luft dabei mit Holzspittern und Kraft ausdrücken. Beste Omi, die selbst dem hart gesotteten Seemann die Schamsröte ins Gesicht treiben würde. Großmutter rief Keine. Bist du das, Keine? Rief die alte Frau und nahm ihren Blick für einen Moment von dem Holz. Komm nicht zu nah, sonst hacke ich dir noch aus Versehen deinen verdammten Fuß ab. Sie ließ die Axt erneut auf ein Stück Holz niedergehen und Teile davon flogen in alle Richtungen. Einst verfehlte Keine so knapp, dass sie es pfeifen hören konnte und sie entschied sich, einen Schritt zurück zu gehen. Kaum hatte sie sich in sichere Entfernung zurückgezogen, legte sie die Hände an den Mund und rief, Großmutter! Braust du Hilfe? Ich kann dir Wasser oder Mittagessen oder eine neue Axt oder so holen. Die Axt hielt auf dem Weg zu einem weiteren wackeligen Schlag in der Luft inne. Die alte Frau dachte einen Moment lang über das Angebot ihrer Enkelin nach und lächelte dann. Hm, ich sag dir was. Da ich eine solch beschissene Holzhackerin abgebe, warum kommst du nicht hierher und übernimmst das, während ich Wasser hole? Die Schatten waren in letzter Zeit unruhig und ich möchte nicht, dass du auf einen dieser Bastarde triffst. Ihre Großmutter ließ die Axt fallen und hob eine lange Stange mit Holzeimern an beiden Enden auf. Um Wasser zu holen, war mit Abstand die schwierigere Aufgabe, aber Keine hatte gelernt, sich nicht zu beschweren. Wenn Großmutter sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab es keinen Weg mehr, sie davon abzubringen. Keine gab ihr Bestes, um bei der Hausarbeit zu helfen, aber Großmutter übernahm sämtliche Aufgaben, für die man ins Dorf gehen musste. Obwohl sie eine lange Liste mit plausiblen Ausreden parat hatte, war sich Keine den wahren Grundes bewusst. Sie wollte nicht, dass ihre Enkelin von den Dorfbewohnern versportet oder belästigt wird. Tolle Omi Als Keine zu ihr zog, entschied Großmutter, sich ein gutes Stück weit entfernt von Adlerhorst niederzulassen. Aus den Augen aus dem Sinn schien ihr das beste Mittel zu sein, wenn es um die Dorfbewohner und ihre Enkelin ging. Nur selten verirrten sich Menschen auf das steinige Land, das sie ihr Zuhause nannten. Keine genoss die Abgeschiedenheit, aber verheimlichte ihr schlechtes Gewissen angesichts des Umstandes, dass ihre Großmutter ihre besten Jahre an solch einem Ort verbringen musste. Nachdem ihre Großmutter fort war, wandte sich Keine ihrer bevorstehenden Aufgaben zu. Sie hatte noch nie im Leben Holz gehackt und entdeckte schon bald, warum die alte Frau diese Arbeit so hasste. Schlag auf Schlag produzierte die Axt nur einen winzigen Spalt im Holz, und als sie endlich mal einen guten Treffer landete, blieb das Werkzeug im Holz stecken und ließ sich nicht mehr bewegen. Frustriert schwang Keine die Axt über ihren Kopf und warf sie mit Samtholz und allem quer über den ganzen Hof. Verdammt, verdammt, ach scheiße! Sie begriff plötzlich die Freude, die ihre Großmutter beim Fluchen empfand. Sie nah und unglücklich jahnt die Axt wieder auf, zog sie aus dem Holz und tackte weiter. Sie hatte ein natürliches Talent für den Umgang mit einem Schwert, aber diese Aufgabe war eine Herausforderung und schon bald hatte sie Blase an ihren kleinen rosa Händen. Das ist hart, und meine Scheite haben allesamt seltsame Größen. Keine spuckte in die Hände, ignorierte den Schmerz und verdoppelte ihre Bemühungen. Als sie gerade einen guten Rhythmus entwickelt hatte, kam ihre Großmutter aus dem Dorf zurück. Sie setzten die Eimer mit einem kleinen Seufzer auf den Boden ab, schaute sich die Holzscheite an und gab ein keuchendes Lachen von sich. »Du hübsches, unbeholfenes Mädchen. Du übst besser ein wenig, wenn du...« Ihre Großmutter sank plötzlich auf die Knie und brachte einen der Eimer gefährlich ins Schwanken. Mit weit aufgerissenen Augen ließ Keine die Axt fallen und eilte ihrer Großmutter zur Seite. »Großmutter!« Die alte Frau schüttelte ihren Kopf und zeigte mit zitternden Fingern auf den Eimer. »Nimm den Eimer! Es darf nicht verschüttet werden!« Keine stabilisierte den Eimer mit einem Fuß und kniete neben ihrer Großmutter nieder. Ein kleines bisschen Wasser schwappte über den Rand auf dem Saum ihres Kleides, aber Keine bemerkte es nicht. »Großmutter! Großmutter! Was ist los?« Panisch packte sie ihre Großmutter bei den Schultern und schüttelte sie. Nach einem Moment hob die Frau ihre Arme und stieß Keine von sich weg. »Hör auf damit!« rief sie schweratmend. »Es ist ja nicht so, als ob ich sterbe. Ich bin nur erschöpft von der Reise. Das ist alles.« Keine wollte ihr nur zu gerne glauben, aber der Anblick der zitternden Hände und das erschöpfte Gesicht der alten Frau erzählte eine andere Geschichte. Ihre Großmutter hatte ein langes, hartes Leben hinter sich, und es schien, als würde sie bald die Rechnung dafür tragen müssen. »Die Zeit, in der ihre Großmutter über Keine wachte, ging ihrem Ende entgegen. Schon eher, als sie beide befürchtet hatten, kehrten sich ihre Rollen um.« »Oh je. Nühe, wie die drauf ist.« »Und da war das junge Mädchen für immer versaut.« »Oh, Fluch ist toll! Scheiße, Bastard!« »Hallo, Musi!« »Mmm, mal kurz hier.« »Das, äh, die Freude, die sich am Fluchen hatte, auch immer, mhm, mein Kind das nicht hört.« »Ja, da muss man auffassen.« »Dein guten Hungerkieks.« »Mor kurz was trinken.« »Nee, da noch ne Weile hier.« »Am nächsten Morgen kam Keine an das Bett ihrer Großmutter und hielt ihre faltige Hand.« »Es geht weiter.« »Großmutter, du bist krank und du brauchst Medizin. Ich geh ins Dorf.« »Die alte Frau schüttete den Kopf und versuchte sich aufzurichten, aber Keine hinderte sie sanft daran.« »Ist schon in Ordnung«, sagte sie. »Mir passiert schon nichts.« Ihre Großmutter starrte sie mit einem Blick an. Der Stahl hätte schmelzen können. Ein Moment, der wie eine Ewigkeit erschien, senkte sie schließlich ihren Blick und seufzte. »Tja, es gefällt mir nicht. Verdammt. Aber ich nehme an, ich sollte aufhören, so starrköpfig zu sein und dich erwachsen werden zu lassen.« Die alte Frau sah Keine zu, wie diese ihre Stiefel anzog und sich auf den Weg die Straße hinunter ins Dorf machte. Stunden später, als eine verdeckte Sonne sich hinter einem dunklen und regnerischen Himmel ihren Weg bahnte, schaute sie noch immer. Keine legte ein flottes Tempo an den Tag und prüfte alle paar Minuten ihre Taschen, um zu sehen, ob das Geld, das ihre Großmutter ihr gegeben hatte, noch immer dort war. Sie drehte sich nach jedem Geräusch um und stellte sicher, dass sie nicht von einem Schatten oder schlimmer noch von Demo und seiner Bande verfolgt wurde. Nachdem sie wieder Quälgeister noch Schatten über den Weg lief, betrat Keine schließlich das Dorf. Die wenigen Erwachsenen, die sie im Dorf sah, warfen ihr verstohlene Blicke zu und tuschelten dann hinter vorgehaltener Hand, ehe sie sich davon schlichen. Also solche Menschen. Mit rasendem Herzen atmete Keine ein paar Mal schnell und flach durch, um sich zu beruhigen. Sie sagte diese Worte immer wieder zu sich selbst, während sie sich langsam auf den Weg machte. Ihre Augen blieben schließlich bei einer dicken älteren Frau hängen. Sie wütend, die wütend mit den Armen in der Luft furchtelte und allen genauestens erzählte, was sie von Keines Anwesenheit hielt. Ey, gute Dame, sagte Keine mit gespielter Tapferkeit, wo ist die Apotheke? Die schlaffen Wangen der Frau erzitterten in erstaunter Wut. Wie kann dieses, dieses Ding ist nur wagen, mich anzusprechen, schien sie zu sagen. Aber Keine sah in ihren Augen eine andere Emotion. Furcht. Ja, wir haben beide Angst, meine Dame. Da könnt ihr sicher sein. Wohnt lang, wiederholte Keine. Die Frau deutete auf ein kleines Gebäude zu ihrer Rechten, bevor sie ihr Kleid anhob und in die entgegengesetzte Richtung davon stolperte. Keine zuckte zusammen und erwartete, dass ein Stein aus der versammelten Menge fliegen würde, aber es kam Keine. Ihr Geist war von einem seltsamen Stolz erfüllt, während sie zur Apotheke aufbrach. Doch dieses neue Gefühl hatte nicht viel Zeit, um Fuß zu fassen. Als sie die Tür öffnete, bemerkte sie ein bekanntes Gesicht an der Theke. Es war Dimo. Er erledigte offenbar etwa für seine Familie, da seine Bande nirgends in der Nähe zu sehen war. Oh mein Gott, stotterte er. Ich meine, was treibst du hier, Freak? Die Beleidigung hatte keinerlei Nachdruck und keiner ignorierte sie einfach. Sie stellte sich auf Zehenspitzen, um über den Tresen schauen zu können, und bat den Ladenbesitzer um die Medizin. Ah, bellte Dimo. Ist die alte Schlampe endlich aus dem Latschen gekippt? Fahr zur Helle, Dimo! Die Augen des Jungen weiteten sich so sehr, dass sie beinahe aus seinem Kopf zu fallen schienen. Bevor er jedoch etwas erwidern oder noch Schlimmeres zuschlagen konnte, ging der Apotheker dazwischen und befahl ihn damit aufzuhören, oder er würde sie beide rauswerfen. Dimo verließ den Laden, während er keine leise verfluchte. Als er fort war, konnte sie endlich wieder durchatmen und unternahm einen kleinen Rundgang durch den Laden, während der Besitzer ihre Medizin zubereitete. Zahllose winziger Flächen füllten den beengten Laden, jedes von ihnen mit einem Etikett in einer nicht zu entziffernden Sprache versehen. Ein Meer von Aromen drang in ihrer Nase und erzeugte einen Geruch, der exotisch, aber nicht gänzlich unangenehm war. Durch eine Vielzahl an Vorräten zu sehen, vermittelte Kain ein Gefühl des Friedens. Sicherlich müsste es in einer so riesigen Welt auch für sie einen Ort geben, den sie zu Hause nennen könnte. Ja, das ist sehr viel Text. Hm, da muss ich wieder in den Chat gucken. Hm, hm. Hm, hm. Okay, war es so lustig? Anfaltige Hand? Ich habe jetzt nicht, nicht geschickt. Ich weiß nicht. Ich musste einfach lachen. Es tut mir leid. Manchmal, ich habe keine, ne? Gibt keinen Grund jetzt. Ganz einfach witzig. Hm, Wall of Text, ja. An der Wand hinter dem Tresen hing ein Porträt eines atemberaubenden, schönen, jungen Mädchens. Das Bild hatte eins aus leuchtenden, lebendigen Farben bestanden, aber der Zahn der Zeit hatte an ihm genagt. Der Schönheit des Werkes tat dies jedoch kein Abbruch. Gefällt ihr das Bild? Kain drehte sich um und sah den Apotheker mit einem kleinen Glasfläschchen mit Medizin in seiner Hand. Seine Augen waren sanft, aber traurig. Und sie schienen sie hindurch ins Nichts zu starren, als sie miteinander sprachen. Das ist meine Tochter. Ich habe es gemalt, als sie ein kleines Mädchen war. Sie ist schon seit langem tot. Kain wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie starrte einfach das Porträt an und versuchte, die passenden Worte zu finden. Bilder sind wundervolle Dinge, fuhr der Ladenbesitzer fort. Sie lassen deine Liebe für immer weiterleben. Er schüttelte leicht mit dem Kopf, schaute zu Kain hinunter und lächelte, während er die Medizin übergab. Dann griff er in seine großen grünen Schürze und zog eine Handvoll alter Wachsmalstifte hervor. Du kannst sie haben. Es gibt niemanden mehr, den ich malen möchte. Kain machte instinktiv einen Schritt zurück, worauf sich das Gesicht des Apothekers verzog. Ja, ich habe die Gerüchte über dich gehört, sagte er. Es ist ein kleines Dorf und Worte verbreiten sich schnell, aber unter uns. Ich bin mir nicht sicher, welchen ich Glauben ihm schenken soll und ich denke auch nicht, dass sie viel bedeuten. Ich kenne deine Großmutter Kali und ich bin der Meinung, dass die Art, wie sie aus dieser Stadt vertrieben wurde, einfach kläglich ist. Großmutters Name ist Kali? dachte Kain plötzlich. Sie grübelte noch immer über diese neue Erkenntnis nach, während sie die Hand ausstreckte und die Buntstifte aus den Händen des Apothekers entgegen nahm. Deine Großmutter ist eine alte Freundin von mir, sagte er, als Kain einen weiteren Schritt zurück machte und ich verdanke ihr viel. Ich wette, es würde ihr gefallen, wenn du ein Bild von ihr malen würdest. Ja, ich denke, das würde ihr sehr gefallen. Kain mummelte eine leise Zustimmung, aber in ihrem Inneren raste ihr Herz. Nie zuvor war ihr ein Dorfbewohner mit etwas anderem als völliger Verachtung begegnet. Es war ein winziger, unmerklicher Schritt, aber es war dennoch ein Schritt und mit genug winzigen zu schlafen. Als Kain nach Hause zurückkehrte, fand sie ihre Großmutter schlafend im Bett vor. Ihre Füße waren schwarz und rau, an manchen Stellen bluteten sie gar, was Kain dazu veranlasste, zu denken, dass sie im Zimmer hin und her gelaufen war, bis die Erschöpfung sie letztendlich übermannt hatte. Sie legte die Medizin neben dem Kopfkissen ihrer Großmutter und wandte sich zum Gehen, aber die Hand der alten Frau hielt sie am Arm fest. Schon wieder zurück? fragte ihre Großmutter mit einem Gehen. Komm her, lass dich mal anschauen. Großmutter setzte sich auf und untersuchte Kain vom Kopf bis zu den Zehen. Nachdem sie schließlich beruhigt war, dass ihre Enkelin nicht zugestoßen war, lehnte sie sich zurück und erlaubte sich selbst etwas Entspannung. Nun, wie war es? Haben diese Bastarde dir Ärger bereitet? Es hat irgendwie Spaß gemacht, sagte Kain mit einem leichten Lächeln. Nein, wirklich, das hat es. Spaß, hm? fragte ihre Großmutter mit einer Stimme, die andeutete, dass sie dem nicht dem geringsten Glauben schenkte. Äh, ja, also wann immer du etwas zu erledigen hast, lass es mich einfach wissen. Während sie sprach, zog Kain in die Buntstifte aus ihrer Tasche nach einer kurzen Erklärung zu deren Herkunft, erzählte sie ihrer Großmutter, dass sie ein Porträt von ihr malen würde. Ein Porträt von mir? Lächerlich. Niemand möchte ein runzlinges, altes Weib anstarren. Aber Großmutter, es wird dich ewig leben lassen. Pferdemist, sagte ihre Großmutter und warf ihre Bettdecke zurück. Ewig zu leben würde mir gehörig auf die Nerven gehen. Nun pack schon diese Buntstifte weg und hilf mir mit dem Abendessen. Aber Kain ließ nicht locker und schließlich sah es ihre Großmutter gegen eine Wand ihres Hauses gelehnt, als würde sie für einen großen Künstler posieren. Kain nahm die Buntstifte, schaute sich ihr Motiv genau an und machte sich ans Werk. Gerade als ihre Großmutter kurz davor war einzunicken, beendete Kain ihre Arbeit. Nachdem sie es eine Weile anstarrte, ließ sie das Bild fallen und langsam auf den Boden gleiten. Es ist furchtbar, es sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Es tut mir leid Großmutter, ich dachte diese Buntstifte würden, du weißt schon, das Malen leichter machen oder so. Die Augen der alten Frau verengten sich angesichts der Enttäuschung ihrer Enkelin. Lass mich das beurteilen, sagte sie, ignorierte ihre Rückenschmerzen und streckte sich nach dem Papier. Die Zeichnung hätte das Gesicht eines Menschen sein können. Es hätte aber auch ein Felsbrocken, ein Lehmhaufen oder etwas missratener Brotleib sein können, vollständig in einer chaotischen Farbwahl wiedergegeben. Die alte Frau blickte das Bild lange an und lachte dann keuchend. Ach keine, brachte sie während des Lachens hervor. Du stammst wahrlich von mir ab. Du bist genauso ungeschickt wie ich, aber ich liebe es. Aber... Still, ich werde mir nicht weiter anhören, wie hässlich es deiner Meinung nach ist. Es kam vom Herzen und ich werde es immer in Ehren halten. Oh. 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 Das hätten wir mal ganz spät am Abend machen müssen. Falls Leute ins Bett gehen, dann hätte ich eine gute Nachtgeschichte machen können. Oh. Oh. Getreu ihrer Worte gab die alte Frau dem Bild einen Ehrenplatz über den Küchentisch. In den folgenden Tagen ertappte Keine ihre Großmutter oft dabei, wie sie das Porträt mit einem merkwürdigen Lächeln im Gesicht anstarrte, eine Handlung, die sie als leises, spöttisches Lachen interpretierte. Eine Woche später konnte Keine es nicht mehr ertragen und bat ihre Großmutter, das Kunstwerk abzunehmen. Blödsinn, sagte die alte Frau, ich werde es nicht abnehmen, ehe man mich in ein Leichentuch wickelt. Sie dachte ein wenig darüber nach, wandte sich dann Keine zu und kniete mit einem Bein nieder. Hör mit zu, Mädchen. Dieses Bild zu sehen, macht mich glücklich, in einer Weise, die ich nie zuvor erfahren habe. Und es gibt mir den Willen, durchzuhalten, damit du eines Tages das gleiche Glück spüren kannst. Es war ein Moment, der sich für immer in Keines Erinnerung manifestierte. Eine perfekte Mischung aus Stolz, Liebe und Freude, die ein lebenslanges Andenken erzeugte. Sie schwor sich, diesen Moment niemals zu vergessen, niemals die alte Frau zu vergessen, die ihr einen Platz in dieser Welt ermöglichte. Zeit vergeht, Menschen und Erinnerung kommen und gehen, wie Geister, die durch eine Halle streifen. Aber dieser Moment wird anders sein, schwor Keine sich, weil ich mich für immer an ihnen erinnern werde. Für immer. Keines Träume, Trenno Keine lauschte dem Klang des knisternden Feuerholzes und starrte das schwarze Objekt auf ihrem Teller an. Sie hatte es schon gut zehn Minuten lang über den Holzteller geschoben und ignorierte den belustigen Blick ihrer Großmutter. Schließlich nahm sie ihren Mut zusammen und roch kurz daran. Ein scharfer, bitterer Geruch stieg in die Nase und setzte sich darin fest, worauf sie angewidert ihr Gesicht verzog. Großmutter, ich kann nicht fassen, dass du willst, dass ich einen Käfer esse. Die alte Frau legte etwas Feuerholz für den Kochtopf nach und schnaubte. Es ist kein Käfer, du dummes Mädchen. Es ist eine Beere. Warum zur Hölle sollte ich dich mit Käfern füttern? Tja nun, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Käfer, sagte Keine. Und ich glaube, es ist verbrannt oder so. Das ist fürchterlich stinkt. Daraufhin hielt sich Keine die Nase zu und warf sich die Beere in den Mund, wobei sie so wenig wie möglich kaute. Oh ja, das schmeckt grauenhaft. Du kleine Göre, lachte die alte Frau. Wie frech du doch geworden bist. Du hast ganz eindeutig zu viel Zeit mit mir verbracht. Fünf Jahre waren vergangen seit Keines Großmutter, die von ihrem Peinigern gerettet hatte. Oft bei zwei sturen Menschen war ihr Verhältnis zuweilen etwas stürmig, aber entwickelte sie sich dennoch in eine gute Richtung. Mahlzeiten, die einst düstere Angelegenheiten waren, waren nun gleichermaßen mit Lachen und Wüstenbeschimpfungen erfüllt. Keine konnte sich an keine glücklicheren Tage erinnern. Im Laufe der Jahre übernahm Keine mehr und mehr der täglichen Verantwortung. Die Beine ihrer Großmutter wurden mit jedem Tag schwächer und viele einst selbstverständliche Hausarbeiten konnte sie nicht länger übernehmen. Und so schnürte sich Keine an diesem Morgen die Arbeitsstiefel zu, mit nichts als einer verbrannten Beere zum Frühstück in ihrem Magen. »Wo gehst du heute hin?« fragte Großmutter plötzlich. Keine schaute überrascht auf. Die alte Frau fragte kaum noch nach solchen Einzelheiten. »Nun, ich wollte mal zu den Kälmerbäumen gehen und nachsehen, ob sie schon Früchte tragen. Ich dachte, wir könnten Marmelade oder so machen. Ach, und ich werde ein paar Steinplatten sammeln. Daher muss ich die Schubkarre mitnehmen.« »Steinplatten? Was zu her lasst du damit vor?« Eine starrte ihre Großmutter an, streckte dann den Arm aus und fegte damit durch ihr Haus. Da es überwiegend aus Stoff und Seilen bestand, sagte es wie ein Boxer in der letzten Runde in sich zusammen. »Großmutter, eine sterbende Katze könnte sich durch dieses Haus fressen. Ich werde eine Steinmauer bauen, damit wir ein wenig Schutz haben.« Die alte Frau lachte und präsentierte der Welt dabei ihr zahnloses Grinsen. »Bedammt Mädchen, wenn ein Haufen Diebe diesen alten Ort plündern wollte, dann lass sie kommen. Wir haben ohnehin nichts Wertvolles hier.« »Ich habe keine Angst vor Dieben. Ich mache mir Sorgen wegen der Schatten. Die Leute haben gestern ein Westlicht des Dorfes gesehen.« Die alte Frau legte ihren Kopf schräg und blickte ihre Enkelin an. »Nun raus mit der Sprache. Ich verstehe nicht, warum du das heute tun musst. Wir können das auch an einem anderen Tag machen.« »Großmutter, nein. Wenn ich nicht zu den Kämmerbäumen gehe, werden wir heute Abend nichts zu essen haben. Das weißt du.« Ein verwirrter Ausdruck huschte über das Gesicht der alten Frau und für einen Augenblick schien sie wie ein kleines Kind, das sich auf dem Jahrmarkt verlaufen hat. »Ja«, sagte sie nach einer Weile. »Ja, natürlich, du hast recht. Tut mir leid, keiner. In letzter Zeit scheint mein Verstand...« »Hallo, Kollateral.« »Neinem, meine Wichtigkeit der Liebe.« »Tag auch hier.« »Network.« »Hur, Kollater, Mann, äh...« »Ich weiß, ich kann die Hände mir zu nehmen.« »Tam jetzt noch jemanden verpasst.« »Ich bin so im Ü worth- und lesen...« »Neinem, okay...« »Heute geimpft.« »Einem, sehr schön.« »Neinem, das ist gut.« » Clinic. »Neinem, das geht nicht.« »Neinem, ich bin ja, es ist ja nicht möglich.« Lisa will da dann nie wieder was lesen. Geht schon. Du wirst bald schon eine richtige Frau sein, sagte Großmutter, während sie dem Mädchen die Blumen ins Haar steckte. Das bedeutet weniger Rede über Schatten und Mauern und mehr darüber, wie wunderschön du geworden bist. Genervt schickte sich keiner an, den Kranz abzunehmen, aber der Gesichtsausdruck ihrer Großmutter hielt ihre Hand davon ab. Du bist ein wunderschönes Ding, sagte die alte Frau, und es gibt dich nur einmal in dieser Welt. Ich bin sehr stolz auf dich. Also gut, Großmutter, das reicht an verdammten Komplimenten für einen Tag. Welch ein Mundwerk? Woher kommt das bloß? Ja, das frage ich mich auch. Ich werde dir die Frechheiten austreiben, schrie die Großmutter. Plötzlich taumelte sie nach vorne, ergriff Keine bei den Ohren und zog sie mit einem irren Grinsen durch den Raum. Großmutter rief Keine mit zitternder Stimme. Großmutter, hör auf, was zur Hölle soll das? Die alte Frau blickte sie an und blinzelte. Dann streckte sie langsam ihre schrumpeligen Hände aus, als würde sie sie zum ersten Mal sehen. Oh, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Tut mir leid, Kind. Manchmal ist mein Verstand einfach... Keine dachte, dass der Gesichtsausdruck ihrer Großmutter das herzerreißendste war, das sie jemals gesehen hatte. Hör zu, fing sie an. Vielleicht sollte ich doch zu Hause bleiben. Nein, ich will nicht, dass du hier bleibst, um ein Auge auf ein altes Weib wie mich zu werfen. Geh, äh, du deine Früchte und deine Mauer und was sonst noch holen. Ich komm schon zurecht. Und wenn du zurückkommst, warte ich mit einem leckeren Abendessen aus Grashüpfern auf dich. Keine rollte mit den Augen, küsste ihre Großmutter auf die Stirn und machte sich fertig zum Gehen. Wobei sie verzweifelt versuchte, die Sorgen, die ihr an ihrem Herzen nagten, zu ignorieren. Keine konnte spüren, dass die Augen der alten Frau sie beobachteten, als sie den Weg hinunterging. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, sagte sie zu sich selbst, aber schließlich war die Versuchung zu groß. Sie drehte sich für einen letzten Blick auf den Absatz um und sah eine kleine, gebückte Frau mit einem traurigen Gesichtsausdruck von einer Bruchbude stehen. Gute Götter, sie sieht inzwischen so alt aus, als ob der Wind sie einfach erfassen und davon tragen könnte. Keine machte sich den ganzen Tag über Sorgen um ihre Großmutter, worunter ihre Arbeit litt. Die wenigen Früchte, die sie auflas, warf sie achtlos in die Schubkarre und sie fand lediglich ein paar Steine, bevor sie das Interesse an diesem Projekt verlor. Als es anfing zu dämmern, beschloss sie es, gut sein zu lassen. Keine verfluchte sich selbst für ihren Mangel an Konzentration und schob die fast leere Schubkarre den Weg zurück. Als sie den Gipfel des letzten Hügels erreichte, erstarrte sie plötzlich. Die Schubkarre entglitt ihren Fingern und fiel auf die Seite, sodass die wenigen schrumpeligen Braunfrüchte den Hügel hinabrollten. Ihr Blick war auf eine dicke, schwarze Wolke fixiert, die am nahen Horizont schwebte. Als sie ihren Weg mit einem Finger verfolgte, spürte Keine plötzlich, wie sich ihr Magen zusammenzog. Nein, gute Götter, nein! Das Haus ihrer Großmutter brannte lichterloh. Das Feuer türmte sich auf, als ob er versuchte, den Himmel zu erreichen. Großmutter, Großmutter! Keine rannte los, schneller als sie sich je in ihrem Leben bewegt hatte. Einmal stolperte sie über einen Stein und fiel auf den felsigen Boden, aber sie sprang wieder auf und rannte weiter, das Blut, das aus ihren verletzten Knien und Händen lief, ignorierend. Oh Mann. Je näher sie kam, desto mehr überschlugen sich keines Gedanken. Es ist zu dunkel, es ist zu dunkel, es ist nicht nur Feuer. Es kann kein Feuer sein, zu viel Rauch. Ich muss sie retten, muss sie retten! Sie platzte in den Vorhof und machte abrupt Hals. Ihre schlimmsten Vermutungen bestätigten sich. Der Rauch des Feuers vermischte sich mit dem dicksten Schwärzen eines enormen Schattens. Die gewaltige Kreatur stand auf drei verdrehten Füßen und hielt das Gleichgewicht mit ihrem großen, gepanzerten Schwanz. Schuppen, Hörnern, Klauen entsprangen ihrem Körper in einem willkürlichen, chaotischen Muster und gaben ihr das Aussehen einer von einem verrückten Gott geschaffenen Echse. Als der Schatten keine erblickte, stieß er ein Brüllen aus und schlug mit dem Schwanz auf den Boden, worauf sich kleine Wirbelwinde ihren Weg durch den Hof bahnten. Für einen Moment lang verschwand die Kreatur in einer schimmernden Schwärze, als könnte ihr Verstand nicht erfassen, dass ein solches Wesen tatsächlich existiert. Aber dann drang ihr der Geruch, eine Mischung aus verdorbenem Fleisch und Exkrementen, in die Nase und der Schrecken wurde wieder real. Die Kreatur brüllte erneut und dieses Mal antwortete keine mit einem eigenen Aufschrei. Also gut, du Bastard, dachte sie, während ihr Schrei von den hohen Klippen von Adlerhorst reflektiert wurde. Du oder ich, auf geht's! Der Schatten musterte keine mit irritiertem Interesse. Dann begann er abwechselnd von ihr zum Haus und wieder zurückzuschauen, als wollte er sie dazu drängen, sich die Zerstörung anzuschauen, die er so schadenfroh vollbracht hatte. Mit zunehmender Furcht im Herzen blickte Keine zum Haus hinüber. Durch den Rauch und den Flammen konnte sie eine kleine Gestalt erkennen, die versuchte, der Ruine zu entfliehen. Großmutter! Als ihre Stimme erklang, fing die alte Frau wild zu winken an. Sie lebt, dachte Keine, sie lebt! Keines Beine waren wie neu geboren, als sie über den Hof zum flammenden Wrack des Hauses sprintete. Bevor sie sich mehr als ein paar Schritte nähern konnte, öffnete der Schatten seinen Maul und stieß einen Markerschütternden Schrei aus, der stark genug war, um Bäume ausreißen und durch die Luft zu wirbeln. Ich kann ihn langsam nicht mehr lesen. Hallo, Flauschi! Ein Hörbuch? Ja, geht jetzt leider eine Weile. Aber trotzdem ist es sehr spannend. Also die Geschichte ist trotzdem sehr spannend. Die Druckwelle schleuderte Keine hoch und schmetterte sie auf den felsigen Boden. Sie sah Sterne vor ihren Augen, während sie versuchte, sich zu erinnern, wie ihre Beine funktionieren. Steh auf! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Sofort! Während Keine sich wieder auf die Beine kämpfte, stampfte der Schatten zum Haus und drückte ihre Großmutter mit der Spitze seiner Klauen zu Boden. Die alte Frau mühte sich, die Klaue von ihrem Bauch zu schieben, aber sie hatte genauso gut versuchen können, einen Berg zu versetzen. Sie hustete kurz, wobei sie ein wenig Blut ausspuckte und fiel dann auf dem Boden zusammen. Keine rappelte sich auf, aber fiel direkt wieder keuchend zu Boden. Ihre Knöchel brannten, einer davon war ganz sicher gebrochen. Den Schmerz ignorierend, der ihren Körper zerriss, begann sie, sich selbst über den Boden zu ziehen, wobei sie eine Spur aus Staub und Blut hinterließ. Großmutter, halte durch! Nur noch ein bisschen! Das Gesicht ihrer Großmutter färbte sich blau und ihre Augen verdrehten sich, sodass nur noch das Weiße zu sehen war. Keine kroch mit einer Langsamkeit über den Boden, die sie verrückt machte. Die Entfernung schien mit jeder Sekunde zuzunehmen. Der Schatten blickte von Frau zu Frau und schnalzte mit der Zunge, während sich sein riesiges Maul zu einem Lächeln verzerrte. Kurze, hechelnde Atemzüge erklangen irgendwo aus einem tiefen Inneren. Bastard! Über uns zu lachen! Sie hatte keine Ahnung, wie solch eine Kreatur ohne Intelligenz Emotionen haben konnte, aber es gab keine Zweifel, dass dieser Schatten gefallen an ihrem Leiden fand. Ja, ich erkenne deinen Plan. Der Schatten bewegte seine Klaue ein wenig, sodass die Großmutter wieder atmen konnte. Er hielt sie ganz eindeutig am Leben, nur damit er es ihr wieder nehmen könnte, wenn Keine nah genug war, um sie zu berühren. Ich werde diesen Bastard töten. Keine nahm alle Kraft zusammen und stellte sich auf die Füße. Ihr rechter Knöchel gab ein grauenvolles Knacken von sich, während sich ihr Fuß nach hinten verdrehte. Aber sie zwang sich, es zu ignorieren und humpelte in Richtung des Monsters. Sie zog ein kurzes Messer aus der Tasche an ihrer Hüfte, sprang auf den Fuß, der ihre Großmutter gefangen hielt. Er sprang auf den Fuß, der ihre Großmutter gefangen hielt und stieß die Waffe tief hinein. Gib sie zurück, schrie sie, gib sie mir zurück. Es war, als würde man auf einem Stein einstechen. Nach einigen Hieben zerbrach das Messer mit einem dumpfen Geräusch am Griff. Der Schatten lachte noch einmal, hob seinen Schwanz und ließ ihn auf das junge Mädchen niederkrachen, das sich an seinen Fuß klammerte. Keiner hatte keine Chance. Der Schwanz traf sie genau auf der Brust und warf sie in die brennenden Überreste ihres Hauses. Scheiße, das ist gerade ernst. Während sie mit zahlreichen blutenden Wunden auf dem Boden lag, hörte sie eine leise, schwache Stimme zu ihr sprechen. Keine? Keine Sicht verschwamm, aber sie zwang sich, sich auf das Geräusch zu konzentrieren. Sich auf das Geräusch zu konzentrieren. Schließlich konnte sie die Hände ihrer Großmutter ausmachen, die sich durch den Rauch entgegen streckten. Großmutter? Keine, du musst wegrennen. Diesen kannst du nicht besiegen. Keine ergriff die Hände und hielt sie mit aller Kraft fest. Großmutter, komm schon, wir müssen gehen. Die alte Frau hustete laut. Einer ihrer Hände glitschte vor Blut, entglitt keines Griff und schlug auf den Boden. Großmutter, nein, nein! Ich sagte, renn weg, verdammt, du musst leben, du musst jetzt durch. Der Gedanke blieb für immer unvollendet. Bevor sie noch etwas sagen konnte, kam der Fraß, äh, der Fuß des Schattens mit einer Kralle herunter, zermalmte die Überreste des Dachs und landete auf dem Körper der alten Frau. Blut quollt zwischen den Zehen der Kreatur hindurch, während keine erneut der widerliche, verfaulte Geruch in die Nase stieg. Sie starrte sprachlos auf den Fuß, überzeugt davon, dass das, was sie sah, nicht real sein könnte. Als die Kreatur endlich ihre Gliedmassen wiederhob, war darunter nichts außer einem Haufen roter Masse übrig. Ihre Großmutter war tot. Keine blinzelte und versuchte, die Hände zu spüren, die sie noch vor kurzem in Ehren hielt. Einen flüchtigen Moment konnte sie sich an die Wärme dieser Umarmung und das Zittern der Finger erinnern, aber dann war das Gefühl wie vom Winde verweht und verschwunden. Erinnerungen wurden in Keine wach, eine nach der anderen, schneller und schneller, bis sie zu einem bedeutungslosen Lärm verkamen. Keine schrie auf, ein donnernder Klang, äh, donnernder Klang, der von den Klippen reflektiert wurde und für immer weiter getragen zu werden schien. Der Schatten beugte sich nach vorn, ein eitriges Sekret lief aus seinem Maul und löste sich auf dem Boden im Rauch auf. Die Erde bebte bei jedem Schritt, den er auf seine Beute zumachte. Keines Körper erhob sich langsam, als würde er von einem irrenen Puppenspieler kontrolliert. Ihre Arme und Beine waren in unmöglichen Winkeln verbogen, ihr Kopf hing gefährlich zur Seite, dennoch schaffte sie es, irgendwie zu stehen. Sie starrte den Schatten an und ihre Augen begannen mit einem tiefroten Feuer zu brennen. Die Kreatur, die noch kurz zuvor so selbstbewusst war, machte einen langsamen, zögerlichen Schritt zurück und versuchte zu erkennen, ob dieser gebrochene Mensch möglicherweise eine Gefahr darstellen könnte. Keine ergriff den Moment mit einem wahnsinnigen Lachen, sprang sie durch die Luft und stach mit einem gebrochenen Griff ihres Messers tief ins Bein des Schattens. Der Schatten schüttelte Keine wie eine Fliege ab und schleuderte sie sie einmal mehr zu Boden. Ihre Brust hob und senkte sich langsam, als würde eine schwere Last auf ihr liegen. Klamme Schmerzschreie heilten in ihrem Kopf. Etwas Warmes und Dickflüssiges tropfte ihr aus den Ohren. Ist das Blut? Ich denke, ja. Ich denke, ich verblute. Nein, kann nicht, kann nicht sterben. Großmutter wollte, dass ich lebe. Tief im Inneren von keines Verstand zerbrach schließlich etwas. Die Geräusche, der Schmerz, der Rauch und die Flammen. All dies verschwand, bis nur noch eine einzige Beschwörungsformel vorhanden war, die sich ein ums andere Mal wiederholte. Töte ihn, 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 töte ihn. Töte ihn sofort! Dort, während der Funke, der keine war, langsam zu flackern und zu sterben begann, spürte sie, wie ihr Wunsch zu töten und ihr Wunsch zu leben eins wurde. Theresa! Die Zeit zwischen ihrem Herzschlägen wurde länger und länger und länger. Die Arme. The Beast of Perches! Oh, I know. The Beast of Perches! So, ich hoffe, euch hat das Lesen gefallen. Puh. Stimmt ja, der hat ja ein anderes Outfit an. Stimmt ja. Mehr davon, nein! Die Großmutter wurde einfach zerquetscht. Ich kann sowas, ich sehe sowas direkt bildlich. Ist das Spiel irgendwie lauter geworden, oder? Mehr, mehr! Das müsste ja dem Spiel sein. Nicht nur du. Ja, ich habe das alles bildlich gesehen. Auch das Leid und die Trauer von keiner und die Angst und... Ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie voll laut geworden. Spiel, gib uns mir Texte. Ja, so acht Stunden Lesen einfach. Okay. Zieh ich durch. Begegnung. Es geht weiter, uh! Yes! Scheiße! Bastardspiel! So, jetzt fange ich auch an zu fluchen. Sanft, schwach, weich. Der Schatten war sicher, dass sein Peiniger nicht mehr lebte, drehte sich um und stampfte in Richtung Horizont. Unterwegs hielt er an, um ein letztes Brüllen hören zu lassen. Konnte ihn nicht töten. Aufs Äußerste beschämt, wollte Keine ihren Kopf zur Seite drehen, hustete dabei aber lediglich Blut aus. Es war beschwerlich, etwas zu sehen, und erst nachdem sie sich eine Weile konzentrierte, bemerkte sie, dass ihr linkes Auge fort war. In sich hineinlachend, richtete sie ihr verbliebenes Auge auf die Ruinen ihres Hauses und bemerkte einen abgerissenen Armstumpf, der einen Meter entfernt lag. Ja, das ist meiner, dachte sie mit einem irren Kichern. Das wird das Klatschen zu einer kniffligen Angelegenheit machen. Wow, noch diese doofen Witze hier. Ja, jetzt kannst du nicht mehr klatschen, ne? Schön gelesen, ich habe auch mal 15 Minuten lang was Verton gelesen. Wollte schon fragen, ob ihr den auch noch frönen holt. Macht Spaß, das freut mich sehr. Das ist schön, wenn sich die Mühe hier lohnt. Das gehört halt aber zur Story, das wäre echt schade, wenn man sowas einfach überspringt. Ja. Ähm. Ha, schrie eine plötzliche Stimme aus den Tiefen ihres Verstandes. Endlich stirbst du, wie? Tja, du hast es ja so gewollt. Fahr zur Hölle, Dimo, dachte sie gegenüber dem unsichtbaren Angreifer. Fahr zur Hölle, bevor ich dir die Augen ausreiße und sie an einem Hund verfüttere. Die Stimme ihres Kindheitstraumers löste sich im Rauch auf, nur um von einer anderen, erst kürzlich vernommenen Stimme ersetzt zu werden. Halte still, sagte der Apotheker, der wie ein Geist aus den Ruinen erschien. Ich möchte dich malen, so wirst du ewig weiterleben. Nein, halt, ich will nicht ewig leben. Ich möchte gleich hier sterben. Verstehe, sagte er leise. Nun, wie du willst. Der geisterhafte Ladenbesitzer schwankte für einen Moment zwischen den Welten, zog dann ein Blatt Papier hervor und skizzierte schnell. Sekunden später hielt er keine die Seite hin und lächelte. Da du mein Angebot abgelehnt hast, habe ich mich entschieden, jemand anderen zu zeichnen. Es war ein Bild ihrer Großmutter, lebensecht. Keine öffnete ihren Mund, um dem Mann zu danken, aber hielt inne, als das Bild in der Mitte anfing schwarz zu werden. Bevor sie etwas sagen konnte, schwärmten Tausende von vielbeinigen Insekten über das Bild und zerfetzten es mit scharfen Zangen. Halt nicht, tut dem Bild nicht weh! Keine streckte ihren verbleibenden Arm aus und wedelte vergeblich mit ihm in der Luft. Zu ihrem Erstaunen fielen die Insekten aus dem Bild zu Boden und lösten sich dort in schwarzem Rauch auf. Erleichtert richtete Keine ihr gutes Auge wieder auf das Bild und öffnete ihren Mund für ein Stummschrei. Die Zeichnung zeigte Großmutter nun, wie sie wirklich war. Ein zerquetschter, nicht wieder zu erkennender Haufen nichts. Alter! Gemein! Der Apotheker lächelte und machte ein Freudentänzchen. Siehst du das? rief der Apotheker, während er tanzte. Nun ist es perfekt. Sie sieht genauso aus wie du! Ha 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 ha! So sehe ich aus? Oh Gott, oh Gott, ich werde sterben! Ich werde sterben! Verzweifelt legte Keine ihren Kopf zurück in den Matsch und Rauch ihres zerstörten Hauses und wartete auf das Ende. Aber kurz bevor sie sich vollends aufgab, begann eine ihr unbekannte Stimme ins Ohr zu flüstern. Hast du keinen Wunsch, Sonnenschein? Die Stimme war vulgär und grimmig zugleich, als ob der Wahnsinn einen Weg gefunden hätte, Gestalt anzunehmen. Keine wollte schreien, als die Stimme ihr unter die Haut ging, aber ihre Lungen versagten ihrer Arbeit. Du weißt schon, ein Wunsch, wie ein Gebet oder so. Warum kniest du nicht nieder und fängst an zu beten? Bitte, unsichtbarer Mann im Himmel, rette mich! Rette mich! Ha 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 ha! Keine verlegte sich schließlich darauf, die Stimme in ihrem Verstand anzuschreien. Ich habe keine Wünsche, sie werden nicht wahr für mich. Ich bin ein Fluch, ein Freak. Sollte sterben. Die andere Stimme dröhnte in ihren Ohren. Mu ha ha ha! Oh mein Gott, du bist die Beste! Keine blickte nach unten und sah eine schwarze, glänzende Substanz aus ihrem Bein austreten. Sie versuchte, sie wegzuwischen, aber ihr verbliebener Arm gehorchte ihr nicht länger. Die Substanz kroch langsam um ihre Füße und machte sich dann auf den Weg nach oben zu ihrem restlichen Körper. Ist das der Tod? Ist der so? Oder verliere ich gerade den Verstand? Sie spürte, wie der Schleim nach oben kroch. Sie spürte den sengenden Schmerz, den er mit sich brachte. Was auch immer sonst noch passieren würde, sie war am Leben und das hier war real. Komm schon, sagte die Stimme, lass es geschehen. Keine versuchte, die Stimme zu ignorieren und sich auf den Schmerz zu konzentrieren, aber der Neueinkömmling ließ nicht locker. Ignorier mich nicht, Sonnschein! Du bist bereit aufzugeben, bereit zu sterben, also warum überlässt du ihn mir nicht? Lass überlassen. Dein Körper, komm schon, gib ihn mir! Gib ihn mir! Ich will auf dem Boden stehen, den Regen spüren, den Wind schmecken. Die Stimme hielt einen Moment inne, wie um sich über die Lippen zu lecken. Als sie fortfuhr, war sie von unvermindert verrückter Freude erfüllt. Gott, ich möchte deine Hände nehmen und damit das verdammte Leben aus den Leuten herausquetschen. Ich möchte ihre Kehlen rausreißen und in ihrem Blut baden, genau wie zuvor. In der Widerung darauf legte Keine ihren Kopf zur Seite und übergab sich. Die Wärme kroch an ihr herunter und vermischte sich mit dem Schmerz des eindringenden schwarzen Schlammes. Bist du ein Schatten? Ach, 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 ja, vielleicht. Was macht das schon? Der Schleim erreichte ihr Gesicht, kroch in die Nase und floss langsam in die Augenhöhlen ihres fehlenden Auges. Als sie ihr Gehirn berührte, durchfuhr Keine ein mächtiges Gefühl, das sie noch nie im Leben empfunden hatte. Es war ekstatisch. Oh Gott. Sie wollte schreien vor Freude, brachte aber lediglich ein leises Stöhnen hervor. Oh, jetzt geht's aber los hier! Fühlt sich gut an, nicht wahr? fragte die Stimme mit einem Glucksen. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, wie man Frauen beglückt. Ähm. Muss ich weiterlesen? Komm schon, gib mir den Körper und ich verschaffe dir mehr von diesem Gefühl. Es ist ein fairer Tausch. Ein schwarzer Klumpen wölbte sich aus keines Seite heraus, während sie ihn beobachtete. Wurde er länger und dicker und nahm schließlich die Form ihres fehlenden Armes an. Ich kann besser sehen, dachte sie. Mein Auge wächs war ebenfalls nach. Der Schleim kroch weiter hoch, um den Rest ihres Gesichtes einzuschließen. Aber sie konnte ihn wegwischen. Stopp! flüsterte sie, staunt darüber, ihre Stimme wiedergewonnen zu haben. Stopp! Der schwarze Schlamm zögerte, als ob ihre Aufforderung überdenken würde, und kroch dann schnell ihren Körper hinab, bevor er in einer Rauchwolke verschwand. Ach, was zur Hölle sonst sein, schrie die Stimme. Wir hatten eine Abmachung. Ich dachte, du wolltest sterben. Großmutter hat gesagt, ich darf noch nicht sterben. Kurzzeitig erschien ihr ein Bild ihrer Großmutter vor den Augen. Blut überströmt und gebrochen. Sie sah den Schatten, der sie getötet hatte, und hörte sein spottelndes Gelächter. Dann schloss sie die Augen und verbannte das Bild aus ihrem Geist. Ihr ganzer Körper bebte vor Wut. Als sie ihre Augen wieder öffnete, blühten sie hellrot. Dieses Ding hat meine Großmutter umgebracht. Ich muss es töten, bevor ich sterbe. Keine blickte nach unten und sah ein mysteriöses Muster. Das Muster der Schatten, das sich in ihrem linken Arm eingebrannte. Tja, ich soll verdammt sein, sagte die Stimme fröhlich. Sieh dir das an, Sonnenschein. Ich glaube, du und ich werden gute Freunde werden. Keine starrte aufmerksam auf ihrem Arm. Je emotionaler sie sich fühlte, desto mehr schien die Zeichen ihrer Haut zu durchdringen und den Rest ihres Körpers zu infizieren. Der Arm hatte nun ganz eindeutig einen eigenen Willen. Stopp, das muss aufhören. Ihren linken Arm mit der rechten festhaltend, holte keine Tiefluft und versuchte, sich zu beruhigen. Komm schon, kämpfe nicht dagegen an, bat die Stimme. Hass ist mein Leibgericht und ich habe Hunger. Ehre dich nicht, fühle die Wut, brenne mit dem Feuer der Rache, dürfe nach Blut und dann geh da raus und... Halt's Maul, halt's Maul und verschwinde verdammt nochmal aus meinem Körper. Dein Körper? Oh, das ist interessant, Sonnenschein. Wirklich interessant. Schau, warum stirbst du nicht einfach, damit ich diesen Körper für mich alleine haben kann? Was meinst du? Ich wette, deine Freundin Adlerhorst würden sich freuen, wenn du tot bist. Keiner ergriff eine Glasscherbe in der Nähe und versuchte, den vom Schatten infizierten Teil ihrer Seite abzusägen. Ehe sie dies tun konnte, schnappte sich ihr dunkler linker Arm, ihr rechtes Handgelenk und quetschte es. Keine schrie auf und ließ die Scherbe fallen, während die Luft vom Klang von Knochen, die aufeinander trafen, erfüllt war. Ha, 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 dummes kleines Mädchen, du bist nun besessen, Sonnenschein, und es gibt kein Zurück. Die Stimme lachte erneut, ein lautes, langes Heulen, das kein Ende zu nehmen schien. Besessen? flüsterte Keine. Ja, besessen, du und ich. Wir haben jetzt eine Art Übereinkunft über eine Zeitzeit-Nutzung deines Körpers. Erinnerst du dich, wie die Leute dachten, du wärst ein Freak? Tja, warte ab, bis sie dich jetzt sehen. Keine blickte auf, Tränen in ihren Augen, der Himmel schien irgendwie kleiner, dunkler. Ist das wegen diesem Schatten? Sehen sie die Welt so? Also hör zu, säuselte die Stimme. Ich weiß, dass diese ganze Sache mit der Besessenheit und so recht plötzlich, äh, was? Warte, ich weiß, dass diese ganze Sache mit der Besessenheit und so recht plötzlich kommt, aber sie ist nicht nur schlecht, sie bietet dir auch einiges. Ich bin äußerst eine mächtige Kreatur, Sonnenschein, und diese Macht gehört nun dir. Du hast Feine, Menschen, die du töten möchtest? Ich kann das geschehen lassen. Diese fette, dieses fette kleine Kind, das dich ständig ärgert? Dieser große alte Schatten, der deine Großmutter zerquetscht hat? Wir werden ihn gehörig den Arsch aufreißen. Niemand wird dich mehr missbrauchen, Sonnenschein, keine Schmerzen mehr. Warte mal, sagte Keine. Du bist ein Schatten, warum solltest du mir helfen, einen anderen Schatten zu töten? Wieso? Denkst du etwa, ich wäre eine Art Rassist oder ein Mörder mit Stil? Es ist interessant mit, äh, mich, ähm... Es interessiert mich ein Dreck, wie du tötest, Honighöschen. Honighöschen? Was? Ich will einfach nur vom Brunnen kosten. Vom Honighöschen? Was? Oh je. Hm. Oh Gott, ey. Keine dachte darüber nach, während sie sich wieder auf die Beine kämpfte, um die Macht des Schattens, ähm, durch sie... Ich kann langsam nicht mehr lesen. Auf die Beine kämpfte, um die Macht des Schattens durch sie jagte. Der Rauch aus ihrem Haus wurde vom Wind weggeweht und sie genoss die kühle Abendbrise, die über ihren neuen linken Arm strich. Nach einer langen Pause sprach die Stimme wieder. Also, ähm, wie sieht's aus? Du und ich? Wir könnten eine tolle Zeit zusammen haben. Sieh mal, ich werde sogar den blutigen Teil übernehmen, wenn du nicht... Verpiss dich, Arschloch! Stammelte... Keine. Ich übernehme das Töten. Muhahaha, kreiste die Stimme. Sieh mal an. Ach, Sonnstein, wir werden so viel Spaß haben. Also hör zu, mein Name ist Tyron. Wenn du mich jemals brauchst, ich hänge in diesem Stück Fleisch rum, das du Herz nennst. Nun mach dich ein Zwerg. Je mehr du tötest, desto verfault und verdorbener wird dein Herz. Und ich mag verfault und verdorben. Keine nickte der Stimme zu. Ja, sagte sie. Ja, ich denke, das kann funktionieren. Ich werde diesen Schatten finden und ich werde ihn mit seinen eigenen Eingeweiden erwürgen. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich das Gleiche mit dir machen, Tyron. Verlass dich drauf. Ha, lachte Tyron. Ich habe schon größere Haufen als du gemacht. Also viel Glück damit. Ach, und eine Sache noch. Im Moment teilen wir uns diesen Körper, aber solltest du jemals keinen Hass mehr verspüren, wenn du jemals, du weißt schon, weich wirst, dann werde ich ihn ganz übernehmen. Also immer schön töten, Sonnenschein, und pass auf dich auf. Die Stimme wurde schwächer und verschwand allmählich. Irgendwo tief im Inneren von Keine. Keine wartete, bis die Stimme fort war und schwenkte dann ihren neuen linken Arm ein paar Mal. Er fühlt sich völlig normal an, dachte sie. Er fühlt sich wie meiner an. Verzweifelt stocherte und stupste sie an den neuen Gliedmaßen herum, fest und schlossen herauszufinden, was damit nicht stimmte. Sie wollte nicht, dass es sich normal anfühlt. Das würde bedeuten, die Kreaturen in ihrem Inneren hätte bereits gewonnen. Ich bin kein Schatten, ich bin keine. Während sie dieses Mantra im Geiste wiederholte, begann sie sich langsam durch den Schutt ihres Hauses zu wühlen, wobei sie sorgfältig darauf achtete, einen gewissen roten Fleck in der Ecke zu ignorieren. Nach einer gefühlten Ewigkeit herzerreißender Arbeit fand sie schließlich, wonach sie gesucht hatte. Es war der Kranz aus Mondtränen. Obwohl er durch die Hölle und zurückgegangen war, leuchteten die Blätter des Schmuckstücks so hell wie immer. Keine fing an, ihn sich ins Haar zu stecken, nahm den Kranz dann aber langsam wieder ab und starrte ihn an. Es tut mir leid, Großmutter, es tut mir so leid. Aber ich verdiene es nicht mehr, sie zu tragen. Ich bin besessen, verdorben, ein Freak. Und dieses Mal gibt es kein Zurück, glaube ich. Keine hielt sich die Blume ins Herz, fiel zu Boden und schluchzte. Während die Nacht allmählich zur Dämmerung überging und die Menschen Adlerhorst ihren Alltag nachging, verharrte sie in dieser Position, als könnten ihre Tränen irgendwie den Schrecken, der ihre Welt nun befiel, fortwaschen. Er war klar, dass sich der Begriff amüsiert. Keine, du musst leben. Deswegen sind keines arme und ihre Beine komplett bandagiert. Was sie durchgemacht hat, ne? Boah. Das ist ein DLC-Kostüm. Von ihr Otto-Mann. Versteht ihr? Das ist mein neues Lieblingswort, toll. Das ist mein neues Lieblingswort, toll. Das ist mein neues Lieblingswort, aber ich habe versucht. Nein, das ist großartig. Danke. Keine, wachst von ihrem langen, schluchten Leben. Mehl's unflagging Kindness. Unsere Reunion war ein glückliches Mal. Und wir lassen es uns über uns wie die Reine wachen. Das war es, bis Devola und Popola mussten es alles verurteilen. Bist du schuldig? Du kannst nicht ernst sein. Bitte, versuchst es, zu verstehen. Die Menschen sind schuldig und schuldig. Und ich bin sorry. Ich bin sorry, dass du das bricht hast. Ich mach mal gleich den Einhandeln hier auf, damit ich so groß weiß, muss ich es nicht. Okay. Also das kennen wir ja schon vom Hauptseil, also vom ersten Run. Oh, jetzt krieg ich schluck auf. Ich glaube, jetzt ist ganz normal spielen, ja? Für den Run hier. Also nicht skippen. Mhm. In the end, I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaine and Emils situation myself. Kommst du zurück, Nino? I should apologize to Kaine and Emils. But what good would that even do? I got a fire going out. Wait, is that... I'm so happy to get to talk to you again, Kaine. Okay. Yeah, me too. I tried everything I could think of to save you, you know. I polished you with a special cloth. I poured warm water over you. I... Wait, you poured water on me? Damit du nass bist. Yeah. But it didn't really do much except make you all shiny. Also Montage. Boah, ich auch. Sonntag und Montag sind nicht so meine Lieblingstage. Okay, Emil. Thanks for saving me. I guess you noticed how I look... different now. I'm sorry, Emil. I'm sorry for all of it. Well, I mean, this new form isn't all bad, you know? At least I can look at you when we talk, right? Hey, so... Why don't you tell me something about yourself? I'm not very interesting. Sorry. Come on. I just wanna know you better. Please? Kaine. This all happened when I was a kid. Before the whole... Shade possession thing. My body is... different. And when the villagers found out about it, they started treating me like a freak. But one person, my grandmother, accepted me just as I was. No matter how bad things got, she gave me the strength to keep going. She's really special to you, huh? Yeah. Oh, hey! That gives me an idea. Since we cured your petrification, we should start looking for a way to cure your possession and my body. I know we can do it if we all work together. Heck! It'll probably be super easy. Let me guess. More warm water? Okay. Can we just forget I told you about that? So it's a different... Let's just do it. Let me just remember. The new game plus and it's going the grind. The grind is never too fast. But I'm interested in all the other information and so. Das ist ja wie ein Nier-Automater, ne? Mit den ganzen drei Millionen Enden, ey. Boah. Habe ich euch auch gemacht. Ich würde auch gerne warmes Wasser auf keine kippen. Ich will kaltes Wasser auf ihr kippen. Aus Gründen. Ach, das ging jetzt mit dem Lesen. Das war ja sehr interessant, der Text. Goldene Mondblume. Lol, das Laden unten. Oh, wie geil. Oh, sehr cool. Möchtest du durch diese Tür treten? Wenn du diesen Punkt überschreiten kannst, kannst du erst nach Kampfend wieder einen abspeichern. Ja? Das muss ja sowieso. Das hier war damals in DLC. Dort gibt es auch drei Waffen zu holen, die auch geholt werden müssen. Okay. Hier gibt es drei Waffen. Wo kriege ich jetzt die Waffen hier? Okay, ich muss runter. Ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn man das nicht macht. Ranger. Wieder halt so Sachen, die ich ja nicht so mag. Einfach spielen, das sind alles Kloppräume, wo man am Ende Belohnungen kriegt. Achso, okay. Das Biomilchen Metacritic 67 Punkte. Minus 67. What? Oh, ich weiß nicht. Soll ich mal vorbeigehen und die ein bisschen mit einer Bratpfanne kloppen? Warum? Ach was, so eine, äh, was sind so, diese Punkte und so, die Prozente und so, das, darauf achte ich sowieso nie. Ich werde mir meine Meinung selber holen. Oder bist du noch bei The Last of Us? Das ist wohl ja nur aus Hate ein Negativ gemacht. Das war auch total bescheuert. Okay. Warum denn so, warum denn so niedrig? Das war auch total bescheuert. Das war blanke Hase am Anfang. Ja, das stimmt. Huch! Sag mal! Sag mal! Sag mal! Hackt er wohl bei dir? Das war eigentlich nicht so ein Halt, das ist nicht klar. Okay. Die Ruhnpest, ein verlorenes Schicksal, ein weißes Buch, eine falsche Wahrheit. Das Schöne auch an dem zweiten Run ist jetzt mit der Musik, ne? Die Ruhnpest ist super, oh ja, und nie allgemein. Die Ruhnpest ist super, oh ja, und nie allgemein. Oh ja, mit der Musik macht's schon Spaß. Nochmal Arzneikauks. Es sind zwei Quests, die du machen musst, und drei Waffen musst du noch im Meeresfund kaufen. Okay. Sind die Quest scheiße? Soldaten aus Salz rufen den weißen Tod herbei. Sie sind die Legion, und sie haben die Welt... So schnell kann ich nicht lesen. Oh, die Musik ist so gut. 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 Ich weiß, das müsstest du schon fast fertig haben. Die anderen ist ein bisschen nervig, weil du dafür noch mal in den Ödland-Tempel... Nein, nicht in den Tempel! Oh, nee! Warum? Ja, fertig mit Lesen? Ja. Wieso, das ist nicht so schlimm? Okay. Hm. Aber komme ich nicht durch das Spiel? Komme ich doch wieder in den Tempel, oder nicht? Da hat ein Meerschönchen geplant, das ist nicht mal voll knuffig. Ja, ist es. Und meine Nase. Nope, achso, okay. Keine Säure, achso, hm. Aber viel Spaß noch, wenn wir schlafen. Dentic, schlaf schön, dann, dass du da warst. Erhole dich gut. Eine kleine Säure. Tempel ist nur beim Jungen in mir dran. Dann noch diese Optionen haben, okay. Solange ich da aber noch reinkomme. Der Leichern des Drachen hat den Tod in die Welt gebracht und damit auch die Macht der Magie. Ja. Hm. Ja. 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 Oh, hi. Oh, hi. Ich denke, dass ich nur ein Snack hat. Die schwarze Krankheit befleckt die Zukunft. Sie ziehen los, um zu seelenlosen Gefäßen zurückzukehren. Ich muss das so schnell leider vorlesen. Das ist nicht der Tempel. Das ist nicht der Tempel. Die schwarze Krankheit befleckt die Zukunft. Das ist nicht der Tempel. Das war's für heute. 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 Ja, das stimmt. Wirklich nur hell. Kann ich auch nicht. Ach, jetzt ist er weg. Habe ich ihn weggehauen noch? Boah, 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 boah! Miep! Ich muss wieder ein Fewer aufstehen. Ja, toll. Ich mach mal schnell eine Ivo rein. Komm ich wieder. Alles klar. Du hast das Outfit Kabuki erhalten. Ich will immer kein Outfit. Ich will Waffen. Hm. Hm. Es ist egal, durch welches Tor. Jami. Es ist egal. Ich muss mal den gekachelten Thronsel aufsuchen. Viel Spaß. Das zweite Tor ist der zweite Abschnitt des DLC. Also das hier. Du meinst ja das Rechte, ne? Die Türen erinnern mich an FMA. Ja. Ich frag nur sicherheitshalber. Ich will jetzt nicht hier irgendwie verkacken. Kommst zurück, Nino? Die Apokalypse hat die Welt ins Zweit. Die einen kennen keinen Tag. Die anderen haben die Nacht... Ja. Nie gesehen. Keine Ahnung. Hab's nicht gesehen. Magie spuckt ne Fledermaus. What? Oh nicht schon wieder so ne Scheiße. Hüpfen des Kaninchen ist auch verboten. Oh nö. Das dritte Tor solltest du dir aber aufspannen, das ist happig. Inwiefern happig. Schwarz und weiß, 13 Pakte. Die Gestalten der Gefäße schweben durch Zeit und Raum. Wow. Ich würde da mit solchen Schlägen totgekloppt, als ich es direkt gemacht habe. Oh je. Ist man denn in den nächsten Runs stärker, ja? Ähm... Adi? Ich bin durchgekommen, aber das war nicht lustig. Klingt ja sehr geil. Also habe ich in einem anderen Run eine bessere Chance, ja. Oh, ist wieder drei mehr im Wege, gell. Okay. Oh, shit. Oh. Uh. Oh. 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 Ja, man kriegt immer noch Level am Ende von Rang B. Solltest du irgendwas in der Welt drin, dass ich jetzt 35 sein soll. Okay. Würdest du gerne mal Yami Leiden sehen? Ja, ich auch. Ich mein, was? Oh, das ist schon gut. 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 Jeden Raum hier abklappen. Jeden Raum hier abklappen. Jeden Raum hier abklappen. Jeden Raum. Jeden Raum hier abklappen. 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 Oh, da ist die Waffe. Jeden Raum hier abklappen. 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 Das war's für heute. Geht's in Kamehameha? Ja, das wäre ganz gut. Aber Genkidame am besten, so flächendeckend. Meine Güte, wie viel mehr? Vielleicht global? Ja klar. Muss ich gar nicht, dass die ganzen Räume hier aufklappen. Ja, das war's für heute. Puh. Dankeschön. Arzneikraut. Ja. Der Puppenpriester sammelt die mit Flüchen belegten Gebete und poliert die Gefäße. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo, Robin Noob. Ne, das ist nie ein Replicant. Der zweite Run. Hier muss man einige Runs machen, um überhaupt... ... was zu verstehen. Ich hab grad verstanden, Popopriester, was? Ne, der Popopriester ist was anderes. Ach, eher hier. Oh, hi. Ich hab, mehr dort gesehen... ... w Reality... ... vom �rehen ... – ... – – Der Abschnitt dauert ein bisschen, ja, ich merke es schon. Ähm, okay. Wollen sie da jetzt ein Blitzschwein? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht auf ein Gaspedal drücken. Ich brauche ein bisschen Kimchi. Dann rennen wir über diesen Fluss. Oder Kanal, besser gesagt. Das ist ein scharfes Kimchi, genau. Wir haben ja gelernt, was das für eine Wirkung hat. Das ist ein Scharfes Kimchi. Ich würde mal langsamer. Oder legen wir hier an. Okay. Du darfst das Outfit Samurai erhalten. Und das ist jetzt der neue Abschnitt, ne? Und da soll ich jetzt nicht rein. Was passiert, wenn ich da reingehe und sterbe? Ist dann alles verloren? Das ist der letzte Abschnitt. Also sterbe ich, wenn ich sterbe, ist alles verloren oder was? Geh rein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht gestorben. Toll. Tu es. Aber... Yami sagt, ich soll das im nächsten Run machen. Speichern? Wo speichert man denn? Wo speichere ich denn hier? Kollaterale, danke für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich bin nicht auf Yami. Einfach raus hier. Wo geht man denn hier raus? Hier? Ich habe doch keine Ahnung. Diesen Bereich verlassen. Ja? Okay. Wir probieren es aus. Ich speichere aber kurz. Okay. Wir alle Yami nicht vertrauen. Warum nur? Nee, das hat ja mit etwas anderem zu tun. Ich will nicht alles normal neu machen. Ich will sonst nicht sagen, Yami guide mich. Das würde ich nie machen, wenn ich ihm nicht glauben würde. Ausnahmsweise bin ich mal auf Listseite. Ausnahmsweise. Ja, toll. Wow, Yami. Ja, wow, oder? Es ist lustig geworden. Ja, aber schäm dich mal, Yami. Wie kannst du es wagen auf meiner Seite sehen? Ich werde es bestimmt bereuen, da reinzugehen. Ich gehe gleich wieder raus. Also ich meine, wenn ich nach zwei Schlägen fast sterbe. Ich kann es ja mal probieren. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Die Schlacht um das heilige Relief. Ja. Oder so. Okay. Wow, die sieht geil aus. Die Waffe, die ich habe, ist am stärksten gerade. Ich mag die aber nicht so. So leise. So leise. Sie ist zuerst. So, ich habe das nichts mehr. Ich kann das nicht schnell sein. Falsch. So, ich habe Dichworten. Ich bin der Wettbewerb. Also ich bin zart? Nee, überhaupt nicht. Wenn du mit fit wach meinst, dann ja. Knopf, ich fange ja den Hafer extrem. Aber die wird morgen, wenn ich Bock morgen habe, wird die anders gemacht. Ich habe doch das Chrom. Ich will Chrom reinmachen. Wenn ich Bock habe, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie... Hafer ist noch kein Spaß. Ich bin auf jeden Fall. Ich muss da mit schnappern. Ich bin auf jeden Fall. Ah, die Musik. Ah, die Musik. Dummer Mensch, dummer Mensch, dummer Mensch. Dummes Gefäß. Hallo, Ossi. Oh, ne. Ähm. Okay, das gefällt mir gar nicht. Drei von denen in einem Raum? Warte mal, das ist doch scheiße. Die gefällt mir gar nicht. Oh, ich hasse die. Ja, Keks. Weiß nicht. Ich hab dich auch nicht gedacht. Blank ist nicht meine Farbe eigentlich. Ich mag eigentlich keine hellen Farben. Oh, boy. Prinzekt. Oh, okay. Ja, wenn man nicht ausprobiert, kann man auch nie erfahren, ob an einem irgendwas steht oder nicht. Das blondieren wir aber nur, dass ich eine andere Farbe reinmucke. Naja. Was du sollst du voll zum Aufstehen? Das ist Kacke. Alles ist bezahle, alles ist geopfert worden. Oh, hier we go. Bis zum nächsten Mal. Ach, alles hier so hartnäckig. Ach, alles hier. Ach, alles hier. Ja, der Abschnitt ist bis jetzt schon ein bisschen hartnäckig. Aber ich glaube, es wird ein schlimmer... Da kommt bestimmt ein ganz beschissener Boss. Ich liebe dieses Lied. Das endet sich richtig ätzend. Ja, ich befürchte... Kann es ja probieren. Aber ich glaube nicht, dass ich es schnappe. Oh, tiefluft. Okay. Okay. Ich muss mal ein bisschen den Boden streichen. Okay. 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 Blut! Okay. 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 Das war's für heute. Ich liebe dieses Lied so schön. Die Gegner mag ich nicht so. Das war's für heute. 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 Ich muss eigentlich alle töten, aber kann ich auch weiter rennen. Oh ja, es sind aber viele. Oh shit. Stopp! Ich habe noch kein PC zurück, ab und zu öffnen und putzen noch welche Drohnachrichten im Liefkästen, dass ich wieder... Wow! Was sind denn das für abartige Menschen, die so eine Langeweile haben und sowas im Liefkasten stecken? WTF einfach. So was ist echt abschauen. Ich hoffe, sie fliegen runter und landen mit dem Gesicht in Scheiße. Also der will auch irgendwie nicht sterben hier. Dann gehe ich irgendwann weiter. Ha! Geht nicht. Verdammt! Geht nicht. Der Schadenfreude-Lächeln. Ja, das wäre echt gut. Was ist denn das für ein Pissgegner da oben? Was ist die Scheiße? Komm mal her! Was ist denn? Ich bin da, was man sagt, ne? Muss ich überhaupt hin? da auch nicht verdammt wo muss ich eigentlich hin runter aber wo ich sehe auch den weg nehmen runter ja toll so war nicht runter ich habe ja auch gar keine minute ruhe was mich doch mal jetzt jetzt fliegt er mir hinterher verpiss dich keine komm her du musst ihn beleidigen verpiesel dich ja 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 Dreckspenner, so. Boah, was macht der für einen Schaden? Muss ich Angst haben? Ich hab nur Heilsäle. Oh, fuck. Nur noch fünf. So in engem Raum, die kämpfen. Voll scheiße. Sag mal, bist du denn... Hier kann man halt nicht ausweichen. Was denn das für ein Dreck? Ja, ist klar. Und dann fahr ich auch noch runter. Wow. Du verstehst, was ich meine mit nicht lustig. Ja, und ich hab kaum noch Heilung. So, jetzt ein Witz. Leck mich doch. Würdest du mich verarschen? Was ist das? Miep. Natürlich, da kommt von der Seite noch so eine Angriffe. Ist das dein Ernst? Wow, tot. Toll. Was für eine Scheiße, ey. Wow, ey. Was für eine Scheiße, 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 ey. Ja, natürlich. Ist auch alles leck. Ich wollte gerade wieder reingehen, aber ist ja alles weg. Okay, dann ja. Dann sammle ich in diesem Run wieder Sachen und dann machen wir es im nächsten. Und mich auch vielleicht ein bisschen stärker. Das war schon ziemlich assi gerade. Vor allem kamen von der Seite, haben jetzt auch wieder diese komischen Globabläschen. Die Quest vom Schmied mit der Karte ist eine Waffenquest. Was? Welche Quest vom Schmied? Ja, das können wir. Warte, ich muss das Lied hören. Aber ich war doch gerade beim Schmied, da hat mir doch gar keine Aufgabe gegeben. Hä? Oh, es ist du, eh? Welcome. We've... Blacksmith. Sorry about that. Hm. Mhm. Es macht gerade mein Controller von allein, dieses hoch und runter gehen. Aber ich habe doch keine Aufgabe. Ich habe aber keine Aufgabe, die ich machen kann. Ich habe keine Aufgabe, die ich mache. Wenn du jetzt die Lippen bewegst, könnte man denken, du singst. Ja, wunderschön. Ich habe ein bisschen Angst vor den beiden, ne? Beim ersten Run, ihr wisst ja, was da gewesen ist. So ein bisschen nur wieder Angst. Wie soll ich denn sagen, steht dem von Leo da nichts im Wien? Ach ja, das ist witzig. Bearschen kann ich mir ja auch selber, Yummy. Mhm. Genau, ich sage immer die Wahrheit. Aber du kannst doch die Wahrheit nicht wissen, wenn ich noch nie wirklich ernsthaft gesungen habe. Das werde ich auch nie tun, weil ich viel zu schüchtern für sowas bin. Ich summe vielleicht, aber... Scherzsingereien. Das ist aber kein Ernstes. Das ist mehr so Spaß. Ja, das... Wow, Mirko. Das ist ja... Da habe ich ja nur Spaß gesungen. Du singst doch oft. Ja, aber doch nicht ernsthaft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich ernsthaft singe. Ich traue mich da nicht. Das klingt doch nicht gut. Bestimmt. Da ist Scherzsingerei, ja. So Scherzsingerei, das traue ich mich, weil ich da verarsche ich halt und... Das ist mir egal. Ah, hier ist jetzt. Ah. Ah, das war das... Okay, das hatte ich nicht. Keine Ahnung, wo der Schatz ist. Wo ist denn der Schatz? Ich weiß es nicht. Mona, Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Wie, du machst Schluss? Was? Du machst Feierabend? Was gab's Schönes bei euch? Dieser Clip ist zu gut. Achso, wegen Ghostsimon. Du hast die Haare schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Was habt ihr Schönes gemacht? Wirklich hast du deine Makotaste. Tja, mach dir doch auch eine Keks. Hallo Checker. Hallo Alexander. Auf euch geht's gut? Wir machen gerade... Near Replicant. Der zweite Run. Okay, wie spricht man deinen Namen aus? Stick? 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 Oh nein. Das könnt ihr nicht machen. Ich kann Namen nicht aussprechen. Ich bin ganz schlecht darin. Und hallo Klexa. Und lau Klexa. Ich habe sogar extra ein Command dafür, dass ich zu unfähig bin. Dankeschön. Eine Frage lässt. Wie viel Maschinenöl hast du im Inventar? Ähm. Weiß ich nicht. Maschinenöl. Also ich weiß nicht, wie viel Maschinenöl ich habe. Ich merke mir doch sowas nicht. Maschinenöl. Ich habe fünf. Weiße. Das ist ein L. Oh, wow. Siehst du? Ich sag ja. Total unfähig bei sowas. Okay, puh. Dann wird die Quest easy. Dritte Quest denn? Die wirklich sehr gut gefällt mir. Wir haben weiter Powerwash Sim gesuchtet. Ich habe da mal reingeguckt. Das hast du gestern? Hattest du das gestern auch? Oder bin ich jetzt total Brain AFK? War das gestern? Das Wochenende ist so komisch gewesen. Dankeschön. Das ist dein Lieber von Jawona. Ich wollte eigentlich noch eine andere Haarfarbe reinmachen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Teste im Moment sehr viel rum, weil Langeweile und so. War gestern. Okay. Dann habe ich es richtig in einer Erinnerung. Wo bekommt man das und wie viel kostet das? Keks? Wieder direkt Interesse an sowas. Ich muss aber sagen, das sieht sehr lustig aus. Giftgrün? Nein. Grün ist absolut nicht meine Farbe. Du brauchst dafür drei Maschine und die sind Rare Drops. Na Gott sei Dank. Aber was brauche ich denn jetzt mit der Karte? Welche Karte? Wo ist denn hier eine Karte? Wichtige Gegenstände. Ist die hier drin? Was soll ich denn überhaupt machen? Jami, du musst mir doch helfen. Alles gut. Spiel erst einmal weiter. Okay. Jami ist mein Guide. Der muss mir helfen, weil es gibt hier verschiedene Enten und so. Oh, die sinkt schon wieder hier dran. Hallo, Captain Snufkin. Irgendwann sollte der Schmied eine Quest für dich haben. Aber ich habe doch gerade eine Quest eingenommen mit einer Karte. Du verwirrst mich. Ich habe mir doch gerade diese Karte gegeben mit dem Schatz. Dann musst du jetzt in die Bibliothek. Okay. Okay. Jami, wie passt du denn auf? Toller Guide. Ich mache nur Spaß. Okay. In die Bibliothek. Gar nicht offensichtlich. Ja. Merk schon. Ein guter Nudelstern wird abgezogen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich süchtig bin. Aber meine aktuelle Session. Äh. Resident Evil 2 dauert. Ist schon toll. Wow. Erstmal Hallo, Ben. Warum ist jetzt dein Text gelöscht worden, Rob? Abgelehnt. Abgelehnt. Abgelehnt, Rob. Ich lese nicht. Nein. Das ist alles voll gemein jetzt, weil ich die ganzen Zeilen wieder vorlesen muss. Nein. Nee, nee. Diesmal nicht. Ab und an habe ich Sprünge. Okay. Jetzt bin ich in der Bibliothek. Und jetzt? Soll ich jetzt lesen? Dann gehe ich aber wieder. Musst du vorhin irgendwas mit 40 Minuten lesen. Hier sollte irgendwo an der Wand was sein, das du einsammeln kannst. Irgendwo an der Wand. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo? Hier sind viele Wände. Oben oder unten? Doch ich hasse dich, Ami. Hm. Kann ich mir nur lesen. Ja, war toll. Siehst du, ging was schnell? Ja. Für was brauche ich dich eigentlich? Wow. Das frage ich mich auch. Gönn uns den Spaß. Nein, das habe ich einmal gemacht. Einmal ausnahmsweise. Habt ihr so einen Clip gemacht? Habe ich heute nicht genug vorgelesen? Oh, jetzt muss ich in der Fassade? Natürlich. In dem Spiel muss man sowieso immer hin und her rennen. Ich hätte nichts anderes erwartet. Du hast erst genug vorgelesen, wenn deine Lunge vor dir auf dem Tisch liegt. Soll ich sterben? Okay. Drei mal Öl, drei Aubergine und drei Ziegenhäute brauchst du. Aubergine habe ich. Die habe ich eingepflanzt. Warum auch immer. Müsste ich haben. Also. Ist das nur Saat? Gut, okay. Drei Aubergine. Und Ziegen habe ich genug getötet, also. Ziegenhaut habe ich fünf. Äh, Aubergine. Ziegenhaut habe ich fünf. Äh, Aubergine. Gott sei Dank. Dann auf einer Fassade. Ja. Gut, dass ich ein bisschen ab und zu Sachen eingepflanzt habe. Was hätte ich, dass sie mich jetzt machen müssen? Ich habe so wenig Ziegen heute. Ich muss mal ein paar neue. Ein paar neue sammeln. Gegen Fleisch. Ich brauche Haut. Hell. Oh, keine sieht hübsch aus, oder? Mit dem Outfit? Steht ihr voll? Ich mag auch ihre Haare sehr. Ja. Komm, ich bleiche meine Haare in dieser Farbe. Ohohohoho. Gut. Godi-Chan, no. Godi-Chan ist für einen guten Seikesturm. Ich kenne noch nicht jeden Paragraf und noch kein Lexikon. Schäm dich. Das macht keine Cosplay. Um die Haare. Ja. Ja. Wäre gut. Ja gut, sie hat ein bisschen länger. Das könnte ich gar nicht machen. Die Verflechtung. Nein. Alles andere wäre schwierig für Twitch. Ja. Ich müsste eine andere Version schneidern. Und war es ein bisschen bedeckt. Das stimmt. Das würde sich aber sowieso nicht lohnen, weil man sieht eh nur mein Oma-Körper. Ja. Hallo, Greco. Fassade. Alles klar bei dir so? Ja, alles klar bei mir. Und bei dir? Und in der ersten Schrift, der Herrin hat das Recht der Herrin etwas vorzuschreiben. Die Mots dürfen zum Wohl der Herrin auf Dinge wie Essen, Trinken und Schlafen hinweisen, wobei es an der Herrin liegt, ob sie diese Hinweise wahrnimmt oder ignoriert. Seht ihr? An alles gedacht, alle Paragraphen. Ja, habe ich. Hier. Die Auvergine saugt es auch. Die Auvergine sind gute Aufsagen. Oh Mann! Das ist doch mit Absicht, dass man die Auvergine nimmt. So, was jetzt? Jetzt habe ich das gemacht. Die Karte wurde restauriert. Bringen sie dem Auftraggeber. Also zurück zum Schmied. Ami-Boss nicht fragen, der ist gar nicht im Discord. Voll der... Blödi. Genau, das ist eine furchtbare Rumrennenfest. Ja. Es ist bestimmt auch noch nicht vorbei, wenn ich dann da bin. Oh nein. Ich habe es mir gedacht. So eine Waffe, so einfach. Nee. Glaube ich nicht. Ich bin schon lange beim Discord, schreibe ich nun hier. Ach, man muss ja nicht schreiben. Das ist ja keine Pflicht. Ich schreibe ja auch nicht viel. Ich gucke auch immer, was ihr da so macht in den Channels. Am meisten wird halt im Game-Team-Channel was gemacht. Immer neue Infos und alles sehr... sehr gut. Finde ich gut. Manchmal verpasse ich auch Sachen. Durch den Chat nicht. Ich glaube unser Zombie ist so unser Informations... Informations-Typ für Games. Boah, gehst du mal weg jetzt hier. Das ist wirklich nur Rumrennen und nichts Anstrengendes zum Glück. Ja. Kommt wahrscheinlich nur alles. Stalkerin. Ja klar. Ziemlich gerade ernsthaft angegriffen. Wieso? 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 Da, ich kenne die Qualität nicht mehr. Da, ich sehe. Ja. Ja, ich kenne den einen. Ja. Und das habe ich natürlich auch. Und ich habe wohl noch mal zu einem Hintern. Aber das ist ein wenig. Na, ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich habe gerade einen Follower gekriegt, aber ich sehe ihn nicht in der Liste. Dankeschön für den Follower. Herzlich willkommen. Wo ist jetzt der Schmied hin? Lass mich raten. Das ist ein Follower. Das ist ein Follower. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Art von Gedanken nicht mag. Da ist schon eine feine Mods, allesamt. Sie haben wenigstens noch Humor, ich mag sie. Ja, ich habe nur Trolle als Mods, anders funktioniert es nicht. Ich suche sie mir genau aus. Das muss funktionieren, da muss die Chemie stimmen. Seht ihr Mods, die Welt gelobt? Die größten Trolle werden Mods. Außer Yami, der nicht den... Der gehört nämlich auch zur Oberklasse der Trolle. Das war doch jetzt der Schrein in der Wüste, oder? Wo ich fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt habe. War das der Schrein? Der von Weiß. Der von Weiß. Mit den... Mit dem Baum? Das ist mich verwirrt. Wie viele Schreine gibt es hier? Äh. Also muss ich mit dem Boot hinfahren? Kommst du mit Boot rein? Ja. Aber ich muss ja erst mit dem... Oder? Oh, das steht schon. Ich mag die Mods hier nicht. Sind nicht zum Aushalten. Wow, Ben. Ben, du verletzt aber deren Gefühle. Das ist mein Ernst. Wow. Ben, das böse Eichhörnchen. Hättest du jetzt deine wahre Seite. Elf, Elf. Wow. Wow, Ben, wow. Hey, look who it is. Remember me? Wir sind ja hier oben schwarzen. Ja. Darf ich Ben-Ban? Nein. Dann hab ich ja kein Eichhörnchen mehr. Ja, ja, das können wir ja schon. Darf ich Ben den fälligen Hintern versohlen? Ja, das darfst du. Darfst du ihn mit Klebeband versohlen, dass du ihm auch das Fell rausreißt dabei. Was? Boah, bin ich böse. Ein Ben-Ban. Oha. Hey, das soll eine Strafe werden. Keine Belohnung. Wo auch immer jetzt der Schatz ist. An irgendeinem dunklen Ort. Oh. Hänsel. Hänsel. Und Gretel. Wir bereiten schon mal ein bisschen was vor mit den ganzen Waffen, die wir alle brauchen. Will run drei. Ich glaube, ich habe einiges verpasst. Ich bin gerade etwas eingepennt. Schäm dich, Mosi. Wir brauchen mehr Liebe und Zärtlichkeit. Bah. Äh. Nee. Man lebt irgendwie. Ja. Das kenne ich sehr oft. Wenn drei geht dann aber wirklich schnell, musst du nichts mehr machen. Betel. Okay. Ah. Speaker. Ok. Okay. Achso, weil du gehen musst? Okay, naja, das ist doof. Das ist alles doof. Frühig gehackt? Bananateil, ne? Ne, den Ohrwurm meine ich nicht. Oh, ja, 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 ja. Hier ist keiner raus, du Penner. Aaron ist schon netter, ne? Der soll aus ihr rausgehen. Geh ich rein? Ich meine, ich helfe ihr dann. Ich liebe dann ihre Wunden, ihre Armen und Beinen. Um die Sekundenkleber zusammen. So, wo genau? Ich hab's nur gewusst. Ja, Jami, langsam kennst du mich. Sehr gut. Muss ich jetzt einfach ganz nach oben, oder? Muss ich den Weg folgen? Okay. Nicht ganz nach oben. Jetzt verwirrst du mich. Hör auf, mich zu verwirren. Okay, chick. Das ist alles so klebrig. Oh, wow. Nicht ganz nach oben, aber wo soll ich dann hin? Ich töd dich erst mal. Ich bin ja, 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 ja. Wie schnell die hier sterben, ne, mit diesem Traum-Tagehof. Vielleicht bin ich zu lang wach. Wie lange bist du denn schon da? Ich weiß nicht, wo ich hinsehe. Dann schlaf schon, Onitschon. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut. Und fühl dich gehackt. Wenn's nicht viel hilft, aber... Ich muss mal weiter. Okay. Äh, gestern Mittag oder so. Geh mal pennen! Soll ich ja schon nach der Impfung? Ja, erst nur essen und dann schlafen. Okay. Das klingt nach hinten. Das klingt nach hinten. Hier und nicht die linke nehmen. Hier um die Ecke. Welche Ecke? Hier ist ne Ecke? Die hier. Die hier. Ah. Auf dem Schrott. Ich bin wegen Schrott hergekommen. Yummy! Die geht noch weiter. Nein! Das geht alles ganz schnell! Yummy! Die EA-Bahn! Sofort! Bis wir den richtigen Schatz gefunden haben. Richtig. Richtig. Wie gern würde ich das jetzt auf Spaß machen? Der Schrottwender vom Gigant aus dem All würde daraus Kunst machen. Ja. Vielleicht sollten wir da hin. Wir haben jetzt ein gutes Navi. Besser als gar keins. Ich muss mich jetzt durch dieses Spiel guiden. Sonst müsste ich mir nämlich jetzt einen Guide angucken. Das wäre mühseliger, glaube ich. Ich muss aber nicht mehr 4M abgeben und dann die Waffen gehen. Ah, okay. Aber es lohnt sich. Es muss sich einfach lohnen. Für die Story halt. Nur deswegen mache ich es. Und ich fand das Ende, was wir hatten, also das erste Ende, ist halt Müll. Finde ich. Das fühle ich nicht. Aber jetzt habe ich es so spät gelesen, dass ich da eh noch hoch muss, ne? Scheiße. Was muss ich denn da noch questmäßig machen? Verdammt. Hättest du es nicht mal schneller schreiben können? Oh, der! Das ist die Hauptquest. Ach so. Ich will aber die Nebensachen erst machen. Ich muss Gretel verklopfen. Ach, Gretel kann warten. Ob wir Wichtigeres zu tun. Und wenn sie das gut findet. Ob sie das gut findet. Behalte den Haarschmuck, verkaufe den Haarschmuck. Also verkaufen, ja? Ist egal. Ist egal. Ich verkaufe das. Den Decke für den Host. Du kannst doch sagen, behalte ihn. Okay. Wo soll ich es jetzt verkaufen? Oh wow, jetzt muss ich noch Fassade. Nicht wirklich. Oh nein. Das andere Bild ist schneller gegangen. Das ist so yummy. Also muss ich jetzt nach Fassade. Okay. Ich kann es hoch und Gretel hinsen. Ja. Das müssen wir auch noch. Die haben ihn mit Absicht gemacht. Ich habe es genau gesehen. Alles klar Sven, dann schlaf schön. Okay. Mhm. Mal gucken, wie lange ich heute mache. Also ich bin fit. Mehr oder weniger. Also dass ich morgen einkaufen muss, aber sonst... ... ... ... ... ... ... ... Naja, das wär nicht so gut. Ich kann eh kaum schlafen, von daher. Ja, hoffentlich ist morgen der Albtraum endlich mit deinem Zahn vorbei. Das blühende Leben! Ach, der Ladebildschirm unten. Äh, bei wem muss ich es jetzt verkaufen? Oh, hat sich schon an die nichts. Okay. Oh, die vier Stunden, die ich jetzt zur Nacht geschlafen habe, nur drei Mal aufgestanden zum Mund durchspüren. Oh, Mann. Tulki, wulki! Warte, Tulkas, bist du's? Tulki, wulki! Warte, Tulkas, bist du's? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, da bin ich jetzt... ...und... 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 ...weil schon letztens. ...als ich verwirrt. ...un... ...比較 blind. jarig als Pool-Kategorie. Ja, das... ...hab ich mitbekommen. Was ist das, was man unter Pool findet? Ich habe sowas schon gesehen, also. Stell mir auch bald einen Pool hier hin. Mit so einem, äh, nicht Wasserball, sondern eine Wasserbanane. Auf jeden Fall. Das ist Top Donator, aber den Pool wird. Ja, genau, auf jeden Fall. Sehr witzig, Jami. Ich habe so meine Momente. Ja, so läuft das. Ihr donatet mir und ich donatet es dann den Pool Girls. Genau, so läuft das. Der Kreislauf des Geldes. Richtig. Er weiß nicht, ich gucke mir sowas nicht an. Ich habe einmal aus dem Dressa reingeguckt, weil ich nicht wusste, was das ist. Und saß und so, okay. Alles klar. Sollen sie machen. Sollen sie machen. So eine Zähne, so eine Zähne selber ziehen, besonders weiße Zähne oder Backenzähne, das sollte man nicht machen. Das kann echt schief gehen. Ich meine, bei mir hat das schon extrem gedauert, bis die überhaupt draußen waren. Die mussten kaputt gebohrt werden, um überhaupt rauszukommen. Also, die sind schon ziemlich tief im Kiefer drin. Wäre nicht so gut. Das geht beim Chirurgen besser. Ist ja unangenehm, aber geht schnell. Er muss so leiden, bis man fühlt. Er leidet schon die ganze Zeit, also das hält er, glaube ich, noch durch. Muss er ja schon ein paar Tage durchhalten. Aber schneide Zähne selbst, Zähne ist in Ordnung. Das würde ich auch nicht empfehlen. Leider seit Mittwoch. Ich kenne das, ich hatte auch wochenlang Zahnschmerzen. Kenne ich sehr, sehr gut. Hier wieder das Thema Zähne. Ja, diesmal ist O'Kane betroffen. Jetzt hat er hier Schmerzen. Das will die Pest sich auch. Oder habe ich auch? Oh, auf zu Popola. Ich habe Poolvideos gefunden mit Jesus für wohltätige Zwecke. Ach du Scheiße. Hallo, Steff. Dann gute Besserung, Nino. Ja, schön. Erhol dich gut. Oh, ein Kopfschmerzen. Ich habe schon etwas über den Ort, wo die Zähne beginnt. Aber das ist alles, was ich kann sagen. Sorry, ich kann nicht mehr Hilfe. Nein, das ist großartig, Popola. Danke. Nach Ben schlaft er auch schön, wenn du da warst. Oder Eisenbrücke. Das ist großartig, wenn du da warst. Das ist großartig, wenn du da warst. Das ist großartig. Hier baublekst du da beim Märchenwald. Mach das ein ganzes Stück rechts weiter. Ein Märchenwald? Das muss jetzt echt zum Märchen weit gehen. Da unten? Tja, der kriegt aber nicht. Haha. So, die Waffe haben wir. Wir drehen uns noch 30 Millionen. Die eine bei dem... Scheiß... Oh. Der Pin hat getrollt, wie immer. Ich brauche auch eine bessere Waffe dann. Oder irgendwie verbessern, dass sie noch mächtiger wird. Damit ich mehr Schaden mache und diese blöden Kack-Gegner schneller down sind. Hallo, Yves-Lang. Quatsch, eine Quest noch, die etwas später kommt und den Rest kaufst du in den Meeresstadt. Ja, easy. Guck mal, da habe ich ja gut gesammelt, oder? Was müssen wir jetzt machen? Jetzt gehen wir zu Gretel und verkloppen sie. Luka ist nicht super aufwendig. Ja, weil ich so gut gesammelt habe. Sag's doch einfach! Sammeln, mach dir gerne was vor. Du bist die beste Sammlung, der ist. Ich verbeuge mich diehütig. Geht doch! Achso, nicht wundern, in der Woche ändere ich meinen Namen wieder zurück. In meinen alten Namen. Der Test ist erfolgreich gewesen. Ich vermisse meinen alten Namen. Also, ich muss ihn ein bisschen abändern irgendwie, weil sie ganz ohne Zahl oder so kann ich den nicht nehmen. Yves reicht völlig aus. Okay. Ich vermisse ihn auch. Sensor kommt wieder. Er kommt in einer Woche wieder. Und hallo, Lucandis! Ich werde Stiletto vermissen. Halt. Dein... Dein... Dein Kuss für die gute Sammlung. Von allen. Oje. Ich brauche einen Flammenwerfer. Ja, aber dieser Namenstest muss er sein. Ich war mir so ein bisschen unsicher. Und die Unsicherheit habe ich mir jetzt damit genommen. So viele Spakterien, ja. Achja, die gutleidenden Spakterien. Haben wir ja auch aus Odyssey, ne? Dieses Wort. Wir haben es nur umgewandelt. Eigentlich... So hießen doch die Gruppen, ne? Glaube ich. Und wir finden es einfach nur lustig wegen... ...wegen Bakterien. Die Spakterien! So, jetzt muss ich nach oben und Gretel verprügeln. Ähm... Das Spiel macht aber einen guten Eindruck, nicht wahr? Ja. Wir machen gerade den zweiten Run... ...für das zweite Ende. Wir bereiten schon mal die anderen Runs vor, indem wir Waffe sammeln. Die brauchen nämlich alle. Keine halben Sachen. Die nehmen jetzt hier alle Enden mit. Also wird sich lohnen. Wie ist denn eigentlich der Name? Habt ihr es noch nicht mitgekriegt? Elisa Scarlet. Also kennen mich auch die meisten. Und so hatte ich den Namen von Anfang an. Ich werde einfach mit dem, den ich jetzt gemacht habe... ...wer ich nicht warm. Aber ich wollte es einfach testen, ob ich den vermissen würde, den alten. Und ja... Ja. Nicht, dass ihr euch dann wieder wundert, warum ich einen anderen Namen habe. Keine Sorge, das ist das letzte Mal. Also nicht, dass ich jetzt laufend irgendwie den Namen ändern oder so. Ja. Keine Sorge. Wirst du hier aber in Discord eine Ansage geben? Ja. Sicher. Ich habe den Namen jetzt zwei Monate. Und ja. Ich werde mit dem nicht warm. Und ich vermisse den anderen. Das war ja der eigentliche Test. Ähm. Wie haben wir das denn hier gemacht? Das klingt böse. Was? Das klingt böse. Was für den Namen? Ich mag den alten Namen auch lieber. Ja, ich auch. Ich verstehe bei dem Lied immer, hasse Tiere. Wow. Wirklich jetzt? Was? Mosi, was ist denn mit dir? Du bösartige. Wir kennen alle deine alten Namen. Und was haben wir alle gesagt? Das ist ein Fehler. Du hättest es sein lassen sollen. Ja. Ähm. Sag ruhig, dass der Chat recht hatte. Wieso Fehler? Den Test habe ich für mich gemacht. Nicht für euch. Ich muss das machen, um sicher zu sein. Manchmal zweifelt man. Diese zwei warte ich schon sehr lange. Die Namen sind nicht wichtig. Der Mensch dahinter ist viel wichtiger. Ja. Der Name macht mich aber auch aus. Skadet kommt ja von Erza, mein Lieblingscharakter. Und durch sie habe ich ja den Mut und das Selbstbewusstsein gehabt, um überhaupt anzufangen. Weil der Charakter ist ja auch sehr selbstbewusst und lässt sich nicht von irgendwas abhalten. Und Elisa ist einfach, ähm, mein Name und Erzas Name zusammen. Also Erza und Lisa ist Elisa. Voll kreativ. Der Devils Programm. Ja, das sowieso. Mit Dämon bin ich ja trotzdem. Das war schon immer so. Ah, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denkt, ich bin weg oder so. Das ist aber die große Wind, was? Ich habe meinen seit 2004, daher kenne ich das nicht. Oh, meins habe ich... Wie lange habe ich meinen Namen? Seit ich YouTube mache. Das ist seit 2000... Ich weiß es nicht. 12? 11? Ich habe keine Ahnung, weil ich angefangen habe. Also länger als Twitch auf jeden Fall. Jetzt habe ich fünf Jahre. Ich habe keine Ahnung. ach ja die alten video zeiten hatte aber immer andere namen also einen anderen namen ich fand immer den namen nero voll cool weiß nicht warum ich hatte den überall so viele namen hatte ich nicht ja der andere mit dem anderen fühle ich mich dann wohl mit dem ich irgendwie auch mehr verbinden das erste video von 2015 ja ich hatte aber den namen schon bestimmt ein halbes jahr vorher ich habe zuerst einen namen gemacht und dann habe ich nach equipment und so erst alles aufgebaut ich weiß noch mit mein turtle beach headset damit fängt es an oje das liegt hier irgendwo noch also es funktioniert sogar noch mein erstes headset mit wo ich mit womit ich aufgenommen habe das zum brader let's play Das heißt, es kommt irgendwann ins Museum. Du hast eine sehr wichtige Mission. Du kannst nicht in der Räne schlafen. Was ist, wenn du eine Kälte bekommst? Außerdem, ich mag mit Kaine campen. Manchmal sitzen wir auf dem Feuer und erzählen Geschichten. Oder rösten... Ein Essen, das ist genug. Ich habe ein Bild, um zu behalten. Kleine, schüchterne Lisa. Oh, das war so schlimm. Ich habe immer so... Ich weiß nicht. Ich habe dann halt angefangen. Und dann, wenn ich irgendwie gestottert habe, habe ich wieder aufgehört. Und das neu aufgenommen. Ich war einfach total verunsichert. Und dachte die ganze Zeit, ich darf keinen Fehler oder so machen. Ich war total... Ich war wirklich total schüchtern. Und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und ich wollte es halt nicht verkacken. Und ähm... Da war ich halt noch total im Whoop. Gibt es ein Video von damals? Ja, gibt es also auf YouTube. Aber... Das ist äh... Ja. Gibt es. Aber es ist halt noch ohne Cam und alles. Die Qualität und so. Und boah... Ich glaube, das erste Let's Play mit Cam war dann mit Outlast. Da hatte ich noch längere Haare und komplett... Gar keine Farbe in den Haaren. Aber sie stellt sich gar nicht so schlecht an. Dann mal anschauen. Ja, das ist äh... Tomb Raider. Also von den neueren. Der erste Teil. Äh... Cup Wreck YouTube. Hallo. Ich glaube, ich habe den Namen richtig... ...voraus... ...gesprochen. Wenn nicht, tut mir leid. Das war Outlast das erste Mal mit Cam und du warst so verunsichert. Ja klar, war ich verunsichert. Aber ich bin von Let's Play zu Let's Play immer selbstbewusster geworden. Es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und habe mich schon immer... ...gemüht. Anser Capri? Okay. Geht aus sie szneел mir egal. Wie du das möchte ich? Solange ich es nicht total scheiße ausspreche. Und das Witcher Let's Played. Ja, Witcher habe ich auch Let's Played, das stimmt. Ich habe es genossen. Eins wurde mir aber von YouTube gesperrt, wegen Szenen, ne? Pah! Lieber Tag? Äh, bis jetzt? Also ich zocke jetzt gerade in den zweiten Run. Also ganz gut. Ich habe Bock. Gucken, wie weit wir heute kommen. Weil theoretisch ist ja heute eigentlich Open End. Witcher 2 oder 3 oder beide? Äh, Witcher 3 hatte ich Let's Played. Witcher 1 und 2, das habe ich damals privat gespielt. Das habe ich leider nicht auf dem Kanal. Okay, Schule. Yay! Aber geil, Open End, Type. Eigentlich ist es Montags auch immer ohne Zeitlimit. Aber ich versuche, dass es nicht so übertrieben ist. Das ist wie Freitags immer. Ist das nicht nur Freitags? Nee, eigentlich nicht. Ich versuche nur, dass es dann am Montag nicht so eskaliert, aber... Ich versuche nur, dass es dann am Montag nicht so ist. So lange ich durchhalte. Ich muss morgen nur einkaufen. Freitags ist natürlich immer besser. Hier ist eine Schilder. Oh, ich weiß nicht, woanders. Oh, ich weiß nicht. These are creatures of the darkness! Blur them to the light! Pathetic to the end, I see. Aim for that statue! It's the leader! Oh, Tyrone, nicht du schon wieder. Oh, Tyrone, nicht du? Ich hab dich gerade auf YouTube gefunden und gleich mal abonnieren und einen Like sagen. Das ist ein schöner Tisch. Zusammenstellen macht Spaß. Das ist echt schön. Dankeschön. Freut mich. Das ist halt so mein... Ich lass dir mal was aussehen. Das ist mein, ähm, Twitch-Archiv. Wenn man irgendwas verpasst hat oder es noch nachschauen möchte, dann kann man es sich da gerne nochmal anschauen. Bis Artikel 17 uns alles vergut. Und tot. Ja. Ups. Ja, die ist durchbohrt. wars war ich aber, äh, sehrreu, diese Bastel in Hand sieht man nicht so aussehen. Ach schief jetzt, dass war das hier so ne, ich wollte gerade nicht unterbrechen. Weil wir ja gebrèt entrance hat. das normal ist jetzt so käse mutiert oder was das stimmt Jetzt hören wir ihn aber, was er denn gesagt hat im ersten Mal. Was ist das? 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 Das ist das. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es schreien. Kaine, komm zurück! Ja, ja, wir machen ja schon. Ja, der Boss-Fight ist schon vorbei. Jetzt können wir schön miterleben, wie Tyron Kaine gequält hat. Ja, blödes Arsch. Jetzt können wir schön miterleben, wie Tyron Kaine gequält hat. Ja, blödes Arsch. Kaine! Ich... Ich kann es nicht wiederholen. Ich kann nicht mit... Wir werden immer zusammen sein, Kaine. Wenn du wiederum transformierst, werden wir einfach wiederhören. Wie viele Male als es dauert. Ich weiß nicht, wie schwer es ist. Wir werden dich wiederholen. Ich liebe zu sein, weil ich mit dir, Kaine. Ich kann mich ignorieren, und weitergehen, wegen dir. Wenn das keine Motivation ist. Okay, okay. Okay, okay. Stopp crying. Und... Thanks. Ich bin okay. Krisekantin... Du kommst mal an. Und... Oh, wie Morano... Was das für ihn... ...ist du? Das ist echt nicht. Du bist da. Du bist da. Da. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Herzen sind überbewertet, am Ende kommt noch einer mit Liebe und so einer Rotze. Liebeschädlich. Elber-Dunkel. Äh, dunkel. Herzen, also ich mag Steine. Toll! Also, was mich an dem Spiel stört, ist immer dieser helle Ladebildschirm, wo dir die Augen ausbrennen. Gar nicht mein Ding. Und Dankeschön für den Follow, Simon, Dankeschön. Das hat jetzt den Follow ausgemacht. Puh. Ja. Dunkelheit. An die Macht. Hilfe. Das kennen wir ja schon vom ersten Run. Ja, der Ladebildschirm ist schlimm, oh ja, ziemlich. Ah, stimmt. Muss ich das im Märchenwald wieder machen? Nein. Hm. 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 Hm? 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 Hm. �.: Nur das letzte. Das meist so gelb gemacht. Das letzte war doch auch nervig. Hm. Besides, it's the only way to reach the Shadow Lord. It's a dangerous task. Yeah, well, Yona's in even more danger. Yeah, that's good. Ja, das gibt mir aber, das ist ja nichts Neues. Wäre das was Neues, würde ich es ja vorlesen, aber... Du musst wissen, ich bin außen nett, aber innen grausam und furchterregend. Also dunkel. Perfekt, passt genau hierher. Was, ich bekomme Hebel? Für was? Bin doch lieb. Ja, gerade weil du lieb bist. Natürlich, du musst nur auf die Augenfarbe aufpassen und die Anzahl der Krieger. Ja. Wollen wir das zuerst? Dann haben wir das doofe schon. Das Schlimmste zuerst, ja. Machen wir das Schlimmste zuerst. Hier, dieser Ladebildschirm ist furchtbar. Ich brauche eine Sonnenbrille. Es soll Gerüchen zufolge, Leute. Geben die auf Hiebe und Schnee. Nee, nee. Das sind Hiebe, die gefällt hoffentlich niemandem. Da soll eine Strafe sein und Kellen gefallen. Wenn man zu nett ist, wird man bestraft. Das bringen uns Spiele mit Griffen und das ist Real-Life-Bang. Ja, man sollte nur zu bestimmten Leuten, die es auch verdient haben. Nicht zu jedem. Das wird dann entweder schamlos ausgenutzt. Oder man wird wie Dreck einfach behandelt. Das sollte man wirklich nur den Menschen geben, die es auch verdient haben. Ich war auch mal zu nett. Und hilfsbereit. Das bin ich nur noch zu den Leuten, die es verdient haben. Weil ich bin hier wohl ausgenutzt. Davon gibt es leider nur viel zu wenige. Ja, das muss man sich verdienen. Ich bin hier auf einer Lanz. Morgen um drei, wenn einer meint, einen Flashbang zu werfen und grinst. Sie haben es scheinbar nicht verdient. Deswegen traue ich kaum an Menschen. Ja. Ja. Wahrscheinlich ein Nachtmärchen, die ich hoffe, nie wieder zu erleben. Ich höre dich. Ich habe das auf den harten Weg gelernt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich war zu gut, glaube ich. Ich muss ja trotzdem mit dem Inksbums quatschen, ne? Vergebe, aber immer noch zu schnell ist ein Problem. Ja, eigentlich ist es keine schlechte Angewohnheit. Das zeigt ja, dass du kein böser Mensch bist. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht ein und derselben Person immer wieder verzeiht, wenn die immer wieder Scheiße baut. Weil dann macht die das immer und immer wieder. Nach Liebe kommt Liebe. Ives, danke schön für die 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich muss mit den Dorfältesten gehen, aber ich will nicht. Das war furchtbar. Ja, 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 das kennen wir eigentlich schon. Pah. So, was war das? Augenfarbe und Anzahl merken? Ja. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Das haben wir ja, das habe ich ja alles schon im ersten Run vorgelesen. Gebräunte Haut und braune Augen. Merkt euch, braune Augen. Jetzt müssen wir nur noch die Anzahl der... Joselfú. Ich muss mit deiner Pr feierräten. Mit der Norden. Nein. Ich muss morgen trotz keine Schule für, ähm, zu, ähm, hoffentlich schlechte Noten mit zwei bleiben. Aber einen schönen Tag noch und ich, ähm, noch geschlafen. Alles klar, dann Simon, schlaf schön. Dankest du damals. Träume, was schön ist. Dann hole ich gut. Die Mots haben sich die Liebe von Liz durch He-Ra. Genau. Meine Erfahrung ist, einmal, ähm, Arsch noch immer Arsch, ne? Entsprechend gibt es bei mir kein zweites Mal mein Vertrauen. Ja, wenn man mein Vertrauen zerstört, ist es auf jeden Fall, ähm, schlecht. Sehr schlecht. Weil dann ist, geht alles in die Brüche und nochmal 100% Vertrauen kann ich nicht. Ich komm wieder. Das freut mich sehr. Keine Frage. Wow. So. Ähm, 23 Kameraden begonnen, aber die meisten gibt es nicht mehr. Ist jetzt die Anzahl 23? 21? Wow. 6. 100%? 2. 2. цы. 282? Okay. Wir haben nur die 2 lang gewohnt. Ja, ich hab' nur 3 subs. Also, ich hab' nur die 2. 6. 2. 1. 2. 2. 1. Jetzt muss ich aufpassen, dass mein Controller keine Scheiße baut, weil der immer einfach nach oben und unten. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, seht ihr? Das macht mein Controller gerade. Was soll das? Oh Mann. Ich muss echt aufpassen. Ich muss dann warten, wenn ich mit dem Stick nach oben gehe, dass der dann die ganze Zeit ausrastet. Immer, dass Jonah wohl kein Letzterchen erfolgt. Ja, ja. Merke ich mir. Oh. Fertig. Oh. 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 so eine krass gute geschäftsraum ja klar mit verkäufer der mafiosi was ich habe euch auch schon spiele empfohlen die ihr dann gekauft habt weil ihr sie toll verhandelt ja in folie in florence ich habe mir dafür eure seele verlangt war nur ein geringer preis ich erkenne ein muster keks entschuldigt sich immer wenn ich hier im chat bin heißt er bohrt eigentlich immer nur scheiße ja keks ist ein mehrfachtäter ja meine seele ist tatsächlich gar nichts wert er hat einfach nicht auf ok so keks den sind heutzutage eh nix mehr wert ach für mich schon der unser liebenswürdiger mini kreditei ja ich glaube er sei die verprügelt dann alle erinnere ich mich jetzt aber auch nicht Oho! Wir sind jetzt hier, Mama. Oh nein. Oh, jetzt merkt man erstmal, dass ich auch leile, ne? Da wurde die Mama totgeprügelt. Oh. Oh, du bist eine Weiß. Wer ist? Militäriefentsrobot. Du bist ein Input. Du musst wurde eliminiert. Error. Da ist etwas vor deinen Augenflachen. und da wundert man sich warum die schatten menschen hassen er hat hunderte von Jahren 874 Jahre, 10 Monate, 14 Tage, 4 Stunden und 43 Minuten 44 Minuten 45 mehr 45 mehr hä mal Wahrscheinlich, das kickt einfach nur ein sehr lieber Mensch. Du hältst dich nur zurück mit seinen komischen Witzen und Bekloptheit. Aber du bist doch kein böser Mensch. Mein Schatten spricht auch mit mir. Leider sind wir selten mit derselben Meinung. Ich würde keine Kackmenschen als Mod machen. Ich kenne die auch. Warum werden sie dich töten? Oh, Schatten. Das arme Kind. Warte mal, ist es... Ist es der Schatten, der sich dann mit ihm verbündet und dann die Mutter und den komischen... Nee, das war... Ja, doch. Das ist der, oder? Die Mutter von den zwei eher Jungs? Ich habe heute sieben Kinder in den Lolli geklaut. Wenn du mal nicht böse nennst, dann weiß ich auch nicht. Du hast eine gute Tat vollbracht. Weil du die Lollis zu mir bringst. Das sind meine. Du handelst in meinen Auftrag. BingoLess, das hier ist der Schatten, den du am Ende umhaust. Toll, ich töte also das Kind. Super. Ich bin böse. Scheiße. Hallo, Baumbart. Mir geht es soweit gut. Und selbst? Das ist Lollis Clown. Ja. Versuch nie, das zu ärgern. Nein, guck mal. Ja, das ist die hier. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel wir eigentlich nutzen können. Oh, wow. Schau mal, das sieht ganz neu. Hey, be careful, okay? Das Ort ist gefährlich. I'll be fine. Oh, no. Huh? Look out! Huh? Ja, das ist die ne Camme, ja. Soweit nochmal. Also stressig. Ja, meinen Stress zähl ich schon gar nicht mehr auf. Jacob? Oh, Gott. Das kann nicht passieren. Jacob! Jacob! Was hat er ihnen in die Schuld gegeben, den Roboter und den Schatten? Im Grunde haben sie ja gar nichts gemacht. Toll, wir töten also nur, weil... Oh, scheiße. Das ist komplett alleine. Ja, ich sehe es gerade. Oh, nein. Oh, jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen. Verdammt. Scheiße. Hat jeden Tag schlimmer. Das ist gar nicht gut. Da können wir uns die Hände rechnen. Ich kenne das sehr, sehr gut. Das ist in den letzten Monaten bei mir auch. Oh, Mann. Vielleicht sollten wir uns mit den Brüdern sprechen. Sie wissen vielleicht etwas über das. Bist du Monster? Aber ich wusste es doch nicht. Und der Schatten hat noch Mitleid. Oh, Mann. Richtig mies. Nachttag, schlaf schön und danke, dass du da warst. Oh, hey, da. Es ist schon lange. Du bist der klein, nicht wahr? Du hast aufgewachsen. Wie ist dein Bruder? Mein Bruder hat vor vier Jahren gelebt. Oh, ich... Es ist okay. Ich muss dich etwas fragen. Was ist das? Du hast gehört, dass die Schatten hierherrschung? Nicht die kleinen. Nein, ich habe nicht gehört, dass das so etwas wie das. Aber all I want is to destroy... Just rip them up. Ah, never mind then. Yes. Depression kick, let's go. Ah, gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Es bekommt schlechtes Gewissen von der Blechdose. Ja. Klar. Wir sind ja eigentlich im Grunde gar nicht böse. Und der Schatten. Eine sehr powerfulle Weapon. Ich dachte, du könntest etwas Use haben. Die war warme schon. Wow. Ja. Ja. Es ist ziemlich beat up. Ich meine, es gibt Potenzial, aber es ist ziemlich powerlos gerade. Kannst du es reparieren? Ich kann alles reparieren, mit den properen Materialien. Wenn du es fixest, ich habe die Parten. Haha. Ich bin so glücklich, dass ich nicht entschieden habe. Ich werde ein paar... Nur die wirklich großen Enemies... Also, hier ist der Passcode, um zu kommen. Hier ist es auf dem Elevator. Ich werde ein paar Memorien brauchen. Nur das wirklich große Enemies... Was kann ich dir helfen? Ich werde mit dir helfen. Sperr war eigentlich auch immer cool zu nutzen. Ich brauche Gedächtnis-Legierung. Dann könnte ich... hätte ich dann 999. Ich bin schwer. Wow, kollateral. Das war sehr laut. Alter. Oh, hab ich mich erschreckt. Puh. Dankeschön für die 300 Bits. Der Phönix-Sperr. Ich hab ein großes... ja. Oh, das sieht doch geil aus. Mhm. Schwarze Perle. Wo krieg ich denn eine schwarze... Perle, ja. Verdammt. Irgendwann am Strand. Okay. Komm. Ja, ich würde den Sperr ja jetzt ausrüsten, weil... Ich hab ja mal Bock auf ne andere Waffe. Oh, endlich mal ne schnelle Waffe. Oh mein Gott. Wir trinken gut. Bis gleich. Immer eine Rauch, um mir was zu trinken. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, Mose. Hm. Das ist ja so voll nett. Verstehe. Ja, ja. Warum bekommt man das Katana von 2B her? Und warum hab ich das nicht gehabt? Das war doch ein Vorbestellerbonus, glaube ich. Ich hab ja auch das Outfit. Guck mal hier. Sie hat ja auch das Outfit von... A2. Ähm... Muss ich hier hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du im Store holen? Breitling ist gratis. Oder so. So war es. Hm. Wenn ich so irgendwas dagegen anzukämpfen. Ja, ist scheiße, wenn es zu heftig ist. Das ist wirklich kacke. Da kann man sich höchstens vielleicht irgendwie versuchen abzulegen, was... ...wo nicht immer hilft. Also ich hab immer von Leuten, also die ich mag... ...Horror-Let's Plays und so geschaut. Weil die sich dann halt erschrecken und das spannend ist. Das hat mich immer am meisten abgelenkt. Ich muss mir mal scheiße holen. Du brauchst eine Gedächtnis-Delegierung. Wenn du eine im Inventar hast, kannst du wieder raus. Aber ich hab den auch gefragt und der wollte nicht. Egal, wenn ich schon hier bin. Und Nachttor, schlaf schön. Habe ich schon Nacht gesagt? Egal, nochmal. Ich glaub, die Polylycerin überlebt die Nacht nicht. Oh je. Hilft das denn aber, wenn du das spülst? Ich mein, du würdest das ja sonst nicht machen. Und tschüss, ihr Lieben. Prost! Ich hab am Samstag eine Flasche Mead gekippt. Ich hatte volle Lust auf Mead. War keine gute Idee, so schnell was zu trinken. Mh. Aber ich hab noch... Wie viele Flaschen Mead habe ich noch? Zwei? Drei? Nee, zwei müsste ich noch machen. Ich fand die Idee voll gut. Mhm. Ja, sehr gut. Betrunken sie sowieso. Betrunken nicht, aber... Ähm. Der Weg zur Toilette war schwierig. Mhm. Ich hab das ja ein bisschen zu schnell getrunken, wie Wasser. Also die Flasche war nach 15 Minuten oder so leer. War nicht so gut. Also ich vertrag nicht so viel, also... Also ich trinke nicht so oft, aber... Ich hab's gemerkt. Angetüte ist hier, der passt in Wirklichkeit. Ja, das war ich auch. Und ich bin dann viel... Viel frecher und, ähm... Man darf einfach nicht mit mir reden. Ich bin sehr frech da. Oh ja. Und ich lache über jeden... Noch schlimmer. Ich lache die ganze Zeit über jeden Dreck. Aber ich bin dann... Ich weiß nicht. Mein Hund wird dann irgendwie noch kreativer. Und das artet etwas aus. Die Leidtragenden sind Keks und Locke hin. Hehehehe. Hehehehe. Das geht? Ja, das geht. Das geht. Zum Glück schreiben wir nur und reden nicht. Ja. Ja. Nach Technobase schlaf schon, dank dass du da warst. Die glücklichen... Ja, ja, mir. Dann kommt auch ein Voice. Hehehe. Kriegst du direkt die Portion ab? Das stimmt. Das geht. Was war das denn? Das ist ja so... Was? Was ist das? Was? Ich mach mal nicht mal ne schnelle Waffe. Ich hab keinen Plan, wo ich halt hin soll. Ja was, dann muss ich aufstehen und dann aus dem Schrank ramt voll die Arbeit. Boah. Du armer. Oje. Rami, heb dir keinen Bruch. Ich kann mich verstehen, das ist schon eine Aufgabe. Was ist mit euch? Willkommen zurück, Mosi. Hast du letzte Woche mal gezaubert, hat sie übel den Durchfall? Nein, ich hab dir keinen Durchfall gewünscht, aber ich wünsche dir jetzt Durchfall. Was ist mit euch? Yuppie! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was hab ich gebraucht? Gedächtnislegierung, oder? Was hab ich gerade eingesammelt? Was? 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 Das erste Mal hier durch, war lustig. Boah. Ja, ich hab überhaupt keinen Durchblick gehabt. Irgendwann, wenn man das mehrmals macht, merkt man sich irgendwann die Wege. Oh, mit der Musik. Oh, ist das wie gemein. Was? Du hast mir viel taught, Kaliu. Du hast mir geholfen, Kaliu. Du hast mir geholfen, meine vocabularie. Du hast mir instructiert, in den Weg des anderen Mondes. Böse. Nicht böse. Ich würd sagen, no risk, no fun, ich trinke nen Red Bull. Weiß nicht, ob das ne gute Idee ist, mit Schmerzen dann deinen Kreislauf noch anzupuschen. Uh! Äh, Diamantia, dankeschön für den Follow. Ein cooler Name. Gefällt mir. Herzlich willkommen bei den seltsamen, seltsamen, aber ich kann nicht mehr reden. Ich hab nen Knoten in der Zunge. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Wird ihr so hyped wie ich auf Schmierrunden hier in dem Spiel? Oh je. Bin irgendwie hier gelandet, aber du wirkst sympathisch. Ich hab vorhin nen Raid bekommen von Mona, vielleicht durch sie? Dann weiß ich, wie ich hier gelandet bin. Ja, dann durch Mona. Dann herzlich willkommen. Ne schwarze Perle, damit ich mein Speer verbessern kann. Das wär eigentlich noch ganz cool. Gehen wir zurück zu Popola. Es ist schön, wie ich euch immer alle so gegenseitig begrüße. Ich finde das immer schön. Hängt er die Perlen da irgendwie an den Speer oder wofür braucht er die? Er ist ein Perlentaucher. Ich mag ja Perlen. Ja, das ist jetzt der zweite Durchgang. Gerade beim zweiten Durchgang, der war bei mir auch sehr tränenreich. Ja, ist jetzt der zweite Durchgang. Auch mir am Zocken? Sehr schön. Oder bist du schon komplett mit allen Enden durch? Ich hab's noch vor. Muss sein. Ich will. Ja, bei mir muss man tough sein, aber das ist schwierig. Ein Speer, der nach Perlen taucht? Ja, ja. Genau das meine ich. War's. Wir haben alle Perlen für deinen Speer. Ja. Klar. Gerade den zweiten Durchgang abgeschlossen. Sehr schön. Ja, ich will halt auch mehr über Keine wissen. Keines. Die ist mir ein bisschen ähnlich mit den Kraftausdrücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Eigenschaft ist, aber... Wobei, ich hab... ich hab mich schon ziemlich, äh... zusammengerissen. Das war früher schlimmer. Ein Perlensperrtaucher. Also, Liss, erklär uns, wie du das meinst. Nein, besser nicht. Besser nicht. Es artet nur wieder in, äh, zweideutigen Sachen aus. Und so war's auch gemeint. Bam, 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 bam. Tod. Sehr schön. So will ich die Gegner tot sehen. Keine ist toll. Oh ja. Die ist auch so hübsch. What? Wir denken nie zweideutig. Quatsch. Ihr seid doch voll lieb und so. Ach komm, du kannst das doch gut. Mit Perle war was anderes gemeint. Perlentaure halt. Kannst dir selber ausdenken, was gemeint ist. Ich hab bisher nur das A-Ending gespielt. Mir fehlt es tatsächlich an Motivation, die anderen Enden zu erspielen. Mir fehlt jetzt das gewisse extra, das Automate hatte, welches ich bis zu 100% durchgesuchtet hab. Privat hätte ich jetzt im Moment auch gar nicht so die Motivation gehabt. Aber das Stream hilft mir sehr, dass ich das durchziehe. Weil ich hab ja meinen persönlichen Guide hier im Chat. Bei weiteren Enden lohnt sich aber Breitling. Ja, Breitling. Die lohnt sich. So am Strand, ja? Ach, dann muss ich ja hier durch. Ist die hüllenforschende Perlentaucherin. Ein sehr schöner Titel, ja. Toll. Jetzt hätte ich eine Frage, aber es besteht die Gefahr eines speziellen Spoilers. Also lieber nicht. Ja, diese bösen Fragen immer. Ich glaub, da hilft nur, weiterspielen. Ich will auch so viel nur wissen. Ich zwingel das quasi. Ja, hat aber nicht viel gefehlt, um mich zu zwingen, ne? Allein die Musik. Schon geil. So, hier ist absolut gar nichts an Loot. Toll. Voll umsonst hergekommen. Toll. Nirgends ne Perle. Ein Stubs hat gereicht. Ja, so mit dem kleinen Finger. Meeresfront mag ich grad nicht. Ich mag Meeresfront auch nicht. Bringt es das, wenn ich den Abschnitt kurz verlasse und wieder zurückkomme? Geht dran, dass hier auch nur drei Waffen sind. Ja. Geben ja schon Mühe. Ich habe ja genug Geld, hoffe ich. Theoretisch ja, praktisch. Dumm weiß, wie man einen motiviert. Yummy. Kann ich da definitiv verstehen. Automata hat die Neugier auf die anderen Enden stärker aufgebaut. Mhm. Oh, Automata. Müsste ich auch mal wieder spielen. Und dann unterm Rock. Äh, ich meine... Mit Tobi alles schlachten. Oh ja. Ja. Ich sehe schon. Ich habe sehr viel Glück. Die können an beiden Enden des Strandes liegen zusammen mit normalen Perlen. Und siehstern. Wow. Und bei mir liegt gar nichts. Einfach null. Gnade. Okay, wichtige Frage. Tobi oder A2? Oh, scheiße. Kann ich beide sagen? Und die sind beide so toll. Ich meine A2 ist auf ihre andere Art und Weise... Super. Ich kann mich da nicht entscheiden. Die sind beide super. Wo ist eigentlich... Ach, die ist ja da vorne. Die hat das Outfit von A2 an. Die waren auch beide. Ja. Kann mich nicht entscheiden. Nee. Lass ich zählen. Okay. Gott sei Dank. Die Frage war jetzt sehr... Sehr schwierig. Wo war denn der Waffentyp hin? Der hat nur Perlen. Ganz normale. Ich brauche aber bessere Perlen. Schwarz. Ganz klar 9S. Boah, yummy Bun. Sofort Bun. Bloß nicht. Ich hau dir gleich einen rein. Nein, SM fand ich eher als nervig. Ja, ich auch. Das war... Hm. Mhm. Ah, hier kann ich die Sachen kaufen. Hm. Ich hab einfach ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Ich hab einfach ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Hallo, er war's nicht. To be. Oh ja. Habt ihr auch freiwillig unter ihrem Rock geguckt oder wusstet ihr nicht, dass man da runter gucken kann? Ich frage nur, weil immer... Ich krieg immer voll... Gadget mobbt mich immer. Die sagen, ich wär pervers. Bin ich gar nicht. Wo ist denn jetzt der Waffenschmied? Wo war der denn? Ich hab keine Ahnung mehr. Was ist denn hier irgendwo? Ich bin gerade blind. Hi there. Ausrüstung. Ich will keine Ausrüstung. Komm back. Wie meinst du unter den Rock hocken? Bei Leitern oder den Rock weg sprengen? Ja, bei Leitern zum Beispiel. Oder einfach beim Laufen, dass du dann läufst und dann guckst du so. Hm. Wenn's der Ding bei deinem Stream-Element-Shoutout ist, ist noch nicht aktualisiert. Wieso ist es denn noch nicht aktualisiert? Das hatte ich doch aktualisiert. Okay. Äh, erinnere mich nochmal, okay, dass ich das dann nach dem Stream mache. Doch, das Weg sprengen kenn ich. So viele komische Menschen. Die Treppe da eben hoch. Welche Treppe? Ich bin grad voll verwirrt. Die Treppe da hoch. Kein Wunder, dass ich die Waffen nicht habe. Sorry, Horn... Wenn ich den Schmied nicht mehr hier finde. Nicht die Trabi. Andere Seite. Hier ist eine andere Seite, was? Ach, hier! Ja, dann ist ja kein Wunder, dass ich den nicht hatte. Dann hab ich ihn nie gefunden. So, hab alle. Perfekt. Jami, wie viele Waffen fehlen mir noch? Die eine aus dem Buch, Pfingster... Und, ja. Keine Ahnung. Das war eine Geburt. Ja, schlimm. Ich und Wege, ne? Also, vielleicht hab ich auch unter den Rock geguckt bei ihr. Muss dich nicht schämen. Das ist für dich normal, dass man so einen glänzenden, wunderschönen Popo sich anguckt. Und ich... Hallo, Steo Class! Die zwei müssen jetzt noch fehlen. Dann hab ich alle. Okay. 33? Ich hab jetzt nicht gezählt. Okay. génial. Da wurde nicht besser die woulda. bis jetzt vor 50%, Wenn der Blick unter dem Rock reller leuchtet, als der Ladescreen, dann läuft's dir was verkehrt. Auch lautlos aus dem Dunkel auf. Räumt die Bar aus und verschwindet genauso lautlos wieder im Dunkeln. Hallo, Lady. Ah, die Musik von mir ist der Hammer. Ich bin oft stehen geblieben und hab die Musik gelauscht. Oh ja. Oh ja. Oder wenn Devo da sinkt. Oh, ich hasse den. Oh ja. 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 Ich muss auch mal lernen, zu lauschen. Mach ich doch. Ich lausche immer. Der wunderschöne Musik. Also in Games catcht mich am meisten mal die Musik. Ich bin sehr anfällig für sowas. Die ist an den Prozenten. Wo sieht man hier Prozente? 96 Prozent. Okay. Das hier. Also der hier wird wahrscheinlich in diesem Buch noch sein. Der so kacke. Das braucht eine VR-Brille für unteren Rockstar. Ich habe eine VR-Brille. Aber leider kein Playstation. Das ist die Oculus-Dich. Das R bei VR steht also für Rock. Bist du noch länger on? Ja. Ich bin noch eine Weile on. Also ich habe heute keine Zeit gesetzt. Es ist 23.17 Uhr. Aber ich trinke gerade Red Bull und... Ich bin noch fit. Mein Essen wird gleich fertig. Ich komme dann später wieder. Alles klar, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. So, was wollte ich jetzt machen? Speichern. Erstmal speichern. Super. Virtual Rockbrille. Das... Ja, Chef. Sehr gut. Nach 18 Tagen bis zum PS5-Update. PS5-Update? Was? Ein Update dann? Hallo, morgens. Willkommen. Ja, mal gucken. Bin mir nicht sicher... Bin mir sicher, dass es eine Mod gibt, wo du dir To be nackt in VR anschauen kannst. Da muss ich ja direkt mal los. Oder was? Du weißt, was ich meine. Ach so, zehnte, sechste. Kein Keks. Es ist das seltsam. Also fehlt mir jetzt nur noch diese eine Waffe aus dem Buch. Ja, das kennen wir ja auch schon. Eine Waffe aus Fassaden. Wann hole ich die? Also zwei Waffen noch. Na, das geht ja. Also soll ich jetzt nach Fassade gehen? Oder wäre jetzt keine gute Idee. Ich weiß es nicht. Hast du die Quest und Fassade alle? Mh... Möchtest du die wahrscheinlich neu holen, ja. Die Quest dafür hat eine Wache am Eingang von Fassade. Die wird im Laufe des Spiels frei. Im Laufe des Spiels. Das heißt... Scheiße. Ich weiß nicht, wann die dann frei wird. Mh... Also was soll ich machen? Soll ich zuerst nach Adlerhorst oder nach Fassade? Mal gucken. Königsschwert? Ähm... Ist das ein Einhandschwert oder... Das hier fehlt mir. Das wird bestimmt die sein. Mach erstmal weiter. Was weiter? Die Story? Also nach Adlerhorst? Hallo, Capilino. Jo? Ja, dann machen wir das zuerst. Das geht ja schnell, glaube ich. Adlerhorst? Oh. Ihr wisst ja den Text, den wir vorhin gelesen haben. Die 40, 45 Minuten. Jetzt ist Adlerhorst natürlich jetzt noch grausamer zu besuchen. In Keines Geschichte. Was ist das? Ja. Wer von euch wird eigentlich Bio-Mutant spielen, was morgen kommt? Blöder Pisser, ey. Boah, Tyrant ist so ein... Richtiges Stück Scheiße. Mit dem VR Perlenschwert tauschen. Ah, Ende B oder Ende C schon? Wir machen gerade jetzt den zweiten Durchgang, also, ja, Durchgang B im Grunde. Ich nicht, ich werde es testen mal sehen. Unpraktisch, wenn immer ein schlaues Buch hinter dir fliegt. Machen wir erstmal ein Bild im Stream morgen. Ah, okay. Hat mich nicht angesprochen bisher und Rezensionen haben. Kein gutes Licht auf das Spiegel geworfen. Ja, weiß nicht. Rezensionen ist immer so eine Sache. Da bin ich immer vorsichtig. Und ich habe schon die ersten Tests gelesen und naja. Hm, okay. Days Gone hatte auch scheiß Bewertungen, war dennoch ein gutes Spiel. Days Gone war mega gut. Also, mir hat es voll viel Spaß gemacht. Ich habe mit Platin gemacht. We do not desire needless conflict. If we can continue to live with humans, then we can continue to live peacefully. But that young man will come. Yes. The young man will come. He will kill us all. Women and children included. Da, we wish us to have fun. He will kill us all. But they will kill us all. So, yeah, it will kill us all. And we will kill them all. Okay, we can do it. Ja, ich teste das Spiel immer selber aus. Mal sehen. Bam, 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 bam. Ja, ich werde es dann Mittwoch, denke ich mal, anspielen. Hier ist das Haus. Oh, wir haben ja jetzt die Story gelesen. Hallo, Nasir. Schönen guten Abend. Dankeschön. Ja, ich habe sie ein bisschen kürzer gemacht. Und ich probiere im Moment viele Farben aus. Aus Langeweile. Nacht, Steff. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Ähm. Nichts zum Bürgermeister-Typen. Er ist eigentlich auch alle Spiele selbst. Auch meine kleinen, äh... Gebt mir da recht. Nichts, aber zuletzt, äh... Aufs Maul geflogen. Deswegen dann zwischenvorsichtig. Ja, ich... Ich kann es auch verstehen. Ich meine, ich habe zum Beispiel bei The Sinking City... ...habe ich auch getestet. Und das war eine Katastrophe. Das Spiel ist eine Katastrophe von der Performance her. Und, hm. War einfach... Keine Ahnung. Ein Spielbild. Hätte gut werden können. Hätte gut werden können. Ich höre heute immer noch nichts Gutes darüber. Leider. War auf jeden Fall sehr interessant. Naja. Was eigentlich mit diesem Remothered? Ich weiß nicht, ob die es jetzt verbessert haben. Ich warte noch. Weil das soll ja ziemlich unfertig gewesen sein. Das ist nicht auch schon ein Jahr aus? Klaus, ich habe es gesehen. Danke schön, Klaus, für die 300 Bits. Netter Versuch. Durchfall. Für dich. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Shut up. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Wenn du nicht bist. Wenn du nicht bist. Bleib weg. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Auch nicht genug, um mein Spiel durch sich auszuprobieren. Und wenn man länger spielt, kann man das nicht mehr zurückgehen. Ja gut, ich... Ich hab's schon gekauft. Auf Playstation. sowieso was sollte ich jetzt mal rumfragen ja fast neben im 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 Von dem habe ich ja auch alles, ne? Klaus! Fuyu! Danke, ich will dir nochmal 300 Bits. Ich hasse dich. Ich wollte eh sparen für Ratchet & Clank, insofern. Kommt das auch bald raus? Ich bin voll Mass Effect und Judgment drin. Oh, Judgment ist mega gut. Da kommt ja Teil 2 davon. Ich freu mich. It's a trap! Du bist ein Willkommen, Partei. Du willst ein paar Hilfe? Ein Karnivalm? Ich liebe es. Kaine, die Villagers sind besiedelt! Aber nicht alle. Einige sind immer Mensch. Also be kurz zu sein. Ja, ich bin sehr froh, dich. Das? Das? Das ist das! Oh Gott, hilf uns! Hilf uns bitte! Wir sind Chains! Parenut Bock, ich merk schon. Was kommt am 11.06? Oh, das ist ja bald. Oh Gott! Geh raus! Keine! Ich werde nicht abandone meine eigene Freundin! Keine, was ist passiert? Keine nicht von dieser Frau, sie ist eine Schade! Nein! 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 Einen Tag nach Final Fantasy VII. Oh wow! Die Menschen sind die Monster hier! Bleib zurück, Kind. Deine Frau ist jetzt einer von ihnen. Oh, Demo, ja! Die würde ich gerne die Klippe runter schubsen. Schubsi! Na, was hat Tyrant jetzt wieder zu sagen? Gut. Danke, bitte! Das war's ganz schön! What madness. These people are behaving as if we are the villains. Kaine! Kill them! Kill them now! No! Villagers are under attack over there. Willst du, was die Schatten sagen? Ja? Mir ist egal, was sie sagen. Sie sollen sterben. Komm in, Cheat. Danke, Cheat. Das habe ich auch oft. Monster! Was? Die greifen mich an, ich muss mich nur verteidigen. Die Armschatten. Bam, bam, bam. Also im Grunde wir, also die Schatten. Ja, ich weiß. Ich töte im Grunde die Menschen. Monster! Nein, du bist in ihr Gebiet gerannt und hast angefangen, den Berserker zu spielen. Halt dein... ...Mundwerk! Okay, breit. Die Tiere kill ich nur, weil das Spiel sagt, ich muss looten. Was ist das die Verbundung des All of Shades? Es wird mehr als eine Barrage von Magik zu stoppen uns. Die erste, die Wäver ist die erste, die zu sterben. Ich fühle mich Magik aus dem Zentrum der Augen. Warte, ich denke, das sind wirklich Leute. Nichts zurück, das sind Shades. Die Tentrums vertreten sich um die Magik zu retten. Die Tentrums vertreten sich um die Magik zu retten. Jetzt, fokuss dich auf die Magik zu retten. Ach, ich sehe das. Ich bin mir nicht nur! Ich kann mich nicht nur! Ich bin mir nicht nur mit der Magik zu retten. Ich kann mich nicht nur mit der Magik zu retten. Ich kann mir nicht nur mit dem Tier. Ich bin mir nicht nur mit dem Tier. Also es fühlt sich noch immer falsch an, in den 20 Jahren zu schreiben. Was darf ich Ende des Jahres denn aufschreiben? Die Zeit kriege ich dieses Jahr auch noch. Der 90-Best ist ein Jager. Hey, mach doch schon! Mein Kopf bam bam im Takt an die Wand. Hey, das Bam Bam ist wunderschön. Die ist noch warm. Stimmt, ich musste ganz nah um, oder? Geh näher! Du kannst ihn von unten scharfen! Sehr gut. So ist er ein Rand von hinten. Ja, ich komme mit meinem langen Speer. Mitten ins Auge. Ja, leider muss ich das tun. Du musst ihn in den Augen. Du musst ihn in den Augen. Du hast ihn in den Augen. Du hast ihn in den Augen. Du bist jetzt so. Du hast ihn in den Augen. Ja, das ist gut. Wir haben die Hölle aus dem Ding! Wie kann es immer noch nicht動? Seine Güte verbunden sind sogar sogar meine größte Gefühle. Komm schon! Hilf mir, es raus! Ich bin auf's! Macht ja leid, auf dem ganzen Rumierenne wäre ich schon so platt für euch. Tja, Breitling. Haha, alter Sack. Warum haben wir mit Kaugummi schießen müssen? Die mögen Bubblegum. So. Ein Rotauge? Komm du erstmal in mein Alter, wenn du so weitermachst, wird das nichts. Emil, Emil, warte! Emil! 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 Doch das ist ein großer Fehler, denn ihr Schrei lässt ein schreckliches Monster erscheinen. Sein Körper ist ein aufgedunsener Leichnam, sein Kopf ein grinsender Totenschädel. Und es ist gewaltig, mehrmals so groß wie ein Mensch. Der Kopf baumelt von einer Seite zur anderen, als er auf allen Vieren durch den Raum stampft und dabei an die wilden Bewegungen eines elendiglich verhungernden Tieres erinnert. Und diese Kreatur, dieses Ding, ist die experimentelle Waffe Nummer 6, auch bekannt als Alua. Nein, oh nein, bitte aufhören! Oh Gott, rette mich, rette mich! Ich will nicht sterben! Eine nach dem anderen verstummen, die irren Schreie der Forscher. Sollte Nummer 6 ihre Bitten verstehen, so wird ihnen keine Beachtung geschenkt. Stattdessen setzt das Monster seinen Amoklauf, der Zerstörung und des Abschlachens mit einer Konzentration fort, die schon an Besessenheit grenzt. Nach einer Ewigkeit nehmen die Schreie ein Ende. Der Alarm verstummt, und erst dann macht die Kreatur ein Geräusch. Sie heult mit einem unfassbaren Brüllen auf, das die leeren Räume des blutgetränkten Labors rauf und runter schallt. Es ist ein Laut, der jene verflucht, die es gewagt haben, etwas derart Böses in die Welt zu setzen. Und trotzdem eines, das auch Hilfe sucht. Upe, ding dong! Zumal rein! Das erste, was mir eingefallen ist. Bestimmt ein Fernzünder. Erinnerst du dich übrigens noch, als du eben einen Ketten hinter dir herschleifen wolltest, weil er mit den Augenbinden so langsam lief? Ja? Ja, ich erinnere mich. Die Schritte von zwei Fußpaaren sind in einem ansonsten stillen Flur in der ersten Etage des Labors zu hören. Das eine Paar gehört einem jungen Mann, dessen Augen verbunden und Hände gefesselt sind. Das andere Paar gehört einem ernsten Mann in einem langen, weißen Kittel. Der Mann zehrt den Jungen an einer langen Kette mit sich, die er mit den Handschellen an seiner Handgelenke verbunden hat. Oh nein! Überall in dem Flur liegen Trümmer herum und machen es einem Jungen, der nicht sehen kann, sehr schwer voranzukommen. Ähm, Entschuldigung? Könntet ihr vielleicht etwas langsamer gehen, Herr? Ich bin nicht daran gewöhnt, mit verbundenen Augen zu gehen und... Und statt anzuhalten, erhöht der Mann nur das Tempo. Beim Versuch mitzuhalten, stolpert der Junge. Ah, bitte, her, ich kann nicht! Halte deinen verdammten Mund, schreit der Mann und zieht so feste an der Kette, dass an den Handgelenken des jungen blutige Striemen zurückbleiben. Ja, böse Liz. Ich kann doch nicht dafür, dass jetzt sowas kommt! Und... Ja, ja, Herr, stammelt der Junge, als er seine Lieder wieder zusammenpresst. Ihm war nicht bewusst, dass die Augenbünde bei dem Sturz heruntergerutscht war. Aber jetzt hält er seine Augen so festgeschlossen, dass er Sterne von dem Dunkeln seiner Augen sieht. Der Junge heißt Emil, auch bekannt als Nummer 7. Er ist eine magische Waffe, seine Augen können alles, das sie anblicken, in Stein verwandeln. Sieh mich auf keinen Fall an, bellt der Mann. Tut mir leid, ich blicke jetzt zu Boden, gebt mir nur die Augen, Will. Anstatt abzuwarten, drückt der Mann Emils Gesicht mit einem schweren Stiefel zu Boden. Herr, halt! Ihr tut mir weh! Augen und Mund bleiben geschlossen. Los! Der Mann weiß, dieser Junge, diese Waffe, könnte ihn mit einem einzigen Blick auslöschen. Und doch erleichtert es ihn, den Jungen auf diese Weise zu unterdrücken. Anschließend beugt sich der Mann hinunter und knotet die Augenbinde fest um den Kopf des Jungen. Also gut, auf die Füße, lass uns gehen! Emil stellt sich wankend hin und versucht, die rote Flüssigkeit zu ignorieren, die sein Gesicht herunterläuft. Das Blut ist egal. Der Schmerz ist egal. Wichtig ist nur, den Auftrag zu Ende zu bringen, den sie ihm gegeben hatten. Die zweite Etage des Labors ist in einem noch schlechteren Zustand als die erste. Überall liegen Trümmern herum, was es unmöglich macht, irgendwo ordentlichen Halt unter den Füßen zu bekommen. Als der Mann auf Schutt klickt, der mit einem tiefen Rot überzogen ist, muss er plötzlich an warme und klebrige Brownies denken, die mit Erdbeersauce übergossen sind. Was? Umfassbar, dass er mir so gutmütig bleibt, nachdem er so misshandelt wurde. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also ist das Devil tatsächlich Programm? Dein Magen knurrt und als er versucht, seinen Blick abzuwenden, landet dieser auf den Überresten eines Menschen, der in etwas verwandelt wurde, das man nur noch als dicke Fleischmasse bezeichnen kann. Der Mann blinzelt, sein Verstand wird seltsam leer, bevor er schließlich versucht, genau zu bestimmen, wie viele Menschen geopfert werden mussten, um die verstreuten Fleischhaufen um ihn herum zu erzeugen. Ein Moment später hört er ganz auf zu denken, fast so, als ob sein Verstand begriff, wie töricht es ist, solche Gedanken zu hegen. Das restliche Stück kannst du alleine gehen, sagt der Mann mit einer Stimme, die viel schwächer ist, als ihm passt. Ich meine, was tut es zur Sache? Du bist nicht einmal ein Mensch, du bist ein Monster. Und damit wirbelt der Mann herum und sprintet den Flur entlang. Der hilflose Emil hört einfach nur zu, wie die Schritte des Mannes in der Ferne verstummen. Emil befindet sich allein in einem Raum voller Gestank nach Tod und Blut. Einen Moment lang überlegt er, ob er die Augen öffnen soll, aber der Gedanke an die Schrecken, die ihm dann erwarten, machen seinen Plan schnell zunichte. Stattdessen steht er einfach nur da und lauscht intensiv. Letzten Endes erreichen ferne Geräusche seine Ohren. Ich kann schon nicht mehr lesen. Ist das jetzt auch hier 45 Minuten lang lesen? Das ist das Heulen, das ich zuvor schon gehört habe. Emil geht weiter und nutzt den Klang der Fernstimme zur Orientierung. Es ist fast so, als ob sie ihn nach Hause rufen würden. Ist nicht so lang, okay. Als Emil die dritte Etage erreicht, orientiert er sich, ebenso viel nach Gedächtnis wie nach Geräuschen. Seine Hände und sein Gesicht sind mit frischen Wunden von zahlreichen Stürzen übersät. Aber jedes Mal, wenn er ans Aufgeben denkt, wandern seine Gedanken wieder. Zu seiner Schwester. Wir haben gemeinsam gelernt. Wir haben gemeinsam Kekse gegessen. Die haben euch geg... Kekse, die haben dich gegessen! Wir haben gemeinsam geweint. Wir haben gemeinsam gelacht. Und manchmal wurde nur ich angeschrien. Deshalb war ich nie allein. Unser Zusammensein hat mich stark gemacht. Für Emil war seine Schwester sein ganzer Lebenszweck. Sein ganzer Lebenszweck. Ich fange nämlich langsam an, immer schlechter zu lesen. Mit diesem Gefühl im Herzen macht er weiter. Einen langsamen Schritt nach dem anderen. Endlich nähert Emil sich einem bestimmten Experimentenkammer... Ja, im tiefsten Teil des Labors. Das Heulen ist nun sehr nah und als er den Schalter berührt, der die Tür zur Kammer öffnet, denkt er an seinen Auftrag. Nummer 6 ist die ultimative Waffe. Sie ist seine Schwester. Und er muss sie in Stein verwandeln. Langsam öffnet sich die Tür und enthüllt die gewaltige Inneneinrichtung der Experimentenkammer. Nach ein paar Schritten nimmt Emil die Augenbinde ab und öffnet langsam seine Augen. Seine Schwester schleicht vor ihm herum. Aber sie sieht ganz und gar nicht wie das Mädchen aus, das er einmal kannte. Stattdessen sieht er zwischen den zerfetzten Überresten der Forscher eine wilde Bestie auf allen Vieren. Als das Ding, das einmal seine Schwester war, anhält und den Kopf in Emels Richtung neigt, konzentriert er seinen Blick vollständig darauf. Eine Reihe sanfter Knirschgeräusche ertönen aus der Kreatur, während seine Magie ihre schreckliche Arbeit verrichtet. Zuerst die Finger, dann die Hände, Arme, Beine, Kopf. Das bisschen Farbe, die das Unwesen noch hart verblasst zu einem fahlen Aschgrau. Und doch sammelt die Kreatur ihre letzten Kräfte und dreht sich, eine langsame und schwerfällige Anstrengung nach der anderen, langsam zu Emil um. Jaulend nährt sich das gewaltige Monstrum. Macht sie sich Sorgen um mich oder will sie mich töten? Emil ist bereit, beides zu akzeptieren. Immerhin war sie seine ältere Schwester, die Person auf dieser Welt, die er am meisten geliebt hatte. Halua, ich... Als Emil spricht, bleibt Nummer 6 plötzlich stehen. Stille erfüllt die Kammer, als die Geschwister sich gegenseitig anblicken. Es tut mir leid, Halua, aber alle sagen, du seist zu mächtig. Sie sagen, es sei zu gefährlich. Es sei denn, ich sperrte dich weg. Es tut mir so leid. Während Emil zusieht, wie ihr Körper wieder zu Stein wird, wartet Nummer 6 in absoluter Stille. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid! Vielleicht ist ein Glas Wasser. Danke. Oh, jetzt in hell lesen. Das wird ja immer schlimmer. In dem Moment, in dem die Verstellung von Nummer 6 abgeschlossen ist, fließen ihre Erinnerungen in Emils Verstand. Die beiden, wie sie sich in die Kälte zusammenkauern, ganz alleine in der Welt. Niemand, der sie beschützt. Sie wollte doch nur ihren kleinen Bruder retten. Und doch war es dieser kleine Bruder, der auf eine gewisse Art und Weise sie gerettet hat. Du leuchtest, Liz. Ja, oder? In dem Moment, in dem die Versteinerung abgeschlossen ist, sinkt Emil auf seine Knie. Eine versteinerte Schwester und ein kleiner Bruder, der mit der Sünde beladen ist. Ein strahlendes Beispiel. Sonnenbrille sucht. Ja, das ist gerade echt nicht so geil. Alleine in diesem kalten Käfig weihen die beiden mit einer einzelnen stillen Stimme vor sich hin. Das hat er mit Absicht gemacht hier. Es war unsere vereinte Macht, die Alahors zerstörte. Ganze Existenzen, ganze Leben, sogar ihre Erinnerungen. Wir haben alles zerstört. Wir haben alles zerstört. Meine süße, sanfte Schwester hat sich in ein Monster verwandelt und dasselbe wird auch mit mir geschehen, da ich nun ihre Macht habe. Wenn meine Instinkte als Waffe mich besiegen und dabei zerstören werden, wenn diese Macht jemanden verletzen wird, den ich liebe, dann... Gebt ihr mir direkt mehr Charakter? Ja, das stimmt. Was habe ich getan? Ich habe die Menschen töten. Ich habe sie alle töten. Aber du hast uns geschehen. So, meine Instinkte sind genial. Die sind wirklich gut, ja. Wir sind tot. Wir verdienen dir. Aber ich... Es ist alles gut. Wirklich? Es ist so viel intensiver, wenn man es selbst liest, als nur eine Cutszen gezeigt zu bekommen. Cleveres Spieldesign. Ja, das stimmt. Geht man einfach nochmal einen anderen Einblick. Wenn ihr die Auslöschung eines gesamten Dorfes aber auch nur hinterfragt. Ja. Er akzeptiert es einfach. Ja, kann man eh nicht mehr ändern, ne? Das ist ja das Schlimme. Die Vier-Wetter-Prognose fürs 24-Stunden-Rennen sind bescheiden. Ach, wieder beschissen, ja? Für ihn sind Schatten wertlos. Ja. Aber da waren trotzdem auch noch Menschen. Regen bei 8 bis 11 Grad. Oh, wow. Die ganze Nacht. Oh, super. Irgendwie ist es verflucht. Kann es sein? Letztes Jahr war ja schon scheiße. Oh, super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 füllt die bar mit allerlei wachhaltenden surf wieder auf sehr gut sehr sehr gut die struktur wirklich überarbeiten können überarbeiten sollt erst 16 Uhr macht halt nur sinn weiß ich nicht macht wirklich keinen sinn vor allem 16 Uhr ist eine komische Uhrzeit Nacht Heiko schlaf schön dank dass du da warst Morgen Regen ist toll, vor allem der Duft. Oh ja, das mag ich auch, Silvia. Oder vom Gewitter. Das Gebiet kann ich einfach nicht mehr sehen. Ich weiß gar nicht warum. Das ist so wunderschön hier. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Das Gebiet auch. Du hast jetzt aber genug Gedächtnisregierungen für den nächsten Run, wenn du nichts mehr upgradest, also könntest du dir theoretisch einmal Schrotthaufen sparen und hier an Schrotthaufen? An welchen Gegnern bekomme ich denn die Schrotthaufen? Beziehungsweise wie viel brauche ich denn? Soll ich die Schrotthaufen sparen? Soll ich die Schrotthaufen sparen? Gedächtnisregierungen habe ich 2. Tan habe ich 11. Nein, du bohrst zum C-Run auch wieder ein Gedächtnisregierungen für die Waffe und die hast du eben gefunden. Achso, okay. Ja gut. Na dann. Achso, okay. Bis gleich, Musi. Was macht ihr eigentlich so nebenbei? Wenn ich hier rumirre. Was Cola trinken und der Musik lauschen? Sehr gut, leiden. Oh nein, Mann, Boko. Das ist nicht so gut. Auf dem Sofa sitzt und Wasser trinken. Ich suche immer noch Powerwash, muss ich mir das auch mal genauer angucken. Leben oder so ähnlich. Klingt ja spannend. Auf dem Sofa gammeln und dir zuschauen. Nichts dir zusehen und mit Schatz schreiben. Trinken. Chillen, den Discord schreiben und dir zugucken. Okay. Überlegen, wie lange ich mich noch vor dem Schlafen drücken kann, ohne dass es morgen ein Lied tut. Das ist natürlich nicht so geil. Nicht richtig gerade. Ich hab keine... Nicht richtig gerade. Ich hab keine... Warte, da liegt noch was rum hier natürlich. Meine Minibar ist fast leer. Morgen muss ich eh wieder einkaufen. Ich hab den Vorteil, ich mag sowas ja. Grind hat für mich was Meditatives. Ja, Grinden ist eigentlich jetzt... Es kann manchmal nervig sein. Aber im Grunde... Tört mich sowas gar nicht. Ich mein, ich bin lootmäßig. Ist halt... Nein, bitte nicht töten. Oh Mann. Wie geht ihr Mittagnachtssnack aus und beginnt gemütlich zu mampfen an? Mahlzeit. Auf guten Hunger. Bei mir steht jetzt gerade Recomment Chat. Wow. Vergebt es. Es kommt auch schwer an. In Pokémon finde ich Level-Megrain unfassbar ätzend. Hier ist die Musik aber so gut, dass es sich allein deswegen lohnt. Ja gut. Bringen wir das grausame Sektakel hinter uns. Morata-Sortetsu. Gummai. Guten Abend. Oh nein. Das ist kein falsches Mitleid, macht das Ding platt, aber... Oh, are you in there? Oh mein Gott, ist das gemein gerade! Oh mein Gott, das ist ein Schade! Das ist ein Schade! Ja... Das muss ich selbst erzählen, kein Mitleid zu haben, okay... Das ist ein Schade! 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 Oh, wie schlecht fühlt sich gerade! Ziemlich beschissen! Ach, der will fliehen! Oh Gott! Oh Gott! Must protect, must fight. Where do you think you're going? Awwww Zum Glück sind wir die Helden. Ja, das ist ein Traum. Du musst meine Mission zu retten. Oh, mit der Musik noch. Ey, das ist scheiße. Oh, dieses blöde Spiel. Ah, die Schnauze, Gideon. Ja, als Maul. Ist jetzt gut, hör auf. Ich töte dich auch gleich. Der zweite Durchgang kämpft so richtig mit den Emotionen. Man hinterfragt plötzlich alles. Ja, das ist richtig gemein. Man konnte die ja vorher nicht verstehen. Schlimmer jetzt, sonst ramme ich dir mein Speer in den Arsch. Altmetall vollgeist recycelt. Ey, boah, wie gemein. Der dritte wird auch gut. Ich bin gespannt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Yami das gespielt hat und sich dachte, hi, das wird so gut, wenn Lisa das spielen muss. Ja, du verstehst wieso ich unbedingt wollte, dass Liz weiterspielt, oder okay? Du ramst in den Speer wohin? In den Hintern, dass er oben wieder rauskommt. Ja, ich weiß. Maybe Popola has found some information about it. Popola! Nach Fassade müssen wir sowieso mit einer Mission, ne? Und schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Es rübelt, ob Liz mit Vlad verwandt sein könnte. Vlad der Fehler, ja? Keine wusste es, ne? Jaja, ist absurd. Das ist viel zu nett und das... Nettigkeit tötet sie. Oh man, ey. Das ist schon scheiße, wenn man das nicht so... ...preisgeben kann. Wenn der Schade in mir immer nimmt. Ich werde wahrscheinlich attacken dich. Das wird nicht passieren. Du bist kein Schade. Der Mann ist korrekt. Du bist viele Dinge, Hussi. Aber eine Schade ist nicht einer von ihnen. Schäden, zum Beispiel, kommen nicht mit so schmerzen und schmerzen. Abbi, äh, Keine passt echt gut. Ja, das ist ja die... ...Stimmt. Die hat eine richtig coole Stimme. Ich mag so eine Tiefen-Tiefen-Frauenstimme. Sollte ich einen ausdrucksstarken Charakter haben, ist das immer echt cool. Sie sagt aber auch zwei Gründe nicht. Zum einen darf sie nicht selbst nicht eingestehen. Zum anderen hat sie unfassbare Angst davor, was Nier sagen könnte, wenn sie sagt, dass sie die Schatten verstehen kann. Ja. Ganz verstehen. Mit seinem extremen Hass auf Schatten. Marovelli hat aber auch eine krasse Stimme. Boah, die hat eine mega gute Stimme. Also die ist echt... Die ist echt nicht schlecht. Und er war es nicht. Danke für die Follower. Dankeschön. Ah, die zweite Stimme habe ich auch noch nicht gekauft. Hm? Achso, Love, Death and Robots. Wir gehen erstmal zu Popular. Ah, das Spiel macht süchtig. Schlimm. Und das Schlimme ist, selbst wenn Nier das wüsste, er würde einfach weitermachen und alles töten, was ihm im Weg steht. Ja. Das ist eigentlich so. Der Hass ist einfach zu groß. Meeresfront? Dann kann ich nochmal in einer Perle gucken. Wegen dem Schwert, also beziehungsweise der Waffe. Wer ein Fassad hat denn die Aufgabe mit der Waffe? Oder soll ich zuerst nach Fassad gehen? Die Wache am Eingangs... Okay. Ach stimmt, hast du ja vorhin. Nacht, Micha. Schlaf. Schönen Dank, dass du da warst. Ach, ich guck einfach mal an Fassad. Da muss ich so oder so hin. Beziehungsweise eigentlich hat die Quest der König selbst, aber du musst die Quest der Wache machen. Okay. 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 Ich finde es wirklich so. Okay. Ich finde es halt einfach nicht160, bei dem zu integrated FunktionShow sagst etwa Muss ich eigentlich für den dritten Run irgendwas Spezielles noch sammeln, was ich schon erledigen könnte, oder? Nope? Okay. Musst du follow? Da lassen wir vor euch ins Bett verschwinden. Gute Nacht euch. Er war es nicht, dann schlaf schön. Dann hast du da was. Danke nochmal für den Follow. Erhol dich gut. Ah, ich liebe die Musik hier. Der dritte Run setzt ausschließlich die Waffen voraus. Okay. Na, fehlen mir noch zwei. Dreht im Kreis. Hui. Eine Wache am Tor. Beim König jetzt vorne. Man hat im zweiten Run gar nicht mehr so Lust, die Schatten zu töten, oder? Nee, nicht so wirklich. Also mir tat es gerade wirklich leid mit dem Roboter und dem Schatten. So beim ersten Run. Töten, töten! Böse. Und jetzt so. Ich bin nicht allein dran. Wir sind die besten Freunde. So schön ins Herz gestochen. Ich bin hier am Eingangsturm. Okay, dann bin ich jetzt umsonst hier, oder? Aber am Eingangsturm war er doch. Na gut. Am Eingangsturm. Hm. Oder ich bin wieder vorbeigelaufen. Das kann auch sein. So, ich werde jetzt noch ein wenig Netflix schauen. Da bin ich eben mit seiner Staffel heimgesucht. Euch allen später eine gute Nacht. Und bis ganz bald. Yves, äh, schlaf schön. Später. Viel Spaß noch auf Netflix. Und danke, dass du da warst. Ja, ja, ich kann skippen. Ich weiß. Das war gerade so schön relaxed. Aber bei mir ist keine Wache, die jetzt mit mir reden will anscheinend. Die hier war, glaube ich, mit den Blumen, ne? Ja. Nein, will ich nicht. Geh weg. Wahrscheinlich nach der Hochzeit. Nach der Hochzeit. Off. Risa, wie oft wäschst du Wäsche? Einmal zu Weihnachten. Beim nächsten Mal gibt's dann Blumen zur Begrüßung. Für wem? Ich persönlich bin kein Blumenmensch. Es ist reich. Du kaufst einfach Klamotten nach. Genau so sieht's aus. Verbrenn dir mal und kauf mir neue. Ja. Mach mal nur so, oder nicht? Toll. Mist, wie? In einem anderen Abschnitt. Wär doch schön. Ein Blumenzüchner robert noch mal was anderes. Das stimmt. Ich nehme auch lieber Kakteen. Sogar die sterben bei mir. Hatte ich schon genug. Sogar die sterben bei mir. Die Blumen. Ähm, ja. Pflanzen. Alles. Äh. Anti-Christianus. Dankeschön für die Raid. Danke. Wie war euer Stream? Was habt ihr Schönes gemacht? Hast du alle Fische gefangen? Ähm, nee. Ich bin jetzt bei... Mission 7, glaube ich, beim Fischen. Ähm, das Fischen macht... Ach, das macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe aber schon, ähm, das meiste gemacht. 7 Days to Die mit Ravenhound. Oh, sehr schön. Das war ein fröhliches Sterben. So muss das sein. Dann gehen wir jetzt nach dem Meeresfront. Da mache ich einfach die Aufgaben erstmal weiter. Entweder von Zombies gefressen oder verhungert. Oh. Toll. Ganz, ganz toll. Immerhin hatten die Zombies was zu essen. Dank Fische bin ich Millionär. Sehr gut. Stimmt, da kriegt man auch Kohle. Man merkt aber, wie die Chat-Interaktion, so ein Projekt in die Länge zieht. Mit 41 Stunden war ich komplett durch. Mit dem zweiten Run jetzt? Oder meinst du jetzt mit allen? Enden. Ja klar. Das zieht sich dann halt wirklich in die Länge. Mit dem Spiel. Oh wow. Ja. Hallo Danny. Schönen guten Abend. Ja, ich lasse mir aber bei Spielen allgemein Zeit. Selbst wenn ich jetzt nicht mit dem Chat interagieren würde und privat spielen würde. Das würde mir trotzdem so lange dauern. Ist das der Typ mit dem Schiff jetzt? Ah. Jetzt sehen wir seine Sicht. Geil. Geil. Oh, scheiße. Oh, das fand ich auch so traurig. Selbst im ersten Run fand ich das schon übel. Oh. Mir geht's gut, Danny. Und selbst? Der PS5 gibt es ein Trophäe, bei der man eine Million Gold haben muss. Deswegen durfte ich Hartfische grinden. Machst du also die Platin oder? Der kein Speed war. Nee. Bei mir sowieso nicht. Bei mir muss man Geduld haben. Ja, ich versuch, Platin. Papita ist wirklich böse. Ja, ich fand das schon im ersten Teil. Aber wenn ich... Let's start. Ja. Und hier geht's wieder. Danke für den Streamlist. Gute Nacht, Schwerd. Gute Nacht, alte Frau. Gute Nacht, alter Breitlingmann. Klar, schön und danke, dass du da warst. Viel Spaß mit der kleinen, richtig gutes Kapitel. Du wirst es hassen. Oh, nein. Oh, scheiße. Diesmal lügt die Frau mal am Ende. Oh, warum soll ich die anlügen? Das ist doch grausam. Ja, der... Stimmt, jetzt muss ich ja wieder rumlatschen. Oh, Lügen ist aber scheiße. Ich hasse Lügen. Auch im Real Life ist das... Der Dialog ist wirklich gut. Ja, mal gucken. Ich gehe da ganz alleine einfach rein. Das würde ich mich gar nicht trauen. Nachtkapelino, schlaft du auch schön und danke, dass du da warst? Und danke schön, ich habe Spaß. Also, ich glaube, nach dem Kapitel nicht mehr, aber... Ich kenne Dialog auch nur wegen einem Stream. Und anlügen macht man nicht. Man lügt allgemein niemanden an. Das ist klar. Können sie auch nicht anlügen. Nee, ich kann nur... Oh, nee, das kann ich nie machen. Aber der Dialog ist wirklich gut. Ich weiß, mal gucken. Das bricht einem wirklich das nicht vorhandene Herz. Warum soll ich es mir denn antun? Da bist du. Da bist du. Was machst du hier, Kind? Und wer bist du denn? Warst du ein Passender auf diesem Schiff vielleicht? Hey, es ist okay. Du musst nicht bemerken. Im Bett liegen und auch lässt es mir mich auch. Ja, genau deswegen. Du bist so ein Arsch, weißt du das? Bevor ich dann gehe, ich schaue nochmal wegen dem... Ob ich dann eine schwarze Perle finde. Macht der Zahnlös? Ähm, bei den Zähnen geht's bis jetzt gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Der eine, da habe ich erstmal keine Schmerzen mehr. Und bei dem anderen war er wegen dieser Zyste. Keine Ahnung, ob die weg ist. Ich werde es sehen. Also ich fühle keine Blase mehr hier. Weil das ist immer alles dick gewesen drin. Bis jetzt fühle ich da nichts mehr. Ich hoffe, das schwillt auch nicht mehr an. Das war nämlich das, was mich so lange und viele Jahre belästigt und gestresst hat. Die Drops kann aber auch bei dem Alten an dem Teil des Strands liegen. Bei dem Alten. Bei dem Alten. Da mache ich es hier? Oder was meinst du? Der Angler. Ja. Bin ich ja. Aber hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Nichts. So eine Scheiße. Hier ist einfach gar nichts. du hast echt kein glück erzähl mir was neues danke schön dann kann ich gut gebrauchen ich muss mich leider verabschieden noch meine acht stunden schlaf abholen alles klar antichristianus dann schlaf schön danke noch mal für den raid und erhol dich gut ich muss immer mit killer donau und nein das oft damit der jetzt essen besorgt die musik ist auch ansteckend ja welcher kaufsings better at least check it out i brought you some bread today wird er nicht so munden oh easy there jeez you must have been starving well look no one's gonna take this from you so just take it easy so you don't choke on it okay okay so what were you doing on this boat kid actually scratch that first things first i can't just keep calling you kid you've got a name well this is going nowhere fast oh die musik ja ein namen ist immer gut dafür dass töten viel so viel leichter einfach deiner klappe javi das ist richtig furchtbar machen wir mal ein ladekabel hier ab Ich weiß nicht, dass ich das kapituliert habe. Willst du schon in Lee, oder Liz? Ja. Adoptier ich. Woher soll ich er sein? So, jetzt fragen wir den Bruder, damit wir ihn wieder zurückleiten können. Oh, wir sind zurück. Äh, Zodiac, danke schön für den Follow, herzlich willkommen! Ja klar, im zweiten Run macht es auch wieder ganz viel Spaß hin und her zu drehen. Ich versuche, dass es nicht die Wurzeln ist, bevor eine bestimmte Wurzeln ist. Was ist das? One simply takes Quill in hand and unleashes their soul upon the canvas of the page. Whatever you say, Vyse. Wer weiß, Mosi. Ich mach einfach an der Stelle aus und dann spiel mir nie wieder. Dann hab ich auch nichts getötet. Hey, there, Louise. Say, where'd you get that red bag? Oh nein, warte mal. Hat sie jetzt die Tasche genommen, weil er auch ne Tasche hat, weil er Postbote ist? Will sie ihm irgendwie nacheiern? Das ist ne Spekulation, aber... Let me dye it in your hair for you. Well, what do you think? Pretty nice, huh? Huh, what's that on the floor? Oh, it's a mirror. Well, that's a stroke of luck. Let's go ahead and check out your new look. If you go over there where it's brighter, you'll be able to see yourself more clearly. What's wrong? Don't you want to see? Oh, I see. You don't like sunlight. Guess your eyes are pretty sensitive after spending all this time in the dark, huh? Hmm? Well, it's not like we can have you stay here forever. We should work on getting you out of here so you and me can go look at the sea together. How's that sound? Oh jee. Oh jee. Da ist schon unser Fernmann tot. Okay. Wir sind immer noch fertig. Er ist so torchbar. Hey, Pope. Oh, da freue ich mich jetzt. Können wir das skippen? Oh, scheiße. Hey, Louise. I brought your food for today. What's wrong? Aren't you hungry? Huh. You haven't been eating much lately. Are you okay? Well then, let's try this. Yeah, sorry about that. It's called a song. Humming a jaunty tune is the best thing for putting a spring in your step. Songs are like a little bit of wisdom that makes the tough times easier. I love them personally. I mean, not that I'm any good at singing. Whoa, your voice is a bit rough there. But you're actually pretty good. You know, I knew someone who lived in the town lighthouse before she died. She used to hum this same song a lot. I heard it every time I stopped by to deliver something and I guess it just kinda stuck. Of course, that was quite a while ago. Hey, are you trying to cheer me up? I'm not sure about that. You're a kind soul, Louise. It's not better. It's not better. It's not better. Oh no. You're hungry? Oh je, Rosie. So quickly you're manipulated. Heh, heh, heh. Oh, stimmt. Jetzt kommt Tyrone wieder. Nein, keiner hat sich schon was getan. Mhm. Stimmt, deswegen wollte er sie auch nicht rein. Jetzt ergibt das Sinn. Oh, fuck. Das ist böse. Das ist so schlüssig, wenn man die ganze Geschichte kennt. Ja, das machen wir es ja. Genau. Guck mal, sie kann nicht mehr zurück irgendeine Beleidigung oder so aussprechen. Nichts. Lass uns gehen. Es bedrückt in ihrer Stimme. Und das ist einfach Hammer, wie man sich am Anfang noch wie ein Held fühlt und später einfach merkt, dass man ein richtiges Monster geworden ist. Ja. Man selbst ist einfach dieses Monster. Wenn man einfach drauf los tötet. Haha, scheiße. Ja, ja, Löcher finde ich immer. Hm, hier liegt nichts rum. Ja, ich habe da echt kein Glück gerade. Schade. So, am Anfang hat es dann genauso viel Spaß gemacht wie nie. War eine Abenteuerreise und dann tritt ihr Taro mit der Realität ins Gesicht. Ja. Das macht es aber Spiel auch so gut. So, were you able to write that letter? You know, now that I've taught you how to... Not yet, huh? Well, there's certainly no reason to rush. You know, it makes me happy that you've taken such a shine to me. First time we met, I didn't have the foggiest idea what was going on in that head of yours. So, hey, I've been thinking. How about you come live with me? It might be kind of nice to have a daughter around. Not into it, huh? Guess I should have figured. I'm sad to hear it, but it's your choice, of course. Huh? The floor's wet. Wait, is this blood? Oh dear. Are you... Oh, baby, that is one hell of a smell. We got something real nasty nearby, eh, Sunshine? What is Sunshine in this bloody piss-up? Come on, don't tell me you ain't picked up on it yet. You of all people gotta know what this smell means. This ship is in poor condition indeed. Do try not to thrash about and bring its timbers down around us, hussy. Whatever. You sure you're all right, Kaine? You really shouldn't push yourself. Hey, I've got an idea. How about you and me search outside and get some nice fresh air in the process. Alles klar, Willy Deckel, dann schlaf schön und dann, dass du da warst. Sounds good. Take care of Kaine for us, Emile. Emile is on the case. Come on, Kaine. Let's get the lead out. Hm, keine Ahnung, Keks. Was ist in den Jahren? Auf jeden Fall mehr geworden. Ich schätze ich mal. Ich schätze ich mal. Hm. 48% Frauen, 250% Männer. Nice. Wir brauchen... Na ja, zocken ist halt, ne? Das interessiert beiden Geschlechter. Wie man sieht. Ich schätze aus, dass ich klein bin. Ich verspille mal so'n Teil meines Leben, Inhalts. Hm? Weird. Ja, vielleicht vor zehn Jahren oder so. Ich habe eine Ahnung. Es ist auf jeden Fall mehr geworden. Viel mehr. Jedes Spiel sind schon lange mehr, es ist nur Knöpfe drücken. Ja. Ja, stimmt. Warum sind denn hier drei... Warum wurde Yami jetzt dreimal gelöscht mit der gleichen Nachricht? Ja, der Träubel war jetzt zu, ne Yami? Nimm das zurück, ich spiele Nier, sonst lösche ich Nier. Die Geschichte von Nier sollte in der Schule vorkommen. Ja, es gibt so viele Spiele, die man in der Schule zeigen müsste. Mit richtig Nachdruck. Ja, verdient. Ich vermute, dass es ein Twitch-Back war. Ne, es hat Yami einfach nur verdient. Hat Twitch auch so gesehen. Ne, gehört definitiv dazu. Ja. 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 Ja, nein. Hey, there's a wreck by my way. And how could I do? We cannot check. Peace. And what do I wear? Those eyes. The exit looks walled off. And in blood, no less. No doubt they can find their... That's terrible. We may be able to... These sh... Only one way. It appears to be... Oh, umso näher wir jetzt... Jetzt weiß man auch, warum dieser komische Sound war, ne? Geht'sa geht'sa. Geht'sa geht'sa. Wo ist er? Where do I feel this? This little lantern has brought us quite far, hasn't it? Yeah, and the light it gives off makes me feel, I don't know, safe somehow. Looks like- Hm, it says the CD's- Uh- Oh, hang on. Oh, I think the person- This journal was- Let's read a bit more. A whole bunch of pages just have the word help. See how the writing turns a darker shade of red? They must have started using their own blood after running out of ink. I think that- Ah, man konnte das weiterlesen. All right. Heavens, look at me. Extra rice. Huh. This ship's crew- Oh, damn. Perhaps it is wafting from further inside. Oh, I have it completely deleted. I think I have to read it. I think I have to read it. I think I have to read it. Another apple? Just how many apples do you have? Let's keep searching. Oh. Speak to me, lad. Ah, I can't see. I- Oh. Oh. Weiss, that's it. About time. Oh dear. Look at the bodies. They are all people from town. And I fear the missing ferryman. We'll be at this time. Oh, my God. Why? Why did he- God damn it. Have we ate ourselves together, lad? We remember the president of Kainace, I walk with- Ich habe einen Kollegen beim Zocken die Geschichte von Nier Replicant vorgetragen. Und was hat er gesagt? Oh, wenn ich dann mehr Leute esse. Warum ist sie Menschen? Das ist eigentlich voll traurig. Er fand es spannend verwirrend, dann haben wir Ottomana gezockt. Sie ist halt ein Kind und geht mit kindlicher Naivität an ihre Probleme ran. Ja. Das ist ein Mensch. Natürlich muss ich sie auch noch mitmischen. Ja komm, bringen wir es hinter uns, ganz schnell. Scheiße. Wow, Taren. Wow. Hm. Übrigens jetzt mit dem Wissen, was keine ist, beziehungsweise nicht komplett ist, nochmal über die Frage vom Postboten nachdenken. Und das erklärt auch, wieso sie so reagiert da. Oh, ich habe hier viel gekommen. Ich glaube, diese Frau war auf dem Schiff, als sie in drifft. Ich habe ein Augenblick auf sie gehalten, bis sie gut genug ist, um zu gehen. Oh. 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 So. This is. Kind of awkward, but. The girl is... You know... Bleeding. I brought a bunch of bandages with me, but, uh... Well... How exactly does one deal with a woman's.... time of the month sorry sorry clearly cross the line there forget i said anything kann ja nicht funktionieren Ich bin da unten, bei Jörg. Alles klar, Musi. Ich schlaf schön. Danke, dass du da warst. Oh mein Gott, das ist Evelyn! Erinnert sie nur wieder daran, dass sie keine echte Frau ist. Ja. Obwohl sie eine sein will. Naja, sie ist eigentlich schon mehr weiblich als Männer. Wunderschön. Eine ganze Frau. Genau so. Wunderschön. 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 Du hast Hunger? Dann macht sie doch was. Ja, Hintay Power. Wuhu! Sushi wäre geil. Oh, Sushi wäre jetzt echt geil. Wunderschön. 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 Ja. Wunderschön. It's singing! This thing actually thinks it's a person! Tyrone head for someone. Ich weiß nicht, was ich nicht verletzt, was ich nicht verletzt. Ich weiß nicht, was ich nicht verletzt. Ich weiß nicht, wo die Sprachen kommen, aber ich weiß, dass sie uns sicherlich versuchen. Schau mal die Tentacles mit Fasern auf sie. Ich bin beigebracht, was Freundlichkeit ist. Ach du Scheiß. Ich werde ein Mensch werden. Oh mein Gott! Nein, nicht töten! Oh, ist das kacke! Hallo Jelly! Aber Menschen essen ist nicht der Weg. Das ist nicht so gut. Das ist sicher besser. Um, um... Did we get it? Oh hell, that thing's huge! The thing could recover from such a grievous wound! Ordinary attacks aren't gonna do shit against this thing! Hey, the guy from before has collapsed on the beach! That Shane's got some kind of heart on for him! We should take him hostage! Shut your gap! I'm not in the business of using my blades on people! Is this thing turning its body into spears and shooting them at us? It makes me no fun here! It's okay! I'm not in the business of a while! I'm not in the business of a while! Thank you for your time! Captain Snuff King, sleep well! The fun looks different! I'm not in the business of a while! Adapted! Okay! The city looks better right now! The monster will kill us and the people will kill us! The number of spears flying our way is increasing! The number of spears flying our way is increasing! Yeah! I can see that! Damn it! Things with a shotgun! My word! If this continues! Hey! Over here! This guy is important to you, isn't he? Das ist... hier und jetzt! Was ist das? Ich werde zu Menschen. Hoffentlich wüschtst du das auch wieder aus, dass du da rumsaußt. Quatsch. Hallo, BMF. Jetzt wird es, glaube ich, richtig kacke. Oh, das wird echt schmerzhaft jetzt sein. Ah! 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 Stop! Don't hurt these people! So you've been lying to me this whole time? You... You're a monster! It stopped. Focus on the source of its magic. Aim for the head. Oh, that's awesome, ey. Oh, that's awesome, ey. It's gonna be so much more than the King here from Nioh and Co. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. We can never be together. You disgust me. Oh, yeah. 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 Amen. Was zum Schluss ist sie eigentlich ein liebes, nettes Mädchen, wenn man davon absieht, dass sie Menschen gefressen hat? Sie hat die Menschen ja dann nur gefressen, weil sie selber ein Mensch werden wollte, weil sie dachte, dass das dann funktioniert. Klar, das entschuldigt nichts, aber woher soll sie denn wissen? Scheiße! Oh, nein, jetzt kommt die Scheiße auch noch. Oh, nein. Nein. Das auch noch. Im ersten Run haben wir die Wahrheit gesagt und ich lüge sie jetzt an, weil damit wir gucken, was dann da für ein Ergebnis passiert. Im dritten Run kann sie wieder die Wahrheit sagen. Ja, mache ich auch. Ich will nur gucken, was jetzt als Antwort kommt. Ist es denn, weil wir immer kämpeln? Oh, honey, ich bin so, so sorry. Ich habe eigentlich liebte kämpeln mit ihm, duißt du? Aber es war die einzige Zeit, wo ich fühle mich, dass wir wirklich kommunikieren. Es macht mich so glücklich in dieser wierde Weise. Aber ich glaube, es war nur ich, der fühlte mich so, oder? Ich bleib bei der Wahrheit. Das ist viel, viel schlimmer. Jetzt gibt sie sich ihr Leben lang die Schuld. Obwohl sie nicht schuld ist. Boah. Ich liebe den Dialog, weil er zeigt, dass Lügen so viel schlimmer sind. Ja, ist auch einfach so. Im Grunde haben wir jetzt ihr Leben noch mehr zerstört, weil sie sich jetzt noch mehr kaputt machen wird. Oh, guck mal, eine neue Szene mit Keiner. Ja, die Wahrheit ist auch schmerzhaft. Es ist auch sehr oft schmerzhaft, aber besser als Lügen. Oh, es ist auch so schön. Oh, es ist auch so schön. Oh, es kommen noch mehr zum Perz-Ausreißen. Scheiße, ich wollte wissen, was da steht. Auf jeden Fall was sehr Liebes anscheinend. Ja. Also, Run 2 wird natürlich sehr interessant. Ich will jetzt alles. Für alles Wissen. Rocky, danke schon für den Follow. Herzlich willkommen. Ron hat zwei Schwerter für den dritten Run. Oh, das war jetzt voll offensichtlich, dass sie da was liest und dann zerreißt sie es einfach. Klar will man es dann wissen. Das heißt, der dritte Run wird noch grausamer. Oh, nee. Weiße. Aber ich muss jetzt schlafen, um halb sieben klingelt wieder der Wecker. Schön dich entdeckt zu haben und hoffentlich sieht man sich bald wieder. Gute Nacht zusammen und niese noch weiter in dieses tolle Spiel. Diamantia. Diamantia, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Danke nochmal fürs dabei sein. Wenn was schön ist. Ich habe jetzt irgendwie Bock, am Mittwoch weiterzumachen mit Nia, ne? Ach so. Oh. Schlaf schön. Hier ist es jetzt so rein. Oh. Im Sommer, Massen. Es ist 31, ich muss ihn nur auf Toilette gehen. Ja, ja, mir ist so. Das Game ist schon echt schwer zu ertragen, für mich zumindest, da ich sehr emotional bin. Ja, das Spiel nimmt deine Emotionen und tritt es auf den Boden und tritt es nochmal 50 Mal rauf. Es ist wirklich echt übel. Ich verstehe es. Das ist wirklich, ähm, das ist wieder mal schlimmer. Ja, Automata, oh, Automata ist auch so. Wie viele Runs gab es nochmal? Fünf? Lebensaufgaben. Automata haut zwei Schippen rauf. Ja, das hat mich auch gekillt. Automata dann direkt im Anschluss, um einen komplett zu zerstören. Nee, ich hab einmal gespielt und das war, also, mit den ganzen Enden und alles. Das hatte ich aber leider nicht aufgenommen und auch nicht gestreamt. Das hatte ich als privates Spiel gehabt. Ich hab allein gelitten. Ah, okay. Jetzt noch Fassade. Nur für N-Y muss man viel Grain-Automata, muss man allein erleben, sonst wirkt es nicht so heftig. Ja, ich kann mich schon gut abkapseln, wenn irgendwas in der Story oder so passiert. Dann, ähm, ist der Chat für den Moment ausgeblendet. Also, das kann ich dann schon genießen. Oder leiden. Je nachdem. In dem Moment schalte ich dann den Chat aus. Das ist jetzt gar nicht Marc. Nee, in dem Moment ist leider das Spiel etwas wichtiger. Weil dafür spiele ich ja auch Storygames. Ich will ja eintauchen. Würde ich auch machen. Ja, das muss man auch machen, sonst versaust du ja die Spiele. Ja, Automata ist noch schlimmer, deshalb habe ich es auch nie gespielt. Ja, wenn man sehr emotional ist, dann würde ich sowas auch mehr meiden. Ich kann es verstehen. Es gibt auch so Sachen, wo ich sage, boah. Ja. 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 Das ist auch gar so grausam. Oh, nee. Das ist gemein. Der Klang gerade nicht so böse. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Gott. Das ist ja nicht so. Aber wir haben auch die Maske, meine ich jetzt noch. Ich war nie Fan davon, Wölfe zu töten. Bei Wölfen hört es auf. Ja klar. Allgemein bei Tieren. Aber ich kann jetzt dafür, dass man in den Spielen so oft alles umbringen muss. Davon kann ich ja nichts. Da hast du nur den Angriff von Rockman bekommen, ja. In Runner A hast du ja nicht gesehen, dass sie die Wölfe getötet haben. Ja. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Racheakt. Und das erwischt dann wieder die Unschuldigen. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Wenn man selber Hunde hat, ist das doch so schlimm. Huskies sehen ja auch aus so wolfsähnlich, das ist so richtig scheiße. Okay, das ist für mich bisher das Schlimmste. Ja, klar, das ist allgemein übel, sicher. Puh. Das ist so abscheulich. In dieser Welt gibt es so viele abartige Menschen. Auch diese ekelhaften Feste, wo man die Hunde knüppelt und alles, ne? Abartig. Oh, komm. Da hab ich wirklich Hass. Da ist echt bei mir vorbei. Also ich klinge mich jetzt aus, das wird jetzt auch mir zu viel nach dir zu sagen. Alles klar, Lady, ich kann's verstehen. Dann schlaf schön und danke, dass du da warst. Ja. 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 Und jetzt kriegst du die Unschuldige ab. Naja, wie die Wölfe, ne? Sind ja auch unschuldig gewesen, die sie umgebracht haben. Ja, das ist das Bitterste. Das ist jetzt... Hä? Die Wölfe wollen hauen. Das ist das Bitterste. Oh, ist das kräusend. Oh, ist das kräusend. Das ist das Bitterste. Oh, ich will nicht! Ich will nicht mehr! Geh weg. Der ist der einzige Part, wo man nicht so richtig weiß, auf welcher Seite man stehen soll, ja. Es ist echt strange, dass Menschen mehr Skopel davor haben, Tiere zu können, statt Menschen, liegt aber wahrscheinlich daran, dass Tiere einen nicht aus Hass angreifen sollen, um sich zu schützen, nicht so wie Menschen. Ach, Mann. Wir hätten einfach aufhören sollen, die Veröffentlichung zu kehren. Ja, sie hat es absolut nicht verdient. Auf gar keinen Fall. Endlich hat sie mal ihr Glück gehabt, nach ihrer Vergangenheit. Aber das ist halt die Rache, die alles zerstört. Das macht es immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Die eine Seite rächt sich, weil sie so viel verloren hat, dann kommt die andere Seite und macht das Gleiche. Das ist einfach ein Teufelskreis. Ja klar, es gibt immer irgendjemanden, der angefangen hat, die dieses Chaos auslöst. Okay, jetzt will er Rache. Ja, das ist leider wirklich Realität. Die Menschen sind eh so dumm. Gierig und abscheulich. Der König ist ... Ja. Ich denke, er wird rennen. Dann werden wir weg. Dann werden wir weg. Wenn ein Bär mein Bruder töten würde, käme ich nicht auf die Idee, Jagd auf Bären zu machen. Da sollte der gesunde Menschenverstand einsetzen. Tiere sind nie bösartig im Gegensatz zu Menschen, welche sich für ... äh ... ... den Tier enthalten. Ja. Wenn du ein Tier ausweichst, was jetzt zum Beispiel ... keine Ahnung. Irgendein Raubtier oder so. Wenn du jetzt nah rangehst, dann bist du selber schuld. Wenn du das Tier aber zeigst, du willst nichts und ... ne? Klar, man kann auch dann Pech haben. Aber die greifen nicht einfach an. Ja, Haie. Die sind überhaupt nicht bösartig oder sonst was. Absolut nicht. Ich finde Haie auch toll. Das sind auch so meine Lieblings ... ... leere Wesen. Das fand ich schon immer sehr beeindruckend. Ich habe auch Bücher über Haie. Das ist halt gruselig. Ich finde die wunderschön. Im Teil hier wirklich wunderschön. Finde ich auch sehr faszinierend. So, es gibt nicht mehr, weil wir das kennen. Das sind Herr Traubtier und ... aber ... und sind trotzdem schöne Wesen. Das stimmt, ja. Und das ... Ja, ich würde mich im Meer auch hilflos fühlen. Ich bin jetzt auch nicht so der Mensch für ... ... das Wasser. Das ist nicht mein Element. Aber trotzdem finde ich es sehr beeindruckend. Die Flucht. 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 Ja, aber diese blöden Piss-Menschen, ne? Man hat ja auch schon wieder viel darüber gelesen und gehört. Freust du dich jetzt zur Rock zu gehen? Ja, mega. Also ich bin jetzt Eisroki schon, bis die Tage lieben. Viel Spaß, Loki. Danke, dass du da warst. Wenn du diesen Wolf begegnen hättest. Oh, cool. Oh, ich liebe Wölfe. Sie sind meine Lieblingstiere. Weil die Menschen dumm sind, einfach zeigt sich täglich, ja. Die, wo ich merke, dass du Menschen auch sehr lieb hast, wie ich. Was wir alles zerstören und rausrotten durch unsere Anwesenheit. Oh, das ist meine Lieblingstiere hier. Da sind alle Wölfe ausrotten. Cool. Das Spiel ist grausam. Fand ich hier im ersten Rund schon scheiße. Nun keine Bieste. Ach. Wie wir alle hier vermute ich mal, ja. Okay, aber nur zwei Prozent der Menschheit ist in Ordnung. Der Rest ist ganz einfach. Ins Eis schießen. Ins schwarze Loch. Oh, das wird jetzt wunderschön. Oh, Gott. Das wird jetzt im Moment dran. Danke, dass du das kannst. Oh, Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht schönbleiben, aber ja, das sind nur Kämpfe. Ich hab schon ein bisschen Angst gekriegt. Yummy. Ich hab's wahrscheinlich noch irgendwo auf einer Platte. Schade eigentlich, ich muss nicht mal hochladen, wenn ich's finde. Ich hab's irgendwo auf einer... Ich hab ganz viele Festplatten mit meinen Let's Plays und... Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst, was stand da jetzt? Rasener Wolf, was heißt rasener Wolf? Kein Rennen... Oh, wirklich? Ich hab's einfach hasse mit diesen Scheißaufgaben hier. Technik-Leitfaden. Technik-Leitfaden. Geschützte Schildkröte. Wett. Darf ich nicht, äh... Abwehren. Geräusche. Also, du hast noch gar nichts in das Spiel, glaub ich nicht. Doch, hab ich schon. Sicher hab ich geblockt. Oh, Rudelsel. Auch bei den großen Gegnern hat es bloß nicht immer funktioniert. Ja, wie ist denn noch bei mir am Ende? Also, keine Sorge, es war ja nichts, aber am Ende, wo dann einfach die Credits kamen, ich habe einfach 10 Minuten oder so, oder weiß ich nicht, wie viele Minuten, ich habe einfach nichts gesagt. Einfach nur abgefuckt. Klingenbewehrter Tiger. Was? Ich glaube, er versorgen. Ich habe das zweimal gespielt, zweimal am Stream, wegen Trophys und so. Ja, hat mich zweimal einfach gefuckt. Ja. Einfach eben. Ja, das war es doch nicht. Ach, ich glaube, es war ja nicht. Ja, ich glaube, es war ja nicht. Alter! Laut! Oh, kollateral! Wann sie nicht widerstehen. Dankeschön für... für deinen Resub im vierten Monat. Ja, das war sehr laut und ich habe mich leicht erschrocken. Wird mir jedes Mal wieder angezeigt, wenn ich hier rein... Mieser. Wie lange machst du noch? Frag nur so jetzt. Ich weiß nicht. Wie spät ist es? Ach, scheiß drauf. Ich werde es morgen so bereuen. Scheiß drauf. Ich bin eh immer müde, also was soll der Unterschied sein? Zeitvergessene Affe. Was? Was? Was für ein Scheiß? Kein Fluchen? Ok. 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 Sollte auch schlafen gehen. Ich bin halt noch voll, ähm... Ok. Ok. Entmordet mein Mirko, Lisa. Ah, dann geht er ja trotzdem nicht. Soll ich... Keks? Ok. 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 Kaum... Sehr gut! Keiner! Los! Keine Tüte in etwa. Da mach ich's. Kannst du mal jetzt aufhören? Oh, geil! Den will ich essen. Den Kerb. Was? Keiner macht schönes Essen. Lecker! Ich muss erst um 6 Uhr arbeiten. Ich hab also noch Zeit. Okay! Geschlafen! Noch ein paar Stunden! Wenigstens noch ein bisschen! Was? 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 Du kannst auch länger schlafen. Du solltest auch länger schlafen. Du solltest auch länger schlafen. Aber erst nachmittags. Was ist mit euch? Ich denk so an euch und ihr nie! Wie? 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 Jetzt resette mal sicherheitshalber das Gebiet. So, okay. Also einfach raus und wieder rein? Nee. Assimile. Genau. Okay. Das geht ja. Dann könnte ich mir jetzt eine Quest für dich haben. Okay. Denk du mal lieber an dich statt an uns. Bei uns ist eh die Hoffnung verloren. Ja, bei mir doch auch. Wirst du, was ich für Augenringe habe? Also, die sind schon nicht normal. Gibt es ja eine Augenringe am Augenringe? Ja, wie bei Tendios. Stevo, wow. Oh, ja. Was ist das? Ja, das ist das? Das ist jetzt die Aufgabe, dass ich wieder zurück zum Tempel muss. Hallo, Werner. Genau, dieses Hin und Her immer. Ich liebe es. Mal blond, ja. Ja, blondierung ist immer gut, wenn du irgendwelche Farben reinmachen willst. Mal gucken. Hältst du im Moment einiges aus? Haus-Divo. Es kommt auf die Witze an, Mose. Es gibt immer welche, die halt lustig sind und andere nicht. Nicht nur von dir, sondern von anderen auch. Ja, wenn man sich immer mit dem Gumpen auf den Tisch... Es gibt immer witzige... Entweder gibt es gute Flachwitz oder schlechte. Die haut jeder mal raus. Andere finden es lustig, andere nicht. Deswegen macht ihr mal darüber kein Kopf, Mose. Meine sind auch mal so, mal so. Ja, ist halt so. Manchmal sage ich auch was Witziges und manchmal komme ich mit sehr merkwürdigen... Ach, sehr tiefen Frachwitzen. Oder Worten oder was weiß ich. Das war mir auch. Wo war denn der Mist jetzt hier? Richtig tief, ja, ja. Ja, tiefer. Man weiß ja auch nie, wo die Toleranz liegt. Was Witz angeht. Ja. Gibt ja auch ganz üble. Das stimmt. So, was soll ich jetzt hier machen? Alles Schatten, alles Schatten. Plötzlich ist Ansichtssache, jeder ist da anders. Ja, jeder hat einen anderen Humor. Ich lache sehr gerne und viel und lache über sehr viele Sachen. Gibt aber auch Grenzen. Hüpfen ist Kaninchen. Das heißt, ich darf wahrscheinlich nicht springen. Oder so. Geht das schon als springen? Weiß sagt dir zum Glück, wenn du alle hast. Na, Gott sei Dank. Eisenachs. Und hallo, Massive Arts. Guten Morgen. Wir haben Tofu und Dillus gemeinsam, weil sie ein Fleischersack. Wow. Das ist ein Interessanter. Das ist ein Interessanter. Das ist ein Interessanter. Der ist interessant. Das ist gut, Musi. Das ist ja Fluchen. Ich bin bedient. Wo soll ich denn hin? Nach der Kerze zur anderen, Herr Kerze, lass uns ausgehen. Hast du gerade Bastard gesagt? Oh scheiße! Hallo Bastard! Oh wow! So hole ich die ja so aus dem Glück. Okay, gut zu wissen. Schön! Oh, das ist so gut. Wie geht's dir? Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Okay, was darf ich nicht machen? Flücht'ne Maus. Oh. 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 Oh, gracias. Oh. 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 Blub, blub, blub. Muss ich überhaupt viel langen? Ich weiß das gar nicht. Ich muss viel langen, oder? Eigentlich muss man dreimal in den Spiegel sehen, aber ich wollte sowieso vorbeischauen. Okay. Wie soll ich das denn machen? Was hast du da gegen meine Fritteuse gesagt? Nix! Wie soll ich denn... oder kann ich einfach so rüber? Eigentlich müsste es doch... Oh, wow. Ausgetriestet. Deine Gleise entzog und du bist tot. Fritteusefinger klingt halt sehr schmerzhaft. Ja, soll ja auch wehtun. Sowohl körperlich als auch in der Seele. Ich habe keine Ahnung. Manchmal... Das hat sich so eingebaut in meinem Kopf. Ich weiß nicht mal, wann ich es gesagt habe. Da war ich irgendwo mal pissig. Du kannst mich nicht mehr schicken. Ich kann mir auch mal mit meine Fritteuse aufstellen. Ich kann euch nicht mehr schicken. Ich kann mir ja mal mit meinen Fritteuse aufstellen. Ich kann mir doch mal mal mit meinen Fritteuse aufstellen. Ich muss mal hier ein bisschen aufpassen. Autsch. Jetzt geh ich mal weniger schauen. Du bist doch blöd. Nein, reiß dich zusammen. Gute Übung für den letzten Raum im BNC. Ja, ich glaube nicht. Okay, putz. Hallo, Sheldon. Guten Abend. Morgen. Was? Ja, kann man schon guten Morgen sein? Speichern. Oh nein. Bestimmt ein gutes Zeichen. Oh nein. Dammit. Das ist ein starker Mann. Wir besser nehmen unsere Zeit. Keine Wunderschöne, die Masked-innen können nicht diesen Mann rausnehmen. Schau mal diese Schatten für eine lange Zeit. Wir müssen bleiben, und zu Beginn an diese Zeit. Ah, schön, Kaiba. Wunderschön. Gut. Was ist das schon? Ja, fertig. Dankeschön. Da ich noch nicht schlafe, war, ist es noch abends. Okay. Du hast das Zweihandschwert Labyrinth Lead erhalten. Es geht nur ein einziges Schwert für den Run 3. Dann hast du jetzt schon... Wie, ich hab schon alle. Dann muss die Waffe aus dem DLC gespeichert worden sein. Nee, oder? Ich muss da nicht mehr rein? Ich muss nicht mehr in dieses schreckliche DLC... Ich hab mich schon gewundert, warum krieg ich eine Trophy? Wie heißt denn die Waffe aus dem DLC? Damit wir noch mal kontrollieren, ob die wirklich im Inventar ist. Ich bin mir nicht so sicher, dass ich wirklich jetzt so viel Glück habe. Welche waren das? War das ein Hand, zwei Hand? Ich war einfach auf die Prozent. Hundert. Ja, aber ich trau... Ich will das im... Ich will das sehen. Ich will das... Ich will das sehen... ...dass es da steht, dass ich die habe. Die Hundertprozent kann mich auch anlügen und mich trollen. Ich will das sehen, ob das ein Fragezeichen ist. Nee. Warum geht das Spiel? Oh, das wäre jetzt... Was soll man das kurz und knapp erklären? Das Spiel ist schon sehr komplex. Und die muss man auch... Also sollte man auch mehrfach spielen, weil man dann immer mehr Sachen erfährt. Wenn man das den kurz und knapp erklären... Den, den wir spielen, hat eine Schwester und er versucht alles, äh, um sie zu heilen, weil sie krank ist. Hm. Ich kann mal das noch erklären. Das ist halt... Es ist sehr komplex. Ganz grundlegend geht es um Nier, der seine Schwester befreien will. Ja. Wie eben auch entführt wurde... ...und das Jahre vergangen sind und er jetzt halt, äh, erwachsen ist. Wir haben vorher... Wir haben vorher den hier gespielt, da war ja noch ein kleiner Bursche. Und wir haben alles daran getan, ähm, um unsere Schwester zu heilen, weil sie eine Krankheit hat. Aber sie ist uns dann abhandengekommen und seitdem ist er auf der Suche nach ihr. Und wir erledigen auch viele Aufträge für andere. So kann man es erklären. Das ist so die große Thematik. Hat aber... Das hat aber so viel mehr, ne? In dieser Welt gibt es halt auch Schatten. Gegen die er hier unbedingt kämpft und alle ausrotten will. Was nicht so gut ist eigentlich. Wie wir es gelernt haben. Kommst du mal jetzt her, du Kackvieh? Oh, der ist jetzt... Dieses Game zerstört einfach deine Psyche. Ja, so Stück für Stück. Nehmt es sich auseinander. Und es lohnt sich wirklich, wenn man das Spiel mehrfach spielt, weil du einfach immer mehr und mehr Details bekommst. Wo du einfach nur denkst, scheiße. Was haben wir eigentlich getan? Es ist sehr philosophisch, ja. Erkennst du Inception, so facettenreich ist das Spiel etwa? Hm. Ich glaube ja. Also sag mir was. Oder meinst du jetzt... War das... War die Frage jetzt an... An Sheldon? Aber siehst du mal, der Waffenrand war gar nicht so schlimm, oder? Naja, ich hatte ja das meiste, Gott sei Dank. War schon im ersten Run sehr fleißig. War für schön, okay. So, machen wir mal weiter hier. Jetzt muss ich ja nichts mehr... Ey! Siegel. Muss ich ja nichts mehr, glaube ich, beachten. Ich hab jetzt alles. Hey, komm, wir machen den Sven-Run nur fertig, oder? Was ist das, Lade? Du hast ziemlich die fütliche Gesicht auf deinem Gesicht. Hör, ich brauche deinem Wissen. Es geht um Kaine und Emil. Das war zum Glück nicht so schwer zum Sammeln. Hätte schlimmer kommen können. Alle Fische fangen, oder so. Ich lebe es, wenn sie flue. Kaine ist richtig. Du hast mich acceptiert. Du hast mir gesagt, wir wären zusammen, nicht egal was passiert. Jetzt ist es Zeit für uns, die Begriffe zu retten. Du hast mich nicht zu sprechen, über die Loyalität und die Begriffe und so. Du weißt, ich liebe Muschie-Shit. Aber... Wenn es dich fühlt sich besser fühlt, wir machen das nicht für frei. Nachdem wir die Yonahein Oder einmal falsch? Deswegen heißt er Märchenwelt. Ja. Da werden Märchen erzählt. Das ist nicht immer ein Witz. Gute Besserung, Nox. Dann schlaf schon und danke, dass du da warst. Ich bin noch voll wach. Überaktiv. Wo fängt jemand mit Glatze auf sein Gesicht? Was? Wo fängt jemand mit Glatze auf sein Gesicht? Oh, die Rückenhaare anfangen. Ihhh. Wie beide hier sitzen. Äh. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Zum... Das war... Diese scheiß Ruine da, ne? Im Boot. Ja. Ja. Ich meine... Ich bin zwar noch hibblich und wach... Oh. Ich vergesse schon Worte. Verlorener Schreien. Verlorener Schreien, genau. Ich bin jetzt so gespannt auf das Ende. Alles gut. Dafür kennen wir das Spiel ja außerdem nicht, damit du es nicht tun musst. Jetzt sind wir bereit. Lass uns alle wieder leben. Okay? Das ist ein Plan. Sag mal 9 auf Englisch. Nein. Das ist ein Plan. Und mit Reis, ja... Wieso nicht? Musi, Bun! Wow, Mosi. Wirklich. Sieh, du schmeißt mich runter. Ich warne dich. Ich ignoriere die jetzt mal, weil ich hab die jetzt so oft gekillt. Ja, das klingt alles geil. Das ist halt das Schwierige. Ich kann es einfach nicht aufhören. Ich muss die ganze Zeit hören und hören und hören. Hatte mir letztens ja auch auf YouTube die ganzen Soundtrack nochmal angezogen. Komplett. Ah, nicht, mir nicht. Ah, alles. Perfekt zum Einschlafen. Oh. 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 Diese verdammten Töne. Alles klar, Sense. Dann schlaf du auch schön. Danke, dass du da warst. Ich mag dich auch, Sense. Schlaf schon. So, genug Nettigkeiten. Pfui, Teufel. Oh, jetzt bin ich da auch noch. Siehst du, bin ich immer Nett, falle ich irgendwo runter. Die Strafe gewesen. Kann ich es wagen? Wer hast du davon? Ja. Merk's schon. Der Soundtrack von Replicant und Automata sind echt super. Oh, ich bin jetzt so gespannt. Was macht eine Blondine, wenn sie in der Wüste eine Schlange sieht? Was macht die überhaupt in der Wüste? Hinten anste... Oh, wow. Ja. Sehr klug, eigentlich. Das dauert bestimmt auch noch mal eine Stunde hier, ne? Das sind sie alle. Ich merke das. Das habe ich auch schon irgendwann mal gehört, aber ich merke mir das nicht. So, danke. Mit dem jetzigen Wissensmann aber schon eher auf Devola und Populas Seite, oder? Ich war eigentlich nie gegen die beiden, aber... Das macht es jetzt natürlich, ne? Das wird immer schlimmer. Boah, ich weiß gar nicht, was hatten wir denn geantwortet. Oh, ich weiß gar nicht, was haben wir denn geantwortet? Mach das, Keks. Ah. Hast du die Gestaltberichte gelesen, die wir von Devola und Popula bekommen haben? Meinst du? Die habe ich im ersten Run gelesen, ja. Nein, es gibt kein Zurück. Komm jetzt. Es wird furchtbar. Devola und Popula sind halt auch arm dran. Ja, das ist halt alles einfach tragisch. Ich bin so furchtbar. Wir wirklich, wirklich nicht wollten. Ja, ich glaube nicht. Ich bin so, ich glaube nicht. Ich bin so, ich bin so, ich bin so. Ich mag die Beine echt gerne. Ja, ich ja auch. Umso beschissener ist es, gegen die zu kämpfen. In diesem Game ist halt alles tragisch. Leider. Ist wirklich so. Stopped my powers. Ah, shit on a shingle. They can use the sealed verses. Of course we can. The power came from us in the first place. You were simply loaned a small portion of it. Vyse, are you alright? Tevla, Popola, why are you guys doing this? Why are you siding with the shades? Die haben hier wirklich so falsch. Wieso leider zum Glück, sonst wäre das Spiel nicht so gut. Wo ich leide. Oh, ich leide. Oh, okay. Wirst ja sehen. Nein, ich mach diesmal nicht diese Bälle-Witze, okay? Magabba, teilt. Oh. Oh. Speedrun trophy. Welche vier Flüsse kennt eine Blundine? Rein in mein Po. Den kenne ich nicht. Ich hoffe, wir tanzen, Bastard. Das ist gut. Da kann ich immer ausgehen, die beleide ich erstmal alles. Toll. So, die Tänzer verschieben, das wird super. Oh, die Schützner. Das ist so cool. 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 Okay. Das ist so cool. Ich werde die nächste Tür öffnen, schau mich! Oh, wie lieb ich, Gute! Oh, genau. Schutz die Hussi, ja? Gute Plan, los geht's! Schutz Kaine für uns! Ja, ich mach das schon! Übereid dich doch mal! Beleidige die Tür, die geht bestimmt dann auf! Die ganze Figuren sind aus wie Kumpelblasen! Ja, jetzt habe ich die Kumpelblase leider im Platzen gemacht. Das mit der Nuschel, das habe ich letztens schon mal gemacht mit Loki. Die fand ich sehr lustig. Krieg sich jetzt gerade? Das sind Reisetabletten genommen und bei mir bin immer noch zu Hause. Ich glaube, so funktionieren die nicht. Ja, diese scheiß Reisetabletten muss ich auch mal nehmen, wenn es schlecht wurde. Autofahren, ich bin da sehr... mein Tod. Der Mann, die hat die Haare gekriegt. Oh je. Ja? Wenn nicht so optimal. ja schon die kinder dass sie am leben bitte ich führe euch an ne wir töten ja kinder und so das sind alles wie ich was wir abschlagen ja ich habe es verstanden ich verstehe warum Oh Gott. Da war mir ganz, ganz pissen. Wie viele habt ihr getötet? Wie viele eure Taten werden niemals vergeben. Ich weiß nicht, wie viele Taten werden. Deswegen sieht das auch aus wie ein Wildschwein, weil diese mit Abstand den stärksten Mutterninstinkt haben. Ja, das ergibt so. So grausam. Oh, Mann. Mama gibt nicht auf. Ich kann mal nur Babys abschlagen. Das ist grausam. Ja, das Spiel ist grausam. Das merkt man erst beim zweiten durchspielen, was man einfach alles getan hat. Oh, das ist real. Wenn du dich dabei schlecht fühlst, hätte es Talos ins Ziel erreicht. Ja, hat er sowieso schon. Nicht erst jetzt, ne? Die ganze Zeit. Ich wünsche dir jedes Spiel hätte so eine zweite Ebene. Danke. Okay. Up here! How can we deal with this thing? Bitte, schnell! Der Kojima ist da auch nicht an, das stimmt. Der will ist einfach so stark. Lüter. Lüter. Ich bin nicht so, wie du dich anders bist. Was? Verlust ist nur noch ein Kroch für dich. Hey, jetzt! Du bist in Schmerz, du bist so, niemand mag dich. So, du versuchen es zu schützen unter violence und Verlust. Ich bin nicht so, überhaupt. Es ist okay. Es ist. Schau, ich bin der gleiche. Ja. Aber nur das, dass das nicht helfen wird. Es ist zu viel für uns, nicht? Es ist zu lange für alles. Wir sind zu weit weg, du und ich. Das ist weshalb wir... Wir haben mich dort einmal nachdenken. Wir sind zu viel für ein paar Seiten, nicht zu wenigstens Passover. Ah... Woher ist das einfach? Da haben wir einen Maal, wunderschön. Auch das etwas mehr Sachen nehmen können. Habat uns das kicknen von금ut ist das gerade schon Revolut. Weiß ich gar nicht. Weißt du, was jemand im Chat ist? Ich kenne ihn mit ihm. 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 Er ist auch noch viel zu jung. Naiv. Dumm. Und er macht ja nur das weiter wahrscheinlich, was die Maskenmenschen immer gemacht haben. Naives Kind, ja. Der König ist 15, ja. Das wäre anders gewesen, vielleicht, wenn sie sich verstanden hätten. Wenn man gehört hätte, was die Schatten sagen. Beziehungsweise die Wölfe selbst. Wenn sie sich hätten verständigen können, vielleicht wäre es anders gekommen. Aber muss man sich verständigen können, um sich zu morden? Die Grausamkeit geht weiter. Naja, tut das, was das Volk wahrscheinlich erwartet als guten König. Ja, das haben wir im ersten Run gelesen. Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Wird schon schrecklich genug. Nach Chelten schlaft er auch schön. Danke, dass du da warst. Du und uns, wir sind das gleiche. Geräte in den Handeln von einem Master. Nein, ich bin nichts wie du. Ah, ihr Lied. Person ist so gut. Ach, sehr ruhig. Ich kann das nicht ertragen. Nachtmusi schlaft er auch schön. Ich glaube, dass es so kurz spielt. Ja. Ja. Popola. Popola. Are you crying? Nein. Nicht sterben. Du wißt du, Popola. Ich verstehe jetzt, warum wir twins sind. Es ist, weil... weil wir nicht ohne Säu. Oh, Popola. Devola. Ich kann nicht stoppen das Blöden. Oh Gott. Ich kann nicht stoppen. Ich kann nicht stoppen das Blöden. Ich kann nicht stoppen. Ich kann nicht Zeit, dass wir uns ohne Säu haben. Hier wird viel空z und viel Leistung. Aber wir funktionieren. Das ist ein bisschen wunderschön. Entschuldigung, Sis. Ich liebe dich. Davila! 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 Soll ich den dritten Run mal auf Japanisch machen? Ja, mach doch mal. Ja, wenn wir sowieso noch ein paar Mal machen müssen, traur ich mich. Ja, klar möchte ich, sicher. Hätte ich eigentlich auch Hatchel machen können, hab ich nur vergessen. Also der Englische ist auf jeden Fall gut. Ich will mal die Piep-Show hören, jetzt für keine. Ja, Trampelt drauf rum. Ja, ist halt. Und noch viel mehr. Am besten nur in irgendeinen Abgrund stoßen. Oh, diese böse, dreckige Latte. Ja, wir sind hier für ein Kind. Du bist sicher, wir sind hier. Du wißt, wenn ich jung bin, ich, ich... Geht direkt weiter. Oh. Ich kann Popola verstehen. Ich würde auch ausrasten. Danke für alles. Emile! Für so lange, all ich konnte, war es zu zerstören. Aber jetzt habe ich eine Chance für etwas zu retten. Nein! Jetzt geht es weiter, okay? Emile! Keine! 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 Oh Gott! So weit! Gew transition! Yeah, Alter. Keine ist so un suchen clothes that the vice has stopped arguing with each other. Kann ich andern, ich muss immer weinen bei dem Game. Nass raus, ist okay. Selbstverständlich. Das will das Spiel auch. Das heißt, nur, dass man mitfühlt und dass das Spiel einen wirklich trifft. Das wäre ein sehr gutes Spiel. Das haben sie alle halt nicht verdient. Nur wegen mir wurden spätere Devola und Popola-Modelle so programmiert, dass sie durchgehend Schuld empfinden. Der Kreislauf der Scheiße endet einfach nicht. Oh, Alter. Oh. 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 Da, 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 da. Da, 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 da. Gehör! Fiii... Ja, schön, dass ich es nochmal sehen durfte. Ja, schön, dass ich es. Ja, die Musik, die kickt sowieso, das macht die Musik noch schön unterstreichen den Albtraum hier. Ich kann es verstehen, es ist wirklich gerade voll furchtbar. Ja. 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 Ja, sie ist verliebt. Hm, der Blick gerade. Liebe geht durch den Magen, deswegen hat sie auch gerade in den Bauch getreten. Und sie weiß, dass es ihr Todesurteil ist, ja. Das ist halt das Traurige. Zu leben, aber niemals die guten Sachen zu fühlen oder zu tun. Und immer nur Hass, Blut töten. Das ist einfach grausam. Das ist einfach furchtbar. Keine tut mir da auch wirklich unglaublich leid. Das hat sie auch nicht verdient. Das hat sie auch nicht verdient. Sie hat halt auch ne scheiß Kind halt und alles. Ach, die Musik. Danke, dass du dafür Verständnis hast. Ich kenne nicht viele, die es verstehen. Danke dafür. Die Leute, die das nicht verstehen, sind dann anscheinend Eisklotze. Keine Ahnung. Sowas ist völlig normal, wenn man Emotionen hat. Manche haben die mehr, manche weniger. Manche weinen schneller, manche nicht. Das ist völlig normal. Jeder ist da anders. Das muss man respektieren. Und... Mir ist schon auch ne Träne runtergelaufen, also das habe ich auch nicht ganz so unberührt gelassen. Das fällt mir auch gerade so schwer. Oh nie. Drückt ihr das auch nochmal richtig an? Aber wenn jetzt was extrem traurig oder so ist, dann sollte man das auch rauslassen. Das ist völlig in Ordnung. Zu weinen ist nämlich keine Schwäche. Das zuzugeben ist sehr stark. So sehe ich das jedenfalls. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Eigentlich wollte ich heute nicht den zweiten Run komplett durchmachen. Aber okay. Haben wir jetzt geschafft. Fast. Ich habe Sie die orgaben. Ich habe sie vom Absper changing. Ja, Taro ist sowieso, wie er denkt und das alles umsetzt, sowieso selten. Macht nicht jeder. Umso krasser ist das Spiel. Ich meine, es reißt uns auch hin und her. Er denkt, dass er philosophisch, elaborisch und deponierend ist. Ja, da ist vieles davon auch an der realen Welt also passiert. Dieses schwarz-weiß-Din auch. Wie mal hinter die Fassade gucken, oder? Das schwarz-weiß ist weg. Es ist nur ein Bunch of white light now. Was ist hier passiert? Oh, come on. You're doing this for him? I'm tired of this world, and everybody in it. But I'll become his sword one last time. Weiss, you all right? Naturally. I am as fit as a fit... Aber auch eben am menschlichsten. Wait! Rutherk? Yorah... Yorah... Huh? Please, just... just stop. I don't... want to do this anymore. I don't need someone else's body. I don't want it. Shut up. Shut up. Shut up. There's another girl inside this body. I can hear her. She won't stop crying. She says she wants to see her brother. Yorah's been possessed? This girl loves her brother, too. Just as much as I do. It's not right, you know? It's not right that she can't see him. She wants... Wait. It's you. Isn't it? Yes, it's me. Let's go home. I... I'm really sorry. I just... I don't know what to... I'm so very sorry. No matter what. Just know that... I love you. Hurry, the shade that possessed her is gone. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I don't know. I can't see what we're doing. I don't know. I can't see the shadows. I don't know. I can't see the shadows. I don't know what to do. Weiss! Was ist falsch? Weiss! All is... ...weil! What the hell? You're freaking me out here, Weiss. What are you doing? Weiss! 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 Do it! Strike! Killing blow! No bother. One moment, please. You okay? Fine, just fine. All right, no I'm not. Weiss... It seems some headstrong idiot has decided to push maybe on my limits. I should have taken that job as a cookbook when I had the chance. Weiss. I'm sorry. Sorry. Only joking. I hate cookbooks. But... Let's go. Out of the way. I have one final task to fulfill. Where are you going? Why just stop him of course. But after that... It's impossible. Yeah, man. Man kann ja nicht dann einfach alles komplett ignorieren. I wish you luck, my friend. You can't... I swore I'd always fight by your side! You're an exceedingly stubborn lad. You know that he is. Well, that's why I've so enjoyed our time together. But I fear this is where our journey ends. Weiss! Oh, and remember what I told you about using my full name. Well, forget it. I've grown rather fond of Weiss. Weiss. I knew you'd come around. Don't let it go to your head now. Naja, Neil tut aber alles um seine Schwester zu retten. Das zeigt aber auch das Band zwischen den beiden. Wie sehr er sie liebt. Das kann halt einen auch blind machen. Ich hätte nur darauf gefokussiert und sieht nichts anderes, man. Ich habe etwas, was zu retten. Ich habe ein Grund, um zu leben. Schattel! Ich habe es immer emotional, wenn man zuschaut, der Stress, den man hat, ist weg und man sich komplett öffnet. Du bist so... ...und. Ich bin froh, dass du zuschaust. Das zu spielen und dann das Schwert zu führen, ist auch nicht so geil. Ich kriege ja die Knöpfe, wo die Taten geschehen. Fühle ich mich mitschuldig. 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 Ja, ich gebe es mir noch. Ja. Morgen, Opa Fuchsi. Mach das. Wir essen gerade Keks. So eine schöne Liebe. Ja. 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 Danke für immer, dass du da bist. Oh, hier. Ich bringe deine Hand. Danke, Yonah. Das hört einfach nicht auf. Ja, ja. Ich... Na klar, warte ich die Crills ab. Das kennt man ja. Alter. Ich bin nicht mehr. Geh gleich mal hin. Oh. 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 Wenn du auf Japanisch spielst, würde ich die Dialoge noch durchlaufen lassen. Ja, das stimmt, damit wir uns das auf Japanisch nochmal anhören. Ja. Franzi hat ein paar mehr Infos, aber ja, einfach ganz normal spielen. Okay, das machen wir das nächste Mal. Nächste Woche wahrscheinlich. Beim letzten Speicherstand zwei Speicherstände anbieten, damit im NEC landen nochmal das Schloss mit NMT ist. Das müssen wir nochmal erklären, wenn ich es dann mache. Das machen wir dann am Ende, genau. Alles klar, BMF. Schlaf schön und danke, dass du da bist. Wie viele sind denn eigentlich noch wach von euch? Das ist... Das geht auf 4 Uhr zu. Du schreibst ja nach den Credits immer einen Spielstand, damit das Ende gespeichert wird. Deshalb zwei Spielstände. Okay. Hallo, TJ. Schönen guten Morgen. Da hat dich das Spiel ja ein bisschen sehr gepackt. Ja. Ich habe gesagt, ich bin fit und ich will weitermachen. Alles klar, Klaus. Dann schlaf du auch schön. Danke, dass du da warst. Ich bin auch noch hellwach. Ile. Ja, ich merke schon. Freut mich, dass ihr bis... ...am Ende geblieben seid. Ich bin auch wach, aber ich nur noch heule. Oh, fühl dich gehackt. Oh, fühl dich gehackt. Thomas, guten Morgen. Ach, egal, Nacht. Was denn, Klaus? Wow. Klaus Haus, der einzige Name, der Full Caps geschrieben ist. Verdient. Bei so einem Spiel muss man bis zum Ende bleiben. Ja, vor allen Dingen, weil er hat neue Infos. Ich weiß nicht, was mich stört, ist diese helle Bühne. Helle Credits. Pfui. Pfui. Okay. Ja, die freuen sich bestimmt auch in den Kopf. Ja, das hat sich doch gelohnt. Emil liebt quasi Happy End. Ja. Ja. Ja.